Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Multimediales Lernen Definition Unter E-Learning versteht man Lernen, welches mit elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt bzw. ermöglicht wird. Definition Ende Zwei weitere Begriffe, die in diesem Zusammenhang häufig anzutreffen sind, sind CBT und WBT. CBT steht für Computer-Based Training. Dies bedeutet, dass Software auf dem Computer installiert wird und dass das Lernen dann unabhängig von Netzwerkanschlüssen funktioniert. Dadurch sind aufwendigere Animationen möglich. WBT steht für Web-Based Training. Es wird also per Internet auf die Lernsoftware zugegriffen. Das hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel können Inhalte schnell aktualisiert werden und Trainer können den Kurs direkt steuern, indem sie zum Beispiel Änderungen vornehmen oder bestimmte Module freischalten, sodass auch individuell maßgeschneidertes Lernen möglich ist. Die Teilnehmer können per Chat oder E-Mail untereinander und mit den Trainern interagieren. Eine weitere Unterscheidung im Bereich des E-Learnings ist die zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation, das heißt zwischen gleichzeitiger und zeitversetzter Kommunikation. Zu den synchronen Kommunikationsmedien zählen Chats und Videokonferenzen, bei denen die Teilnehmer zwar an verschiedenen Orten, aber dennoch gleichzeitig vor dem Bildschirm sitzen. Das hat den Vorteil, dass Teilnehmer sich direkt miteinander austauschen und auf Beiträge reagieren können. Allerdings ist der Erfolg synchroner Kommunikation stark von der Moderation des Trainers abhängig, denn Teilnehmer können, anders als im persönlichen Gespräch, ohne die subtilen nonverbalen Signale nur schwer erkennen, wann der Zeitpunkt passend ist, um einen Beitrag einzubringen. Zu den asynchronen Kommunikationsmedien gehören E-Mails und Webforen, bei denen Teilnehmer einen Beitrag verfassen können, wann es ihnen gerade passt. Dadurch ist ausreichend Zeit, um Inhalte zu durchdenken, Fragen auszuformulieren oder komplexe Gedankengänge nachzuvollziehen. Der Austausch wird automatisch dokumentiert und ist dann in den E-Mails oder Postings auf Foren nachlesbar. Nachteile asynchroner Kommunikation liegen darin, dass keine direkte Reaktion auf Beiträge möglich ist und längere Wartezeiten entstehen können. Außerdem muss auch hier der Trainer immer wieder auf den roten Faden hinweisen. E-Learning sorgte anfänglich für große Begeisterung, weil es sowohl für Teilnehmer als auch für Unternehmen viele Vorteile birgt. Für die Teilnehmer ist zum Beispiel angenehm, dass das Lernen im E-Learning ganz individuell auf sie zugeschnitten werden kann. Sie können selbstgesteuert und nach eigenem Tempo lernen und es gibt kein langweiliges Warten auf langsamere Teilnehmer. Individuelles Vorwissen kann berücksichtigt und bereits Bekanntes übersprungen werden. Lücken können in aller Ruhe geschlossen werden. Das Lernen ist zeit- und ortsunabhängig. Die Teilnehmer können sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause über das Internet lernen oder zu der Tageszeit, an der es ihnen am besten passt. Die Überprüfung des Lernerfolgs geschieht beim E-Learning schnell, unkompliziert und oft sogar automatisch. Die Software-Systeme können Leistungsdaten der Teilnehmer speichern, um den wachsenden Lernerfolg festzuhalten. Automatische Leistungsauswertungen oder elektronisch verabreichte und ausgewertete Tests verursachen zudem weniger Prüfungsängste als Klassenzimmer-Tests, bei denen eine Bloßstellung vor Trainern und Teilnehmern droht. In den Lernmodulen können zudem umfangreiche Wissensressourcen ohne einen Medienwechsel zur Verfügung gestellt werden. Die schnelle, unbegrenzte Distribution von Lehrmaterialien ohne räumliche Beschränkungen ist ein weiterer Vorteil. Für Unternehmen liegt der Hauptvorteil von E-Learning darin, dass enorme Kosten, Trainerkosten, Reisekosten, Spesen, Hotelkosten, Personalausfallkosten und viel Zeit eingespart werden können. Die Produktion einfacher E-Learning-Module ist günstig. Das E-Learning ist zudem von einer fast unbegrenzten Zahl von Mitarbeitern simultan nutzbar, sodass kein Trainingsstau entsteht. Einige Empfehlungen für den Einsatz des E-Learnings sind zum einen im folgenden Exkurs Neue Trainingsmedien und zum anderen im Web-Exkurs E-Learning auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Exkurs Neue Trainingsmedien Zu den neuen Trainingsmedien gehören der MP3-Player, der Personal Digital Assistant, PDA und auch das Mobiltelefon. Sie sind klein, tragbar und können bis zu mehreren Gigabyte speichern. Daher eignen Sie sich perfekt für das Training unterwegs und on the job. Sie können just in time bei akutem Bedarf eingesetzt werden, zum Beispiel um vor den Kundengesprächen spezifische Kenntnisse schnell aufzufrischen, um einige Minuten Leerlauf zu füllen, im Pendlerzug oder auf der Dienstreise. Auch zur Transfersicherung im Anschluss an ein Seminar oder E-Training sind die neuen Medien einsetzbar. Zusätzlich bietet das Lernen mit diesen trendigen Geräten einen Motivationskick. Das Mobile Learning, M-Learning, bietet vielfältige Möglichkeiten. Von der Erinnerungsfunktion des Mobiltelefons, die allmorgendlich an einen bestimmten Trainingsinhalt erinnern, bis hin zum ausgefeilten M-Learning-Programm, bei dem ganze Trainingssequenzen auf dem kleinen Helfer abgespielt werden. Einige Beispiele sind in Kauffeld 2010 zusammengetragen. Die Hotelkette Hilton verwendet MP3-Player mit Videofunktion, um über 5000 Mitarbeitern den richtigen Umgang mit Speisen und Getränken nahezubringen. Diverse zweiminütige Module können nach Bedarf abgespielt werden. Der Finanzdienstleister Capital One händigt seinen Mitarbeitern MP3-Player mit Audio-Lernprogrammen als Ergänzung zu Seminaren aus. Der MP3-Player ist zugleich Anreiz- und Lernmedium. Die Firma Tyco, Produzent von Sicherheits- und Brandschutzgeräten, bietet ihren Technikern auf dem PDA Flash-Simulationen zur Programmierung von Alarmanlagen. Amerikanische Universitäten wie Duke und Stanford bieten gratis MP3-Podcasts zu Themen wie Management-Techniken, Marketing, Frauen in Führungsrollen, Innovation und Globalisierung. Exkurs Ende Blended Learning als Mischung aus Präsenzseminaren und E-Learning entstand als Reaktion auf enttäuschte Erwartungen an den Einsatz von reinem E-Learning. Es soll die Vorteile des E-Learnings nutzen und gleichzeitig seine Nachteile ausgleichen. Ein Blended Learning-Konzept kann zum Beispiel die folgenden drei Phasen aufweisen. Erste Phase In der ersten Phase erarbeiten sich die Teilnehmer mit der Lernsoftware selbstständig einen gemeinsamen Wissensstand. Dies ist wichtig, um zusammen effektiv lernen zu können. Die erste Phase endet mit einem Test, der als Zulassungsvoraussetzung für das Training dient. Zweite Phase Während der zweiten Phase, dem Training, werden die zuvor erarbeiteten Lerninhalte vertieft, wiederholt und eingeübt. Die Teilnehmer verfügen über eine ähnliche Wissensbasis, sodass verhaltensbezogen trainiert werden kann. Auch während des Seminars kann die Lernsoftware bei der Vor- und Nachbereitung zum Einsatz kommen. Dritte Phase In der dritten Phase findet individuelles Coaching für die Teilnehmer statt. Jeder Teilnehmer wird persönlich in seinem Arbeitsumfeld bei der Umsetzung des Gelernten unterstützt. So wird ein erfolgreicher Transfer sichergestellt. Vergleiche ausführlich Kauffeld 2010 Implementierung von Trainingsprogrammen Für die Implementierung von Trainings ist es entscheidend, dass die Unternehmensleitung und die Mitarbeiter einem Training gegenüber positiv eingestellt sind und dass sie es unterstützen und annehmen. Hierzu tragen Informationen zum Zweck, zur Vorgehensweise und zu den Zielen des Trainings bei. Unabhängig von der gewählten Methode sind bei jedem Training die Phase vor, während und nach dem Training zu berücksichtigen. Im Folgenden wird auf die Pre-Training und auf die Post-Training-Phase eingegangen. Pre-Training Vor dem Training sollte es eine Vorbereitungsphase geben, die dazu führt, dass die Teilnehmer eine Lern- und Transferabsicht entwickeln können. Für jedes Training müssen alle wichtigen Stakeholder, einschließlich der Manager, der direkten Vorgesetzten, Trainees und Trainer, ein Verständnis dafür entwickeln, warum das Training durchgeführt wird und warum genau diese Teilnehmer ausgewählt wurden. Darüber hinaus sollte Einigkeit darüber herrschen, was im Training gelernt und was transportiert werden soll, Was die spezifischen arbeitsbezogenen Verhaltensergebnisse für die einzelnen Trainees sind, wie diese mit der Verbesserung der Arbeitsausführung verknüpft sind und wie die aus dem Training resultierenden Verhaltensergebnisse mit übergeordneten Ergebnissen verbunden sind. Dieses Verständnis ist wichtig, weil es die lern- und transferbezogene Motivation der Teilnehmer erhöht. Die im Vorfeld zu versendenden Informationen erläutern die Trainingsergebnisse, kommunizieren Erwartungen an die Verbesserung der Ausführung, kreieren eine geteilte Vision über die Wichtigkeit des Trainingsprogramms und verdeutlichen, was das Training für die einzelnen Teilnehmer erreichen kann und welche übergeordneten Ergebnisse angestrebt werden. Zur Unterstützung der organisatorischen Abwicklung des Trainings bieten sich oft Softwarelösungen an. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Learning Management Systeme. Exkurs Learning Management Systeme Learning Management Systeme sind intelligente Softwareprogramme zur Verwaltung von Trainings und zur Dokumentation des Lernfortschritts. Mit Hilfe der Software werden die Lernaktivitäten, wer ist in welchem Kurs eingeschrieben, der Lernerfolg, wer hat wann einen Kurs erfolgreich beendet, wer hat wie gut abgeschnitten und die Qualifikationen einzelner Mitarbeiter, wer hat was wo gelernt, festgehalten. Diese Informationen können Learning Management Systeme mit Trainingskosten, Umsatzzahlen oder ähnlichem in Verbindung setzen. Auch ein Leistungsbeurteilungsmodul kann integriert werden und die Programme können Vorschläge für geeignete Trainingsprogramme für einzelne Mitarbeiter machen. Durch die Verwendung solcher Systeme soll die Verwaltung vereinfacht werden. Exkurs Ende Post Training Nach dem Training müssen der Transfer und die Anwendung des Gelernten, die fortdauernde Übung und das Lernen bzw. Vertiefen in der Arbeit thematisiert werden. Ein gutes Training allein ist nicht ausreichend, um die vom Management gewünschten Erfolge zu bringen. Vielmehr ist die Einbettung in den Arbeitsalltag entscheidend. Andere Teilnehmer und Kollegen können eine wertvolle Quelle für Informationen, Rat und Unterstützung im Prozess des Lerntransfers sein. Eine Möglichkeit zum Networking zwischen den Teilnehmern sind Booster Sessions, Antreibersitzungen, in welchen eine Gruppe von Teilnehmern zusammenkommt, um Gelerntes zu besprechen und zu reflektieren, um Erfolge und Misserfolge zu teilen und um über erfolgreiche Transferstrategien zu sprechen. Diese Treffen sollten formalisiert werden. Strukturierte Sitzungen sollten von Trainern oder inhaltlichen Experten, die Erfahrung mit dem Lerntransfer haben, gefördert werden. Die Anzahl und Häufigkeit solcher Sitzungen ist von der Art des ersten Trainings abhängig. Sechs Wochen nach dem Training ist oft ein geeigneter Zeitpunkt, um den Transfererfolg zu reflektieren. Die Implementierung von Post-Training-Maßnahmen sollte zum Standard werden, sodass sich die Teilnehmer mit ihren Kollegen über das Thema und den Trainingstransfer vernetzen und beim Transfer voneinander profitieren können. Für die Praxis Um mit den Teilnehmern im Training effektiv arbeiten zu können, kann es sinnvoll sein, dass diese nicht nur mit klaren Erwartungen in das Seminar kommen, sondern auch formulieren können, was sie in die Veranstaltung einbringen wollen, was sie bereit sind, an Ressourcen zur Verfügung zu stellen und was sie geben wollen, damit das Seminar ein Erfolg wird. Dadurch wird die potenzielle Konsumentenhaltung der Teilnehmer aufgeweicht und die Selbstverantwortung der Teilnehmer am Trainingserfolg in den Fokus gerückt. Dafür kann es zum Beispiel hilfreich sein, dass Teilnehmer sich um ein Seminar bewerben müssen oder dass sie im Vorfeld eine E-Learning-Einheit bestehen müssen, um am Training teilnehmen zu können. Die Motivation der Teilnehmer ist ein entscheidender Prädiktor für den Erfolg einer Kompetenzentwicklungsmaßnahme. Siehe dazu Kauffeld und andere 2008. Praxisbeispiel Ende Die Evaluation des Trainings und vor allem die Beurteilung des Lerntransfers nach dem Training sind kritisch für einen effektiven Trainingsprozess, denn sie liefern Informationen, die wichtig für die laufende und systematische Verbesserung des Trainings und des Lerntransfers sind. Evaluationen und Beurteilungen helfen außerdem dabei, Manager bzw. direkte Abteilungsleiter, Teilnehmer und Trainer für die Lernverbesserung und den Transferprozess verantwortlich zu machen. Letztendlich kommuniziert dies die Wichtigkeit des Trainings und hilft dabei, eine Kultur zu kreieren, die das Lernen und dessen Anwendung bei der Arbeit wertschätzt. Inwieweit die genannten drei Phasen Pre-Training, Training und Post-Training bei der Konzeption und Durchführung eines Trainings berücksichtigt werden, kann als Qualitätsmerkmal für die ausgearbeiteten Konzepte gelten. Abschnitt 7.4 Evaluation Evaluationsstrategien Wie können Trainingsmaßnahmen evaluiert werden? In der Praxis können Evaluationen sehr unterschiedlich aussehen. Die folgende Übersicht enthält verschiedene Aspekte von Evaluationen, die berücksichtigt werden müssen. Zielsetzung Wozu dient Evaluation? Welche Ziele werden mit der Evaluation verfolgt? Wem nützt und wem schadet die Evaluation? Wie hieb- und stichfest müssen die Ergebnisse sein? Was passiert, jetzt und später, mit den Ergebnissen und Befunden? Dieser Aspekt umfasst die Funktion sowie die weitere Verwertung der Evaluation. Auftraggeber Wer wünscht die Evaluation? Wer ist der Auftraggeber und wer nutzt die Ergebnisse der Evaluation? Zum Beispiel Dozent, Personalentwickler, Unternehmensleitung, Trainingsteilnehmer und Wissenschaftler. Wer erhält die Ergebnisse der Evaluation? Auftragnehmer Wer führt die Evaluation aus? Es macht einen Unterschied, ob Trainer, Personalabteilung oder Teilnehmer die Evaluation durchführen oder ob externe Personen, zum Beispiel Wissenschaftler, von außen kommen und neutral Daten sammeln. Gegenstand Wer oder was wird evaluiert? Zur Auswahl stehen zum Beispiel Trainer, Trainingsmodule oder Teilkompetenzen, zum Beispiel Medieneinsatz, ebenso wie komplette Seminare oder gesamte Fortbildungsprogramme. Es werden beispielsweise die Teilnehmerzufriedenheit, der Lernerfolg, die Verhaltensänderungen am Arbeitsplatz, die Methodenvielfalt im Training, das Ausmaß der Teilnehmeraktivität, die Art und Qualität der Unterrichtsmaterialien oder die Angemessenheit der Interventionen erfragt. Methode Wie wird evaluiert? Für eine Evaluation werden Daten systematisch dokumentiert, um die Untersuchung, das Vorgehen und die Ergebnisse nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Erfolgsmaße Welche Messzahlen stehen zur Bewertung zur Verfügung? Welche Methoden kommen zum Einsatz, zum Beispiel Tests, Prüfungsaufgaben, Fragebögen, Interviews mit Chefs oder Kollegen, Beobachtung im Training oder am Arbeitsplatz, Auswertung von Dokumenten, zum Beispiel Einsatz bestimmter Formblätter, oder von Kennzahlen, zum Beispiel Fehlerquote, Produktivität? Welche Qualität haben die gesammelten Daten? Als Quellen werden interne Daten, sind Teile des evaluierten Systems, und externe Daten stehen außerhalb, herangezogen. Zeitpunkte Wann wird evaluiert? Eine Evaluation kann zu verschiedenen Zeitpunkten ansetzen, vor der Erprobung, während der Erprobung oder nach der Durchführung des Trainings. Ziele, Inhalte und Konzepte können vor Schulungsbeginn in Form einer Expertenrunde überprüft werden. Während des Trainings kann die Zufriedenheit der Teilnehmer mit einzelnen Modulen und Rahmenbedingungen erfragt werden. Nach Abschluss der Veranstaltung kann die Umsetzung des Gelernten in der Arbeit und deren Auswirkungen geprüft werden. Übersicht Ende In Abhängigkeit von der Zielsetzung der Evaluation wird im Folgenden zwischen der ergebnisbezogenen und der prozessbezogenen Evaluation unterschieden. Bei der ergebnisbezogenen Evaluation geht es um die Wirksamkeit einer Maßnahme. Es steht eine Entscheidung über ein oder mehrere, zum Beispiel alternative Trainingsprogramme, im Vordergrund. Es geht darum, betrieblichen Entscheidungsträgern die notwendigen Informationen bereitzustellen, ob ein Trainingsprogramm durchgeführt, reduziert oder zurückgezogen werden soll. Bei der prozessbezogenen Evaluation geht es darum, förderliche und hinderliche Faktoren zu identifizieren, die dazu führen, dass ein Trainingsprogramm wirkt oder nicht wirkt. Es geht außerdem darum, ein Trainingsprogramm zu optimieren. Ergebnisbezogene Evaluation Das bekannteste und in der Praxis am weitesten verbreitete, ergebnisbezogene Evaluationskonzept ist das Vier-Ebenen-Modell von Kirkpatrick, 1967. Es umfasst die vier Ebenen Reaktion, Lernen, Verhalten und Resultate. Reaktionsebene Sie gibt Auskunft über die Zufriedenheit der Teilnehmer. Oft wird dabei differenziert nach der Zufriedenheit mit dem Trainer, der Atmosphäre, den Inhalten, der Form etc. Als Antwortformat werden oft sogenannte Happy Sheets vorgegeben. Die Teilnehmer kreuzen anhand von vorgegebenen Smileys an, wie zufrieden sie mit verschiedenen Aspekten der Seminardurchführung waren. Da sich viele Fragen der Happy Sheets faktisch auch auf kulinarische Aspekte des Seminarumfelds bezogen, wurden diese spöttisch teilweise auch als Schnitzelfragen bezeichnet. Die Reaktionsebene wird auch als Happiness-Index bezeichnet. Neben einer schriftlichen Bewertung am Ende des Seminars kann auch eine Befragung mit zeitlichem Abstand zum Seminar erfolgen. Ferner sind Feedback-Runden zum Trainingsabschluss üblich. Gruppendiskussionen oder die telefonische Nachbefragung der Teilnehmer werden ebenfalls genutzt. Lernebene Hierzu zählen zum Beispiel der Wissenszuwachs und die Einstellungsänderung. Wissenszuwächse werden in der Regel mit Wissenstests abgeprüft, die jedoch nicht für alle Fortbildungsformen leicht anwendbar sind. Bei verhaltensorientierten Trainings ist beispielsweise weit mehr als die Kenntnis bestimmter Techniken abzuprüfen. Für maßgeschneiderte Interventionen müssten daher spezifische Tests entwickelt werden. Verhaltensebene Diese Ebene bezieht sich auf den Transfererfolg und umfasst Veränderungen im Arbeitsverhalten. Sie entspricht der Umsetzung und Generalisierung des Gelernten am Arbeitsplatz und gibt an, inwieweit der Transfer vom Lernen ins Arbeitsfeld gelungen ist. Um Aussagen über Verhaltensänderungen zu bekommen, sind Beobachtungen das Mittel der Wahl. Vergleiche zum Beispiel Kauffeld 2006 oder Ertenbeck und von Rosenstiel 2007. Ferner werden Transferbedingungen oder Interviews der Teilnehmer, ihrer Vorgesetzten oder Kollegen genutzt. Auch Arbeitsanalysen oder Ausgaben über die Arbeitsleistung können zur Evaluation auf der Verhaltensebene herangezogen werden. Resultatsebene Hier werden die Auswirkungen des geänderten Verhaltens in Form objektiver Leistungskriterien und Kennzahlen der Organisation gemessen. Es gilt festzustellen, inwieweit Organisationsziele aufgrund der Maßnahme erreicht wurden. Dabei wird in der Regel versucht, betriebliche Kennzahlen zu berücksichtigen. Eine klare Zuschreibung der Kennzahlen zu den Effekten einer Fortbildung ist jedoch nicht trivial, da in Unternehmen viele Prozesse parallel ablaufen und wirken. Modifikationen des Modells schlagen die Berücksichtigung einer fünften Ebene vor. Return on Investment Siehe dazu Philips 1999 Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Return on Investment Exkurs Return on Investment Der ROI ist eine Kennzahl, die Kosten und Nutzen einer Trainingsmaßnahme in Verhältnis zueinander setzt. Bei der Berechnung des Return on Investment wird davon ausgegangen, dass ein Training behandelt werden kann, wie jede andere unternehmerische Investition auch. Die Auswirkungen des Trainingsprogramms müssen in Euro gemessen und die Ergebnisse dokumentiert werden, um weiterführende Investitionen zu begründen. Dabei werden zunächst alle Programmkosten, z.B. Personal-, Betriebs- und Materialkosten, in Geldeinheiten erfasst. Die Programmwirkungen werden bei der Kosten-Nutzen-Analyse in monetäre Einheiten überführt, um den Nettonutzen, Differenz zwischen Nutzen und Kosten des Programms, zu ermitteln. Die Formel für den Return on Investment lautet Return on Investment ist gleich monetärer Nutzen der Trainingsmaßnahme geteilt durch die Kosten der Trainingsmaßnahme. Eine Übersicht zur Berechnung des Return on Investment zeigt der WebExkurs Checkliste zur Berechnung des ROI. Ein Anwendungsbeispiel finden Sie im WebExkurs Beispiel einer Kosten-Nutzen-Analyse auf www.lehrbuch-psychologie.de. Exkurs Ende Bislang sind Trainingsevaluationen primär auf die Ebenen Reaktion und Lernen fokussiert. Während 78% der Unternehmen Zufriedenheitserfolg messen, sind es beim Lernerfolg nur noch 32%. Für den Transfererfolg interessieren sich nur noch 9% und für den Unternehmenserfolg lediglich 7%. Die Evaluation mit Happy Sheets am Seminarende ist beliebt, da der Aufwand sehr gering ist. Die Reaktionsebene, die oft als einzige Evaluationsebene betrachtet wird, hat jedoch nur geringe Aussagekraft. Zum einen zeigt die Praxis, dass es Trainern durch die Instruktion der Teilnehmer in der Regel nicht schwerfällt, traumhafte Bewertungen zu erzielen. Die Zufriedenheitsbewertungen liegen oft am oberen positiven Ende der Bewertungsskala. Zum anderen hängt Zufriedenheit mit einem Training kaum mit dem Lernerfolg und dem Transfererfolg zusammen. In zwei Fallstudien zeigt Meier 2003, dass ein Trainingsprogramm, welches zur Zufriedenheit der Teilnehmer führt, nur wenige Konsequenzen in ihrem Verhalten aufweist. Dagegen bringt ein Training, in dem die Teilnehmer an ihre Grenzen gebracht und konfrontiert werden, diese dazu, das Training nicht hochzufrieden zu verlassen, langfristig aber ihr Verhalten zu ändern. Die hierarchische Anlage des Vier-Ebenen-Modells von Kirkpatrick 1994 muss daher in Frage gestellt werden. Die implizierten, kausalen Bedingungen zwischen den Ebenen konnten in Forschungsarbeiten zudem nicht nachgewiesen werden. Siehe dazu Aliga und Janak 1989 und Aliga und Andere 1997. Beim Einsatz von Happy Sheets bleibt die Frage, ob der Transfer durchgeführter Schulungs- bzw. Trainingsmaßnahmen gelungen ist, unbeantwortet. So kann erst von Transfer gesprochen werden, wenn die Anwendung und Generalisierung neuen Wissens, neuer Fähigkeiten oder Fertigkeiten in der Arbeit geglückt ist. Ein Instrument zur ökonomischen Messung des Fortbildungserfolgs stellt das Maßnahmen-Erfolgsinventar dar, abgekürzt MEI. Für eine Weiterentwicklung siehe auch Grohmann und Kauffeld 2013. Beim Maßnahmen-Erfolgsinventar fungieren die vier Ebenen von Kirkpatrick 1994 als Rahmenmodell. Unverzichtbar ist dabei die Festlegung von Sollgrößen, um im Nachhinein bewerten zu können, ob die Ziele erreicht wurden. Welche Ausprägung des Zufriedenheitswertes wird als Erfolg verbucht? Wie muss der Wissenstest ausfallen, um von einem positiven Lernergebnis sprechen zu können? Eine Reduzierung der Durchlaufzeit, um welchen Wert, wird als Erfolg definiert? Welcher Wert in der Neukundengewinnung lässt auf einen Erfolg der Trainingsmaßnahme schließen? Neben dem Vorher-Nachher-Vergleich sind Kontrollgruppen oder der Vergleich mit anderen Unternehmen, Benchmarking, in Erwägung zu ziehen. Lesen Sie dazu auch den Webex-Kurs »Was muss bei der Evaluation berücksichtigt werden?« auf www.lehrbuch-psychologie.de Prozessbezogene Evaluation Bei der ergebnisbezogenen Evaluation wird häufig übersehen, dass das Ergebnis nur Aussagen darüber zulässt, ob das Training einen Nutzen hat oder nicht. Doch was passiert, wenn die Ergebnisse nicht optimal ausfallen? Ursachen für den nicht erfolgten Transfer werden in der Regel nicht geliefert. Welche Faktoren den Lerntransfer behindern und wo Stellschrauben im Prozess sind, bleibt im Dunkeln. Wenn gewünschte Ergebnisse nicht erzielt wurden, ist jedoch die Suche nach Ursachen nicht nur eine interessante Forschungsfrage, sondern auch ein wichtiger Schritt, um Trainingsprogramme zu verbessern und strategische Entscheidungen zu treffen. Neben mangelnden, motivationalen oder kognitiven Voraussetzungen der Teilnehmer sind vor allem Transferprobleme zu berücksichtigen, die im Training selbst begründet liegen, wie zum Beispiel die mangelnde Übereinstimmung zwischen Trainingsinhalten und den Anforderungen der Praxis. Darüber hinaus geraten vor allem Merkmale der Arbeitsumgebung in den Fokus. Transferprobleme können im Vorfeld der eigentlichen Trainingsmaßnahmen auftreten, wenn zum Beispiel die Trainingsteilnehmer nur unzureichende Informationen über Sinn und Zweck des Trainings erhalten haben. Barrieren des Transfers können sich nach erfolgter Trainingsmaßnahme im Arbeitsumfeld manifestieren, beispielsweise aufgrund der mangelnden Verstärkung und Bestätigung des Teilnehmers bei der Ausübung seines neu erlernten Wissens am Arbeitsplatz. Häufig sind sich Vorgesetzte oder Kollegen von Trainingsteilnehmern nicht bewusst, wie wichtig ihre Unterstützung für den Trainingsteilnehmer ist. Ferner wird übersehen, dass die Anwendung neuen Wissens und neuer Fähigkeiten zu Beginn der Umsetzung zusätzlichen Zeitaufwand und Mühe kostet. Eine hohe Arbeitsbelastung kann den Transfer der Trainingsinhalte in die Arbeit behindern. Kommt der Teilnehmer von einem Seminar zurück, sollte er nicht in den nächsten Tagen mit Unmengen von E-Mails und Notizzetteln zu kämpfen haben und im Akkord arbeiten müssen, denn die Gefahr wäre aufgrund der mangelnden Transferkapazität groß, dass er weitermacht wie gehabt. Bei E-Learning-gestützten oder unterstützten Trainingsprogrammen muss darüber hinaus die Technik berücksichtigt werden. Wie geübt ist ein Teilnehmer beim Technikeinsatz? Wie ist seine Einstellung zur IT-Nutzung? Bislang gab es kaum Versuche, die transferrelevanten Faktoren in ihrer Gesamtheit bzw. in ihrem komplexen Beziehungsgefüge zu erfassen. Somit existiert eine Vielzahl verschiedener Maße unterschiedlichster und teils fragwürdiger psychometrischer Qualität, die eine Verallgemeinerung der Ergebnisse verschiedener Studien fraglich machen und Schlussfolgerungen über zugrunde liegende Konstrukte uneinheitlich und schwierig gestalten. Siehe zum Beispiel Ruona und andere 2002 und Blume 2010. Zusammenfassend fehlte es bisher an Erklärungsansätzen, Optimierungskonzepten und standardisierten psychometrisch überprüften Messinstrumenten. Um diese Lücke zu schließen und so eine Untersuchung der angenommenen, den Lerntransfer beeinflussenden Faktoren zu ermöglichen, entwickelten Holten und andere 2000 das Lerntransfer-Systeminventar. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Lerntransfer-Systeminventar. Exkurs LTSI Das Lerntransfer-Systeminventar Beim Lerntransfer-Systeminventar handelt es sich um ein global validiertes Messinstrument zum Lerntransfer. Angelehnt an das Modell von Baldwin und Ford 1988 werden im Lerntransfer-Systeminventar neben Merkmalen der Teilnehmer und des Trainings vor allem Merkmale der Arbeitsumgebung fokussiert. Es gibt elf spezifische Faktoren, die sich direkt auf eine speziell zu evaluierende Kompetenzentwicklungsmaßnahme beziehen und fünf generelle Faktoren, die für verschiedene Veranstaltungen gelten, welche den Lerntransfer beeinflussen können. Durch den Einsatz des Lerntransfer-Systeminventars können potenzielle Barrieren für den Transfer der Trainingsinhalte in die Arbeit erkannt werden. Das Lerntransfer-Systeminventar dient Sowie der Sensibilisierung von Trainern und Vorgesetzten für Transferprobleme. Exkurs Ende Potenzielle Ansatzpunkte für die Optimierung des Transfers lassen sich aus der prozessbezogenen Evaluation aufspüren. Niedrige Werte auf einem Faktor sollten dabei nicht zu vorschnellem Aktionismus führen. Zuerst sollte in einem zusätzlichen Schritt analysiert werden, welche Bedeutung der Faktor im Zusammenspiel mit den anderen Faktoren in der speziellen Organisationskultur hat. Erst wenn klar ist, dass der betreffende Faktor für das Transfersystem der speziellen Organisation von Bedeutung ist, kann mit der Planung von Veränderungen vorangeschritten werden. Im Webex-Kurs Ideen zur Optimierung des Transfers auf der Lehrbuch-Website sind Optimierungsmöglichkeiten den einzelnen Faktoren zugeordnet. Die einzelnen Optimierungen werden in der Regel mehr als einen der Erfolgsfaktoren für den Transfer beeinflussen. Im Folgenden sind vier konkrete Ansatzpunkte beschrieben, die sich sowohl auf fachliche als auch auf überfachliche Seminare anwenden lassen. 1. Bewerbung für die Teilnahme am Training Wenn eine Bewerbung für die Teilnahme an dem Training nötig ist, werden die potenziellen Teilnehmer sich im Vorfeld mit der Maßnahme auseinandersetzen. Denn Lernen funktioniert besser, wenn jemand ein Ziel verfolgt und sich dafür Wissen und Fähigkeiten aneignet. Lernen auf Anordnung dagegen führt nicht weit. Seine Entwicklung kann jeder nur selbst verantworten. Die Bewerbung für ein Training sollte zum einen dazu führen, dass die Erwartungen der Trainingsteilnehmer klarer werden, zum anderen könnte dies aber auch die Transfermotivation steigern. 2. Intervalltrainings Intervalltrainings, in denen Lern- und Anwendungsphasen in der Arbeit unterbrochen werden, stellen eine transferförderliche Möglichkeit der Trainingsgestaltung, LTSI-Faktor Transferdesign, dar, sind aber gleichzeitig eine Möglichkeit, die empfundene Jobübereinstimmung zu erhöhen, indem Gelerntes direkt ausprobiert wird und Transferhemmnisse in die nächste Veranstaltung eingebracht werden können. Siehe Kauffeld und Lehmann-Willenbrock 2010 3. Transferprojekt Bei der Entwicklung eines Projektes am Ende des Seminars geht es primär darum, die Transfermotivation zu steigern. 4. Unterstützung on the job durch Trainer Über das Training hinaus gehen auch Vorschläge zur Praxisbegleitung. Beispielsweise kann der Trainer sich nach Beendigung des Seminars am Arbeitsplatz der Teilnehmer von der Art und Weise der Umsetzung des persönlichen Projektes überzeugen. Wann und in welcher Form dies geschieht, sollte schon am ersten Trainingstag besprochen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Auftraggeber diese Form der Rückmeldung wünscht. Als Beispiel kann das Transfercoaching angeführt werden. Der Teilnehmer wird durch den Trainer an seinem Arbeitsplatz beobachtet. Der Seminarteilnehmer bekommt im Anschluss eine Rückmeldung vom Trainer. Im Anschluss an das Feedback werden die persönlichen Ziele verändert, erweitert oder erneuert. Ein Beispiel für ein Transfercoaching ist im Folgenden dargestellt. Vergleiche Neininger und Kauffeld 2009 Eine Alternative wäre ein Transfertag, bei dem sich die Seminarteilnehmer in der Gruppe vor Ort treffen und ihre Transfererfolge resümieren. Interviews am Trainingsende Wenn eine Begleitung über das Training hinaus nicht möglich ist, können die Teilnehmer am Ende des Trainings zu ihrem antizipierten, erfolgreichen Transfer interviewt werden, um die Transfermotivation zu steigern. Ziel dieser Aufgabe ist es, bei den Teilnehmern das Gefühl nach dem Transfer herzustellen, als wäre das Vorhaben schon abgeschlossen. Das gesamte Plenum wird in Interviewer und Befragte aufgeteilt, sodass die Interviews spontan in Paaren durchgeführt werden können. Möglich ist dabei der symbolische Einsatz von Mikrofonen, die nach zehn Minuten beim Rollentausch an den Partner übergeben werden. In den Interviews können Fragen bezüglich der Zeit nach dem Seminar, der Umsetzung des Gelernten, des Umgangs mit der Arbeit sowie Problemen und Veränderungen gestellt werden. Die gemachten Erfahrungen der Teilnehmer werden nach den Interviews im Plenum besprochen. Der Austausch kann auch als Pressekonferenz organisiert werden, in der die Teilnehmer nach ihren Transfererfahrungen befragt werden und darlegen sollen, wie sie zum besten Mitarbeiter oder zum besten Team im Unternehmen geworden sind. Bei der Umsetzung dieser Aufgabe muss darauf geachtet werden, dass die Teilnehmer nicht in die Gegenwartssprache zurückfallen oder die Aufgabe ausschließlich für humorvolle Einlagen nutzen. Hilfreich kann dabei der Einsatz eines Flipchart-Bogens als Kalenderblatt mit dem entsprechenden Zukunftsdatum sein. Die SIG AG, Hersteller von Sensoren, setzt die Methode des Transfercoachings ein, um sicherzustellen, dass Seminarinhalte auch in den Arbeitsalltag integriert werden. Dazu wird das klassische Seminar um die Komponente des Transfercoachings erweitert. Transfercoaching bedeutet eine individuelle Beratung der Seminarteilnehmer im Arbeitsalltag. Das Transfercoaching beginnt schon vor dem Seminar. In einem sogenannten Einstiegscoaching werden gemeinsam mit dem persönlichen Coach der Veränderungsbedarf analysiert und konkrete Veränderungsziele festgelegt. Zwei Wochen nach dem Seminar startet das Veränderungscoaching. In maximal vier über mehrere Monate verteilten Sitzungen unterstützt der Coach die Mitarbeiter bei der Anwendung von Seminarinhalten, der Konkretisierung des Gelernten, der Überwindung von Hindernissen und Rückschlägen sowie bei der Anwendung und Abgleichung des Erreichten mit den vorher festgelegten Zielen. Ohne Transfercoaching werden diese Aufgaben alleine und oft eher nebenbei erledigt. Durch die Beratung werden sie dagegen in den Mittelpunkt gerückt und die Teilnehmer erhalten individuell die Unterstützung, die sie benötigen. Die SIG AG bietet das Transfercoaching ihren Mitarbeitern gratis und auf freiwilliger Basis an. Worauf könnte die Wirksamkeit des Transfercoachings zurückzuführen sein? Vermutlich spielen dabei folgende Faktoren eine Rolle. Die Teilnehmer entkommen ihrer Rolle als passive Stoffdurchkauer. Sie bekommen die Gelegenheit, selbst aktiv mit dem Lernstoff umzugehen. Die Teilnehmer bekommen eine intensive Beratung und Feedback zum Anwendungserfolg und sind nicht mehr auf sich alleine gestellt. Die Unterstützung ist ganz auf die individuelle Situation zugeschnitten. Abstraktes kann so konkret umgesetzt werden. Die langfristige Betreuung führt dazu, dass die Teilnehmer über einen langen Zeitraum lernen und üben, statt nur in wenigen Tagen komprimiert etwas einzupauken. Das Lernen geschieht anhand praktischer Probleme, die für die Teilnehmer von Bedeutung sind. Die Bedeutung des Lernens und der Anwendung von Inhalten wird den Teilnehmern immer wieder ins Bewusstsein gerufen. Durch die Unterstützung des Transfercoachings seitens der Firmenleitung wird eine veränderungs- und lernunterstützende Atmosphäre geschaffen. Vergleiche Behrendt und andere 2007. Beispiel Ende Darüber hinaus wurde die Führungskraft in verschiedenen Studien immer wieder als wesentlicher Erfolgsfaktor identifiziert. In Tabelle 7.4 des gedruckten Lehrbuches sind verschiedene Handlungsempfehlungen für Führungskräfte zusammengetragen, die förderlich auf den Lerntransfer wirken. Vergleiche auch Machin 2002 sowie Johannes und Kauffeld 2009. Es werden Empfehlungen für die Zeiträume vor, während und nach dem Training gegeben. Besonders vor und nach dem Training hat die Führungskraft Ansatzpunkte, um zum Lerntransfer ihrer Mitarbeiter beizutragen. Die Empfehlungen während des Trainings kommen vor allem dann zum Tragen, wenn die Führungskraft selbst als Trainer seiner Mitarbeiter fungiert. Darüber hinaus kann die Führungskraft optimalerweise bei der Bedarfsanalyse Einfluss auf Inhalte und Formen des Trainings nehmen. Dies ist auch bei Orientierungsgesprächen, in die sie bei größeren Trainings- oder Teamentwicklungsmaßnahmen eingebunden sein sollte, möglich. Vergleiche zum Beispiel Kauffeld und andere 2009. Die Rolle von Führungskräften wird an dieser Stelle erweitert. Neben der Personalentwicklung ist es die Aufgabe von Führungskräften, ihren Mitarbeitern als Lernberater zur Verfügung zu stehen. Mitarbeiter brauchen jemanden, der mit ihnen diskutiert, wie sie am besten vorgehen. Für die Führungskraft bedeutet dies, Fragen zu stellen und dem Mitarbeiter zu helfen, sich eigener Lernmethoden bewusst zu werden. Die Führungskraft muss davon überzeugt sein, dass sein Mitarbeiter entwicklungsfähig ist und ihm dies signalisieren. Vor allem gilt dies auch für ältere Mitarbeiter. Wer häufig hört, dass er kaum entwicklungsfähig sei, hört auf, sich anzustrengen. Darüber hinaus ist die Führungskraft verpflichtet, mit dem Mitarbeiter Standortbestimmungen vorzunehmen, Lernfortschritte zu bewerten und Unterstützung beim Transfer zu leisten. Um Ergebnis- und prozessbezogene Evaluationsansätze zu koppeln, wurde das Adaptive Evaluation System for Training entwickelt, siehe Kauffeld 2009. Mithilfe der zugehörigen Software werden maßgeschneiderte Befragungen generiert. Die Evaluationsergebnisse helfen zum einen zu entscheiden, ob eine Maßnahme fortgeführt oder eingestellt werden sollte, zum anderen erlaubt dieses Wissen, Trainingsmaßnahmen mit den geeigneten Stellschrauben zu verbessern. Studien zeigen, dass Führungskräfte Informationen über finanzielle Ergebnisse der Trainings gegenüber Anekdotenhaften bevorzugen, und zwar unabhängig von den berichteten Effekten des Programms. Siehe dazu Metzen 2003. Nichtsdestotrotz müssen Impulse für die Steuerung des Geschehens gewollt sein. Nicht selten laufen groß angelegte Evaluationen ins Leere, weil mikropolitisch längst andere Entscheidungen getroffen wurden. Neben den beiden Hauptfunktionen Qualitätsmessung und Optimierung haben Evaluationen oft verdeckte weitere Funktionen. Damit befinden sich Trainingsevaluationen in guter Gesellschaft mit anderen Beratungsdienstleistungen. Vergleiche Jonas und andere 2007. Ein Überblick Verdeckte Funktionen von Evaluationen Personen kontrollieren und disziplinieren Evaluationen kontrollieren und disziplinieren Abteilungen, Dozenten und Kursteilnehmer. Aus der Schulzeit kennt man die Tests mit Strafcharakter. Auch machen sie oft Machtverhältnisse deutlich. Dokumentation und Rechtfertigung Mit glänzenden Ergebnissen einer Evaluation lässt sich die Arbeit einer Schulungsmaßnahme besonders gut herausstellen. Das hilft bisherigen oder künftigen Aufwand besser zu legitimieren. Bei dieser Evaluationsfunktion kommt der Formulierung und Gestaltung sowie der Präsentation der Befunde besondere Bedeutung zu. Hochglanz und Festschriftcharakter Didaktische Verstärkung Indem im Abschluss- bzw. Umsetzungsfeedback noch bestimmte inhaltliche Aspekte der Lehrveranstaltung abgefragt werden, werden das Erinnern unterstützt und der Transfer gestärkt. Von heißen Eisen ablenken Cooling out Gelegentlich erfüllt eine groß- und langfristig angelegte Evaluation den Zweck, Zeit zu gewinnen. Anstehende, aber unerwünschte Entscheidungen lassen sich leichter aufschieben, wenn man auf wissenschaftlich fundierte Ergebnisse wartet und bis dahin verliert das brisante Thema hoffentlich an Brisanz. Evaluationsbefunde werden vieldeutig interpretiert, da man vermieden hat, sich auf eindeutige Zielgrößen und Cut-off-Werte festzulegen. Fast jede Entscheidung ist zu rechtfertigen. Diese Strategie hofft auf den Cooling-out-Effekt. Aus systematischer Sicht stößt die Evaluation im Unternehmen einen Prozess an. Diesen gilt es für die Befragung und die Rückspiegelung von Ergebnissen zu nutzen. Die Evaluation kann eine Diskussion darüber anstoßen, durch welche Art und Weise sich der Austausch über die Umsetzung der Trainingsinhalte im Unternehmen maximal fördern lässt. Für den direkten Nutzen ist es interessant, zu überlegen, wie die Art der Fragen das Nachdenken der Teilnehmer über sich selbst und damit den Selbstkenntnisprozess unterstützen kann. Fragen sollten offen angelegt sein, um den Austausch mit den Teilnehmern im Training sowie den Kollegen und Vorgesetzten in der Arbeit anzuregen. Optimal angelegte Evaluationen können dies miteinander verbinden und einen hohen Nutzen stiften. Überblick Ende Abschnitt 7.5 Stärken und Schwächen der Personalentwicklung Abschließend sollen mithilfe einer SWOT-Analyse aus dem Englischen für Strength, Stärken, Weakness, Schwächen, Opportunities, Chancen und Threats, Gefahren, sowohl innerbetriebliche Stärken und Schwächen als auch externe Chancen und Gefahren der Personalentwicklung betrachtet werden. Vergleiche auch MAIFA 2010 sowie Tabelle 7.5 des gedruckten Lehrbuches. Zu dieser Analyse passen die fünf Ausrichtungen der Personalentwicklung, die sich Personalentwicklungsspezialisten bis 2020 ganz besonders wünschen. 1. Die Berücksichtigung des impliziten Wissens, Erfahrungswissens im Sinne des Wissensmanagements. 2. Das Training älterer Arbeitnehmer und ihre enge Zusammenarbeit mit Jüngeren. 3. Die Verzahnung von Personalentwicklung und Eignungsdiagnostik. 4. Die Verbindung der Personalentwicklung mit der Organisationsentwicklung und Personalauswahl. 5. Die Anbindung an zentrale Steuerungsfunktionen im Unternehmen. Siehe dazu Schermuli und andere 2012. Während viele Personalentwicklungsinstrumente vorhanden und etabliert sind, die Personalentwicklung ein Dienstleistungsverständnis entwickelt hat und diesem nachkommt, bleiben Fragen zur strategischen und impulsgebenden Personalentwicklung an vielen Stellen offen. Crew Resource Management Training High-Responsibility Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf einem extrem hohen Zuverlässigkeitslevel handeln müssen. Sie haben eine hohe Verantwortung für das Leben und die Gesundheit von Menschen und für den Schutz der Umwelt. High-Responsibility Teams sind zum Beispiel in der Luftfahrt, der Polizei, der Feuerwehr, in der medizinischen Versorgung oder der Kernenergie verbreitet. Siehe dazu zum Beispiel Kluge und andere 2009. Je besser die Teams zusammenarbeiten, desto mehr Menschenleben können gerettet werden. Da ca. 70% der Unfälle in der zivilen Luftfahrt und 80% der Unfälle in der Medizin auf menschliches Versagen zurückgehen, sind High-Responsibility Teams aufgrund ihrer Verantwortung für das Leben und die Gesundheit vieler Menschen für Teamentwicklungsmaßnahmen eine besonders wichtige Zielgruppe. Siehe Müller und andere 2006. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Was zeichnet High-Responsibility Teams aus? Exkurs Was zeichnet High-Responsibility Teams aus? High-Responsibility Teams heben sich durch ihre hohe Verantwortung von anderen Teamformen ab. Die Ergebnisse von High-Responsibility Teams sind in der Regel nicht mehr umkehrbar. Begonnene Aktionen können meist nicht mehr abgebrochen werden. Ihre Arbeit betrifft häufig die körperliche und psychische Gesundheit vieler Menschen. High-Responsibility Teams stehen unter hohem zeitlichen und auch öffentlichem Druck, sodass sie meist ohne Unterbrechung, kaum Pausen, arbeiten. Exkurs Ende High-Responsibility Teams müssen unter anderem ad hoc und sofort einsetzbar sein und zum Teil mit bis dahin unbekannten Teammitgliedern zusammenarbeiten. Eine Teamentwicklung zur Herausarbeitung der Rollen im Team, zum Festlegen von Spielregeln in der Zusammenarbeit oder zur Reflexion von Strategien kommt für sie daher nicht in Frage. Siehe dazu Hagemann und andere 2011. Vor diesem Hintergrund wurde ein spezielles Training für solche Teams entwickelt. Das Crew Resource Management Training Ziel dieser Trainings ist es, die effektive Nutzung aller verfügbaren Ressourcen, zum Beispiel Menschen, Ausrüstung oder Informationen, zu trainieren, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und so die Leistung zu erhöhen. Dazu werden systematische Optimierung und Standardisierung von Abläufen, Verfahren und der Kommunikation zwischen den Besatzungsmitgliedern eingeübt. Die Reduktion der Wahrscheinlichkeit für mögliche menschliche Fehler steht häufig im Fokus dieser Trainings. Es sollen Fähigkeiten gefördert werden, die helfen, Fehler zu vermeiden, sie frühzeitig zu entdecken und ihre möglichen negativen Folgen zu reduzieren. Für Details, siehe Salas und andere 2006. Um eine zielgruppenspezifische Übertragung des aus der Luftfahrt stammenden Trainings für andere High-Responsibility-Teams zu ermöglichen, ist es wichtig, die unterschiedlichen Arbeitskontexte der High-Responsibility-Teams und die unterschiedlichen Anforderungen an diese Teams zu berücksichtigen. Das Team-Arbeit-Kontext-Analyse-Inventar von Hagemann und anderen 2001 ermöglicht eine Anpassung der Inhalte eines Crew-Resource-Management-Trainings, um einen Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag zu gewährleisten. Lesen Sie dazu mehr im Webex-Kurs Team-Arbeit-Kontext-Analyse-Inventar auf www.lehrbuch-psychologie.de Effekte von Teamentwicklungsmaßnahmen Abschließend stellt sich die Frage, inwiefern sich für Unternehmen der Einsatz von Teamentwicklungsmaßnahmen tatsächlich lohnt. Da diese auch immer mit Kosten und Zeitaufwand verbunden sind, ist es von Bedeutung, einen Nachweis für die Verbesserung der Teamleistung durch diese Maßnahmen zu erbringen. Eine Meta-Analyse von Salas und Kollegen aus dem Jahr 1999 konnte kaum signifikante Effekte von Teamentwicklungsmaßnahmen auf die Teamleistung aufzeigen. Die Effekte variierten mit der Art und Weise, wie die Leistung operationalisiert wurde. Objektive Leistungsmessungen zeigten keine signifikanten Leistungseffekte, während das subjektive Leistungsempfinden durch Teamentwicklungsmaßnahmen tendenziell, wenn auch gering, gesteigert werden konnte. Deutlich positivere Ergebnisse zeigen hingegen neuere Studien. In einer aktuellen Meta-Analyse von Klein und Anderen 2009 korrelieren alle Teamentwicklungsmaßnahmen Foki auf Zielsetzung, interpersonelle Beziehungen, Problemlösung und Rollenklärung signifikant positiv mit den Output-Variablen. Dieser Zusammenhang beträgt mit R ist gleich 0,31. Insbesondere affektive Gruppenmerkmale, zum Beispiel Vertrauen oder Team-Potency und prozessbezogene Veränderungen, zum Beispiel in den Bereichen Koordination und Kommunikation, wurden laut Korrelationen von 0,44 von Teamentwicklungsmaßnahmen beeinflusst. Die Maßnahmen zur Zielsetzung erreichen mit R ist gleich 0,37 die höchste Korrelation der Teamentwicklungsmaßnahmen mit allen Output-Variablen, gefolgt von der Rollenklärung im Team mit R ist gleich 0,35. Eine Studie von Hemmelmann und van Dijk 2013 bestätigt die positiven Effekte von Teamentwicklungsmaßnahmen. Die Identifikation, die soziale Unterstützung und die kollektive Selbstwirksamkeit konnten durch die Maßnahmen verbessert werden, während sich in einer Kontrollgruppe über denselben Zeitraum keine Änderungen zeigten. Die unterschiedlich starken Zusammenhänge zwischen bestimmten Maßnahmen und Ergebnissen legen nahe, dass nicht alle Teams von denselben Teamentwicklungsmaßnahmen gleichermaßen profitieren, sondern dass eine gezielte Auswahl der Intervention notwendig ist. Dies zeigt die Bedeutung des Einsatzes eines geeigneten Instruments der Teamdiagnose auf. Vergleiche Kauffett 2001. Kapitel 9 Interkulturelle Kommunikation und Kooperation von Simone Kauffelt und Ramona Thomas Fallbeispiel Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil eines Beraterteams. Sie wurden beauftragt, dem Senior Management des Hydropolis Unterwasserhotels in Dubai zu helfen, die Unternehmensexpansion voranzutreiben und dabei weitere Herausforderungen, denen das Unternehmen gerade gegenüber steht, zu lösen. Ihnen stehen folgende Informationen zur Verfügung. 1. Allgemeines Hydropolis ist eines der ersten Unterwasserhotels der Welt, Im gedruckten Buch ist das Hotel in Abbildung 9.1 dargestellt. Das Hydropolis liegt 20 Meter unter der Wasseroberfläche im Arabischen Golf. Durch einen Tunnel aus Plexiglas ist die Unterwasseranlage mit der Landstation des Hotels verbunden. Auf einer riesigen Fläche von 260 Hektar, die vergleichbar ist mit der Größe von etwa 364 Fußballfeldern, sind 220 luxuriöse Hotelsuiten entstanden. Das Unterwasserhotel existiert seit 2009 und gilt als eines der exklusivsten Reiseziele der Welt. Zusätzlich zu den Hotelgästen wird die Sehenswürdigkeit täglich von ca. 3000 Touristen besucht. Für die nächsten fünf Jahre ist eine Kette von weiteren Unterwasserhotels in anderen Ländern mit jeweils einzigartigem Design geplant. 2. Personalstruktur Das Hydropolis beschäftigt 1000 Personen in den Bereichen Hotel, Gastronomie und Küche, Gesundheit, Wellness, Animation, Architektur und Landschaftsgärtnerei. Die Mitarbeiter kommen aus 40 unterschiedlichen Ländern und weisen entsprechend viele Nationalitäten auf. Der Hoteldirektor und seine engste Führungsriege des Senior Management kommen alle aus Griechenland. Typischerweise haben die meisten Angestellten Verträge von einer Dauer zwischen 6 und 10 Monaten. Nach einer vierwöchigen bis zweimonatigen Pause werden die Verträge erneuert, wenn das Unternehmen zufrieden war und es die Auswanderungsbehörden des jeweiligen Landes erlauben. Die Hotel- und Restaurantfachkräfte sowie die Animateure erhalten Verträge von einer Dauer zwischen 3 und 6 Monaten, und erneuern sie nach einer zweimonatigen Pause. Durch diese kurzfristige Vertragspolitik verändert sich die Zusammensetzung der Belegschaft kontinuierlich. Drittens, Organisationskultur. Sie ist vielschichtig und orientiert sich an folgenden Maximen. Erstens, Sicherheit und Bereitschaft. Um die Zufriedenheit und Sicherheit der vermögenden Hotelgäste garantieren zu können, ist eine klare Hierarchie sehr wichtig und die Angestellten müssen Befehle befolgen. Zweitens, Service. Das Ziel ist es, den Gästen den höchstmöglichen Service und Komfort zu bieten. Die Belegschaft ist geschult darin, die Bedürfnisse und Erwartungen der Gäste zu erfüllen und möglichst zu übertreffen. Drittens, Die Kultur des Senior Management Teams hat einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie das Hotel und die Belegschaft geführt werden. Hinzu kommt die intensive Zeit, in der die Angestellten zusammenarbeiten und oft auch leben. Viele der Mitarbeiter teilen sich zu dritt oder viert ein Zimmer in einer Apartmentanlage in der Nähe des Hotels. Die Mitglieder sozialisieren sich, essen und verbringen ihre wenige Freizeit gemeinsam. Wenn persönliche Konflikte entstehen, beeinflussen diese das Arbeitsverhältnis erheblich. Es entstehen Beziehungen zwischen Teammitgliedern, andere zerbrechen. Dies verursacht große Konflikte, da man sich in der tagtäglichen Arbeit nicht aus dem Weg gehen kann. Viertens, Kommunikation. Der Personalchef beschreibt die Kommunikation im Hotel folgendermaßen. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Angestellten einen Englischtest absolvieren. Dieser wird vor ihrer Einstellung durchgeführt. Ist das Englisch nicht ausreichend, kann die Person nicht eingestellt werden. Jedoch sind die Sprachkenntnisse ziemlich unterschiedlich. Für viele Mitarbeiter ist Englisch ihre Dritt- oder Viertsprache und es gibt eine große Bandbreite an Akzenten, was die Kommunikation erschwert. Fünftens, Essen. Der verantwortliche Kantinenchef äußert sich wie folgt über die Essenssituation. Es ist sehr wichtig, die unterschiedlichen Geschmäcker aller Nationalitäten zufriedenzustellen. Wir servieren westliches Essen aus Gründen der Zubereitungszeit und der Verfügbarkeit von Rohstoffen. Allen Geschmäckern gerecht werden zu wollen, verursacht hohe Kosten, aber wir haben festgestellt, dass dies großen Einfluss auf die Moral im Hotel hat. Jede ethnische Gruppe versucht, verständnisvoll zu sein, möchte aber dennoch auf dem Speiseplan berücksichtigt werden. Wir wissen zum Beispiel, dass manche Kulturen Reis zu jeder Mahlzeit essen und daher servieren wir zu allen Mahlzeiten Reis in den Kantinen. Sechstens, Rolle und Geschlecht. Die Chefin des Zimmerpersonals meint, viele der weiblichen Teammitglieder sind verwirrt von den kulturellen Verschiedenheiten und wissen nicht, was ein akzeptables Verhalten gegenüber Frauen ist und was nicht. Einige Kulturen sehen Frauen nicht als gleichwertig an und akzeptieren keine Anweisungen von Frauen mit Entscheidungs- oder Weisungsbefugnissen. Siebtens, Situation der Angestellten. Ein Mitarbeiter schildert die Situation wie folgt. Wir sind von den langen Arbeitszeiten müde, Manche fühlen sich einsam. Wir leben und arbeiten fast täglich zusammen und vermissen unsere Freunde und Familien zu Hause. Es gibt keinerlei Zerstreuungsmöglichkeiten oder Unterhaltung für die Mitarbeiter. Unter manchen Kulturen gibt es diese Vetternwirtschaft oder Gruppenbildung. Zum Beispiel bilden alle Franzosen eine Familie, die Filipinos sind nur gemeinsam anzutreffen und so weiter. Und dann gibt es noch die Speisesaal-Mafia. Die meisten Kellner sind aus Ost- oder Westeuropa und da die Jobs im Speisesaal zu den wenigen Jobs im Hotel gehören, bei denen man Trinkgeld bekommt, sind sie sehr gefragt. Oberkellner sind dafür verantwortlich, die Kellner auszubilden und geeignete Personen zu befördern. Da die Oberkellner Personen der gleichen Nationalität für Hilfs- und Kellnertätigkeiten vorziehen, gleicht dies einem Mafiasystem, bei dem andere Nationalitäten kaum eine Chance auf einen Job mit Trinkgeld haben. Dies würden die Oberkellner natürlich niemals zugeben, aber es ist eine Tatsache. Erstens, welche Schlüsselfaktoren beeinflussen die Moral der Belegschaft? Zweitens, welche Empfehlungen können sie zur Verbesserung der Moral geben? Drittens, was sind die Herausforderungen an die Kommunikation im Hotel? Viertens, wie kann die Unternehmensführung dazu beitragen, die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu erhöhen? Fallbeispielende Die Lösung zur Fallstudie befindet sich im WebExkurs Fallbeispielauflösung Kapitel 9 auf www.lehrbuch-psychologie.de Abschnitt 9.1 Kultur Im aktuellen Wirtschaftsgeschehen bauen Unternehmen ausländische Standorte auf, kaufen Tochtergesellschaften oder exportieren ins Ausland. Daneben führen ein vereintes Europa und Migration zu einer Verstärkung der kulturellen Vielfalt in der Bevölkerung und in der Belegschaft von Unternehmen. In Europa, wie in anderen Regionen der Welt, wächst das Bewusstsein für die Konfliktpotenziale und Chancen eines von kultureller Vielfalt geprägten beruflichen und privaten Umfelds. Es zeichnet sich deshalb ab, dass der konstruktive Umgang mit unterschiedlichen kulturellen Werthaltungen auf der zwischenmenschlichen Ebene in den kommenden Jahren zu einer Schlüsselqualifikation von Managern in transnationalen Unternehmen gehören und sich diese Kompetenz zu einem allgemeinen Bildungsziel in der Persönlichkeitsentwicklung herausbilden wird. Begriffsannäherung und Eingrenzung Definition Kultur ist die Gesamtheit menschlichen Verhaltens einschließlich der Normen, Werte und Lebensweisen und beeinflusst damit jeden Lebensbereich. Kulturen umfassen Gruppen von Menschen an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten mit bestimmten Lebensformen, Wissensbeständen und Sprachen. Sie entstehen im Austausch mit anderen Kulturen und grenzen sich von diesen ab. Interkulturelle Kompetenzen sind Kompetenzen, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kulturen wahrscheinlich machen, wie zum Beispiel Empathiefähigkeit oder Ambiguitätstoleranz. Definition Ende Kulturen können sich über ganz verschieden große Zeitspannen und geografische Räume erstrecken. Sie mögen einige wenige oder viele Millionen Menschen inkludieren und exkludieren. Sie sind offene und dynamische an bestimmte explizite und implizite Wissensbestände, Sprachformen und Praktiken gekoppelte Lebensformen, die sich durch gewisse Merkmale charakterisieren lassen, aber keineswegs homogen sein müssen. Sie sind zudem in ihrer Entstehung und Entwicklung von kulturellem Austausch abhängig. Laut Notnagel und anderen 2010 gibt es keine Kultur ohne andere Kulturen. Kultur zu erforschen kann mit der Erforschung eines Ozeans verglichen werden. Auf der Oberfläche kann man Artefakte, Rituale und Verhalten sehen. Die darunterliegenden Normen und Werte kann man durch Umfragen oder Interviews herausfinden. Die grundlegenden Annahmen können jedoch nur durch Interpretation erschlossen werden. Siehe dazu auch Abbildung 9.2 des gedruckten Buches. Mit Kultur wird auf drei Ebenen operiert. Erste Ebene Auf dieser Ebene ist Kultur beobachtbar und gestaltlich erfassbar. Dies ist die sichtbare Oberfläche des Ozeans, auf dem sich Dinge, die mit den fünf Sinnen wahrnehmbar sind, befinden. Perzepter und Praktika. Hier können Artefakte und Handlungen beobachtet werden, die sich in der Architektur, in Ritualen, Dresscodes, in der Art, wie Kontakte gepflegt werden, in Verträgen, Essgewohnheiten und so weiter äußern. Ein Einblick in Rituale, besondere Verhaltensweisen, Höflichkeitsformen oder Essgewohnheiten schafft erste Kenntnisse. Auch Äußerlichkeiten spielen eine Rolle, da eine Einschätzung von Personen sich beim ersten Kontakt rasch bildet und gegebenenfalls verfestigt. Für Details siehe Brow Race und Price 2008. Zweite Ebene Hier geht es um Kultur auf der Normen- und Werteebene, Konzepter. Überzeugungen oder Normen sind wesentliche Angelpunkte für eine Gemeinschaft und bilden eine Art roten Faden der Lebensorientierung. Man findet kulturelle Regeln, die erklären, was auf der ersten Ebene passiert und was richtig beziehungsweise falsch ist. Werte sind gleichzusetzen mit Handlungsprioritäten. Sie werden von der Gemeinschaft respektiert, was jedoch nicht heißt, dass allgemein und ständig daran festgehalten wird. Die wichtigsten Werte der Deutschen sind laut einer Umfrage von Kochanek 2007 Ehrlichkeit, Familie und Gerechtigkeit. Durch Interviews und Studien gewinnen Forscher wertvolle Einblicke in die Wertestruktur unterschiedlicher Kulturen. Beispiel Entnommen aus Ferraro 2006 Unterschiedliche Werte Robert Schubert, ein internationaler Vertriebsmann mit beachtlicher Erfahrung im Mittleren Osten wurde von einem großen Automobilkonzern als Repräsentant für einige Länder im Persischen Golf eingestellt. Nachdem er von einem gemeinsamen Bekannten in die Geschäfte eingeführt worden war, hat Robert ein Treffen mit Mr. Badran, einem wohlhabenden libanesischen Industriellen, um die Chancen auf ein Joint Venture zwischen den beiden Unternehmen zu besprechen. Da er viele Jahre im Mittleren Osten verbracht hatte, wusste er, dass zuerst ein umfangreicher Smalltalk zu halten war, bevor sie zum Geschäft kommen konnten. Sie sprachen über das Wetter, Roberts Flug und über das Golfspiel. Dann fragte Badran nach der Gesundheit von Roberts Vater. Robert antwortete, dass es seinem Vater ganz gut ginge, dass er jedoch, als er ihn das letzte Mal vor drei Monaten im Altenheim besucht hatte, an Gewicht verloren hatte. Ab diesem Zeitpunkt veränderte sich Badrans Verhalten schlagartig, von warm nach kühl und distanziert. Der Ton blieb zwar herzlich, aber das Treffen dauerte nur noch zwei Stunden und Robert wurde nicht wieder eingeladen, um die Idee eines Joint Ventures weiter zu diskutieren. Obwohl Robert dachte, er hätte eine direkte Antwort auf eine eher oberflächliche Frage gegeben, machte seine Antwort ihn für Badran zu einem unangenehmen Geschäftspartner, da er gegen fundamentale Werte seiner Kultur verstieß. Da Badran aus einer Gesellschaft kommt, in der ein enges Verhältnis zur Familie sehr wichtig ist, empfand er die Idee, seinen alternden Vater bei völlig fremden Personen in einem Heim zu lassen, als unmenschlich. Er dachte wohl, wenn Robert nicht einmal seinen wichtigsten Verpflichtungen gegenüber Familienmitgliedern nachkam, wie kann man ihm dann zutrauen, seine Verpflichtungen gegenüber Geschäftspartnern zu erfüllen. Beispiel Ende Dritte Ebene Die dritte und tiefste Ebene besteht aus grundlegenden Annahmen und Standardisierungen. Sie ist schwierig zu erforschen und kann nur mithilfe von Interpretationen darüber, was auf den beiden höheren Ebenen passiert, erschlossen werden. Interpretation beinhaltet einen Erklärungsversuch darüber, warum wir nach bestimmten Regeln oder im Einklang mit bestimmten Werten handeln. Siehe Brow Race und Price 2008. Nur über die Verknüpfung der drei Ebenen kann Kultur von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Junge Menschen werden im Rahmen ihrer Sozialisation mit den Werten ihrer Gemeinschaft vertraut gemacht, indem die Denkweisen artikuliert, in Handlungen veranschaulicht und in den Medien dargestellt werden. Definition Kulturstandards sind Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich und andere als normal, typisch und verbindlich angesehen werden. Eigenes und fremdes Verhalten wird auf Basis dieser Kulturstandards beurteilt und reguliert. Definition Ende Thomas 2005 versteht unter Kulturstandards ein für die Angehörigen einer Kultur gültiges und sinnstiftendes Orientierungssystem, einen Vergleich deutscher, chinesischer und US-amerikanischer Kulturstandards in verschiedenen Bereichen bietet Tabelle 9.1 im gedruckten Buch. Funktion Auf der zweiten und dritten Ebene des Ozeanmodells übernimmt Kultur die Funktion Identitätsstiftung und Sozialisation neuer Mitglieder. Identitätsstiftung Die Identität jedes Individuums ist zu einem beträchtlichen Grad durch dessen kulturelle Herkunft geprägt. Wenn gleich jedes Individuum die kulturellen Einflüsse in eigener Weise verarbeitet, so stiftet Kultur Sinn, da sie den Handlungsweisen von Individuen eine tiefere Bedeutung zuweist. Bei der Identitätsentwicklung handelt es sich um einen lebenslangen Prozess, da Identität das Individuum erst interaktionsfähig macht, in jeder Interaktion die Identität jedoch neu ausgehandelt wird. Kultur vermittelt hier eine Einheit nach innen und schafft eine Grenze gegenüber anderen sozialen Gruppierungen. Die kulturelle Prägung ist dem Individuum so lange nicht bewusst, bis es auf Angehörige fremder Kulturen trifft. Kulturelle Standardisierung Kultur umfasst Standardisierungen, die in Gemeinschaften gelten. Sie dienen der Komplexitätsreduktion, da Handlungen, die komplexe Ursachen und Wirkungen haben, durch einen kulturellen Filter leichter verständlich und kanalisiert werden. Siehe dazu Kutschka und Schmid 2006. Folgende Bereiche der kulturellen Standardisierung können unterschieden werden. Erstens Standardisierung der Kommunikation Dies bezieht sich sowohl auf die nonverbale Kommunikation, das heißt Körpersprache, als auch auf die gesprochene Sprache. So bilden sich kulturelle Codes heraus, die je nach Wichtigkeit des Subjektes eine Ausdifferenzierung der Bezeichnungen ermöglichen. Nomaden haben beispielsweise über 200 Worte für Sand. Für sie ist es lebenswichtig, zum Beispiel zwischen Sandsturm, Treibsand oder feinem Sand zu unterscheiden. Für uns sind dies hingegen lediglich Synonyme für Sand. Siehe dazu Finkenzeller 2002. Zweitens Standardisierung des Denkens Wirklichkeitsdeutungen, Urteile sowie Ansichten über alltägliche Dinge sind kulturell vorgeprägt. Sie reduzieren Komplexität, damit wir die vielfältigen, auf uns einströmenden Eindrücke einordnen und verarbeiten können. So existieren über jede Kultur sogenannte Nationalstereotype, die das Verhalten der fremden Kultur ausgehend von den eigenkulturellen Normen bewertet. Die fünf meistgenannten Assoziationen von Mitgliedern anderer Nationen zu Deutschland nach Bolten 2006 sind Bier, Hitler, Autos, Fußball, Berlin. Zudem gelten Deutsche als pünktlich und ordentlich. Drittens Standardisierung des Empfindens Gefühle werden erst im Prozess der Sozialisierung herausgebildet. So ist etwa Lächeln nicht in jeder Kultur nur ein Reflex des körperlichen Wohlbefindens. In Japan ist es zum Beispiel ein Gesetz der Etikette. Wenn eine japanische Haushälterin ihre Chefin lächelnd fragt, ob sie zum Begräbnis ihres Mannes gehen könne, zurückkommt und wiederum lächelnd die Urne ihres eingeäscherten Mannes zeigt, dann mag dieses Lächeln westlichen Kulturen leicht paradox erscheinen. Für Japaner, die Wut oder Schmerz selten öffentlich zeigen, bedeutet es, ich behalte meinen Schmerz für mich, ich möchte niemanden verpflichten, daran teilzuhaben. Viertens Standardisierung des Verhaltens und Handelns Ritualisierte Verhaltensweisen, zum Beispiel wie man sich begrüßt oder verabschiedet, sind in hohem Maße kulturabhängig. Hier eine kleine Anekdote von Finkenzeller 2002. Oliver Kahn wollte einfach nur nett sein. Passend zu seinem neuen freundlichen Image erwiderte der Torwart der deutschen Nationalelf die Begrüßung einer Japanerin bei der Ankunft in Miyazaki mit zwei Küsschen auf deren Wangen. Doch die junge Frau erstarrte vor Schreck und Scham. Übertragen auf die Konventionen der japanischen Gesellschaft, in der zwischenmenschlicher Körperkontakt in der Öffentlichkeit praktisch nicht vorkommt und sogar Händeschüttel in Gänsehaut verursacht, hatte sie gerade auf offener Straße Sex mit einem Fremden gehabt. Durch die kulturell definierten und gelebten Verhaltensmaßstäbe wird die Interaktion unter Mitgliedern einer Gemeinschaft enorm erleichtert, da die Aushandlung von Verhaltensregeln entfällt. Diese Tatsache unterstützt die Stabilität des Systems, da sich alle Mitglieder auf einen bestimmten Kodex berufen können. Kultur und Wahrnehmung Nahezu Nahezu alle Erwartungen der Interaktionspartner basieren nach heutigem Forschungsstand auf ihrem kulturellen Konditionierungsprozess. Siehe Martin und Nakayama 2010. Die Interaktionspartner filtern ihre Wahrnehmungen entsprechend und gehen davon aus, dass der Gesprächspartner eine ähnliche Wahrnehmung sowie ähnliche Denk- und Handlungsmuster wie sie selbst hat. Einige Tipps für Gespräche zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen sind im Webex-Kurs Merkmale eines guten Geschäftsgesprächs auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Oft werden der eigene Kommunikationsstil und soziokulturelle Erwartungen, die das Verhalten in bestimmten Situationen betreffen, als Maßstab für die Beurteilung des Verhaltens fremdkulturell sozialisierter Interaktionspartner genommen und kulturelle Unterschiede in Kommunikationsstil und Verhalten werden nicht als solche erkannt. Solche Wissensstrukturen, die Aspekte der Realität in abstrakter und generalisierter Form repräsentieren, werden in der Psychologie als Schemata bezeichnet. Schemata werden durch Erfahrung im Rahmen der Sozialisation erworben. Sie reduzieren Komplexität und gleiten die Wahrnehmung in bestimmte Bahnen. Sie sind Bestandteile komplexer Netzwerke und durch Assoziationsketten miteinander verbunden. Je vielfältiger die Erfahrungen einer Person sind, umso flexibler sind die Schemata, mit denen sie reagiert. Interkulturelle Kommunikation hat kulturelle Sensibilisierung zum Ziel, also die Einsicht, dass jeder Mensch einer spezifischen Art zu denken und zu handeln unterliegt und dass darin völlig wertfreie Unterschiede zu den anderen Kulturen vorliegen. Die folgende Übersicht enthält Verhaltenselemente, die nach Ruben 1976 zu einem sensiblen Umgang mit Menschen anderer Kulturen führen. Überblick Verhaltenselemente für einen sensiblen Umgang mit Menschen 1. Zeigen von Respekt Die Fähigkeit, Respekt und positive Beachtung auszudrücken, überträgt dem Gesprächspartner Status und fördert umgekehrt positive Austauschbeziehungen. 2. Interaktionshaltung Die Fähigkeit, anderen auf eine verständnisvolle, nicht wertende Art und Weise zu begegnen, führt zu gegenseitiger Unterstützung, da sie Fürsorge für den Interaktionspartner signalisiert. 3. Basis von Wissen und Wahrnehmung Manche Menschen betrachten Wissen und Wahrnehmung nur als für das Individuum gültig, andere nehmen an, dass die eigenen Wahrnehmungen und Überzeugungen auch für alle anderen gelten. Je besser Personen erkennen, dass Wissen in seiner Natur individuell ist, desto eher können sie die Andersartigkeit anderer Menschen erklären. Empathie Die Fähigkeit, sich in die Haut einer anderen Person hineinversetzen zu können, ist eine grundlegende Voraussetzung für eine verständnisvolle Kommunikation. Fünftens Verhalten in Gruppen Wie verhält sich das Individuum in der Gruppe? Werden neue Ideen angestoßen und Lösungen für Probleme und Kompromisse gesucht oder liegt der Fokus auf Erhöhung des Selbstwertes und Durchsetzung eigener Vorstellungen? Die Ausprägung dieser Kompetenz hat Auswirkungen auf das Erzeugen von Bindungen innerhalb von Gruppen. Sechstens Interaktionsmanagement Achtet eine Person auf eine abwechselnde Beteiligung aller in der Diskussion involvierten Personen? Initiiert sie Gesprächsbeiträge oder bricht sie Interaktionen ab? Siebtens Toleranz für Ambiguität Die Fähigkeit, widersprüchliche Auffassungen und Wirklichkeitsbilder zu akzeptieren und produktiv zu wenden. Personen mit Ambiguität Toleranz können sich auf neue oder zwiespältige Situationen gut einstellen. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, wenn man sich an eine neue Umwelt anpassen muss. Überblick Ende Prozess der kulturellen Anpassung Mit der stark gestiegenen, grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit von Unternehmen hat auch die Anzahl der ins Ausland entsandten Mitarbeiter stark zugenommen. Die Herausforderungen an Personen, die den Kulturkreis wechseln, sind vielfältig. Das Einleben in ein neues Land, Verständigungsprobleme, die Zusammenarbeit mit den ausländischen Kollegen und die infrastrukturellen Herausforderungen einer neuen Kultur sind nur einige davon. Hinzu kommen vielleicht Anpassungsprobleme der Familie, fehlende Unterstützung des Mutterkonzerns, andere Arbeitszeiten oder ein anderer Umgang mit Terminen, siehe dazu zum Beispiel Caliguri und andere 2009. Die Eingewöhnung in eine neue Kultur erfolgt in mehreren Phasen, von einer euphorischen Einstiegsphase über die kritische Ablehnung der Kulturunterschiede und eventuell Distanzierung bis zur späteren Integration der fremden Kultur in das eigene Leben. Am Anfang des Anpassungsprozesses steht oft ein sogenannter Kulturschock, also ein massives Schockerlebnis, das zur Distanzierung von der neuen Kultur führen kann. Lesen Sie dazu weiter im Webex-Kurs Kulturschock auf der Lehrbuch-Website. Konzepte und Dimensionen Verschiedene Autoren haben versucht, Dimensionen zu identifizieren, mit denen man Landeskulturen charakterisieren und unterscheiden kann. Zum Teil wurden daraus Typologien entwickelt, die sich durch einen hohen heuristischen Gehalt auszeichnen, da sie komplexe Phänomene so vereinfachen, dass sie nutzbare Anhaltspunkte mit Modellcharakter generieren. Die Auswirkungen der Dimensionen auf das tägliche Leben sind vielfältig. So beeinflussen sie zum Beispiel Anpassungsstrategien, Verhandlungsstrategien, das Führungsverhalten, Aspekte der Motivation, Konfliktregelungen und Frustrationsverarbeitungstaktiken. Im Folgenden werden einige Ansätze exemplarisch vorgestellt. Kluckhohn und Strotbeck Die Anthropologen Kluckhohn und Strotbeck entwickelten 1961 ein komparatives Grundlagenmodell mit fünf kulturellen Orientierungen, aus denen eine einheitliche Weltanschauung im Sinne der Gestaltpsychologie geformt wurde. Die Dimensionen befassen sich mit grundlegenden philosophischen Fragen, die abhängig von religiösen oder traditionellen Einflüssen unterschiedlich beantwortet werden. Siehe dazu auch Abbildung 9.3 des gedruckten Buches. Natur, Wesen des Menschen Wie auch McGregor 1982 in seiner Theorie X und Y beschreibt, so geht es bei dieser Dimension um das grundsätzliche Menschenbild. Wird anderen Menschen eher Freundlichkeit, Eigeninitiative und Leistungswille unterstellt, Theorie Y, oder eher Feindseligkeit und Arbeitsscheu, Theorie X? Gesellschaften, die an das Gute im Menschen glauben, werden als Vertrauensgesellschaften bezeichnet. Bei der Dominanz des Schlechten spricht man von Misstrauensgesellschaften. Im Management hat dies zum Beispiel Auswirkungen auf den Umfang delegierter Aufgaben oder auf die Hierarchiebildung. Ist das Vertrauen in Mitarbeiter groß, können umfangreichere Aufgaben delegiert werden und auf eine detaillierte Prozesskontrolle kann verzichtet werden. Geht man von der Veränderbarkeit des Menschen aus, so gewinnen Personalweiterbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen an Bedeutung. Geht man von einer geringen Veränderbarkeit des Menschen aus, so ist die Personalselektion entscheidend. Siehe dazu Kutschka und Schmidt 2006. China, Ägypten, Irak und Libanon tendieren eher zur Theorie X, Neuseeland und Dänemark tendieren eher zur Theorie Y. Verhältnis des Menschen zur Natur Die grundsätzlichen Fragen lauten, kann oder soll der Mensch die Natur unterwerfen oder muss sich der Mensch der Natur anpassen? Wird die Natur als bedrohlich empfunden und muss kontrolliert werden oder befinden sich Mensch und Natur in einem harmonischen Austausch? Wie weit ist das Leben des Menschen von äußeren Kräften bestimmt? Zu den äußeren Kräften zählt in vielen Kulturen der göttliche Einfluss, da Gott als Schöpfer der Natur gilt. Das muslimische Enshach Allah, wenn Gott will, ist ein Beispiel für diese Orientierung. Oder spricht sich der Mensch selbst zu, das erreichen zu können, was er erreichen möchte? Die US-amerikanische Kultur und andere westliche Kulturen gehen eher von einer Dominanz des Menschen über die Natur aus. Jedoch wird diese Überzeugung zunehmend hinterfragt, denkt man zum Beispiel an den Klimawandel. Und es gibt Tendenzen, die hin zu einer harmonischen Beziehung von Mensch und Natur weisen. In Organisationen kann sich dies in unterschiedlich detaillierter Planung und Zielsetzung auswirken. Gehen Kulturen von der Dominanz des Menschen über die Natur aus, glaubt man, dass Unternehmensziele weitgehend von äußeren Einflüssen unabhängig gesteckt werden können. Ziele sollen dabei möglichst spezifisch sein. In Gesellschaften, in denen sich der Mensch eher der Natur unterordnet, werden Ziele vage formuliert, da ihre Erfüllung auch an Umweltbedingungen geknüpft ist. Verhältnis zu anderen Menschen Was ist angemessenes Verhalten gegenüber den Mitmenschen? Ist die Gesellschaft auf Individuen oder auf Kollektive ausgerichtet? Wie erwirbt man sich in der Gesellschaft Respekt? Erwirbt man eine Position durch verwandtschaftliche Beziehungen, gesellschaftlich oder durch eigene Taten, individualistisch? Bei einer kollektiven Ausrichtung der Gesellschaft unterscheidet man zwischen linear, das heißt die Kollektive sind im zeitlichen Verlauf stabil, die innere Ordnung ist strikt und kollateral, das heißt Kollektive können sich im zeitlichen Ablauf verändern, die Position des Einzelnen kann sich wandeln. In der Personalpolitik zeigt sich diese Dimension in der Bedeutung der individuellen Leistung versus Betonung von Werten wie Vertrauenswürdigkeit, Kooperationsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit bei der Personalauswahl. Die US-amerikanische Kultur, Australien und Kanada gelten als ausgesprochen individualistisch. Venezuela, Indonesien und Ecuador gelten als sehr kollektivistisch. Modalität der menschlichen Aktivität Wie handelt der Mensch? Was ist das Ziel des menschlichen Daseins auf der Erde? Während Individuen in handlungsorientierten Kulturen möglichst viel im Leben erreichen wollen, ist das Ziel in daseinsorientierten Kulturen möglichst viel im Leben zu erleben. Für werdenorientierte Kulturen wie die japanische liegt das Ziel des Daseins in einem Lernprozess und der Entwicklung von Weisheit. Die US-amerikanische Kultur gilt als handlungsorientiert, die chilenische als daseinsorientiert. Trompen Aas 2004 hat die Pole dieser Grundorientierung Status Zuschreibung z.B. durch Geburt oder Status Erreichung erarbeiten genannt und verweist damit auf den Hintergrund der Status Erreichung als Motivation leistungs- bzw. handlungsorientierter Gesellschaften. In handlungsorientierten Kulturen können Mitarbeiter extrinsisch z.B. Gehaltssteigerungen, Beförderungen oder Kopplung des Gehaltes an den Börsenkurs motiviert werden. In daseinsorientierten Kulturen wird die intrinsische Motivation als zentral angesehen. Mitarbeiter müssen nicht durch zusätzliche externe Anreize motiviert werden, sondern erfüllen ihre Aufgaben aus einem inneren Antrieb heraus. Zeitlicher Fokus Kulturen werden in vergangenheitsorientiert, gegenwartsorientiert und zukunftsorientiert unterschieden. Die Berücksichtigung der Vergangenheit, z.B. von Tradition oder vergangener Leistung, spielen in vergangenheitsorientierten Kulturen eine große Rolle. In zukunftsorientierten Kulturen steht der zukünftige Nutzen bei Entscheidungen im Vordergrund. In gegenwartsorientierten Kulturen wie den USA steht das hier und jetzt im Vordergrund. So werden Geschäftsprozesse z.B. in kurzen Fristen kontrolliert und bewertet. Im organisationalen Kontext spielt diese Dimension auch bei der Entlohnung von Mitarbeitern z.B. aufgrund vergangener Leistungen wie Kairetsu-Verbünde in Japan für Arbeiter im Ruhestand oder bei der Risikobewertung von Investitionen eine Rolle. Edward T. Hall Erforschte in den 70er-Jahren den Bereich der interkulturellen Kommunikation. Dabei unterschied er vier Dimensionen Kontextorientierung, Raumorientierung, Zeitorientierung und Informationsgeschwindigkeit, die nicht unabhängig voneinander sind und im Folgenden erklärt werden. Kontextorientierung Die Unterscheidung von Kulturen in Low-Kontext und High-Kontext bezieht sich auf zwei Formen von Informationsgewinnung und Verarbeitung. Sie basieren auf der Annahme, dass eine bestimmte Menge an Informationen übermittelt werden muss, damit der Empfänger die Nachricht versteht. Trompen Aas 2004 unterscheidet in Affektivität, Emotionalität, Versus Neutralität und bezeichnet damit den Grad, in dem Emotionen in Gesprächen gezeigt werden. High-Kontext Kulturen verschlüsseln die Emotionen eher, wohingegen Low-Kontext Kulturen sie unverschlüsselt transportieren. Allerdings sagen High-Kontext oder Low-Kontext nichts über die Häufigkeit aus, in der Gefühle geäußert werden. Da zum Beispiel in arabischen Ländern eine High-Kontext Kommunikation vorliegt, die zugleich hochemotional ist. Erstens Low-Kontext Kultur Botschaften sind explizit und spezifisch. Worte sind der stärkste Bedeutungsträger. Das heißt, der größte Anteil des Kommunikationsinhaltes liegt in den Worten selbst. Eine Person aus diesem Kontext wirkt direkter und fühlt sich verpflichtet, dem Gegenüber möglichst präzise Angaben zu machen. Was gesagt wird, ist entscheidend. Beispielländer Nordeuropa, USA. Zweitens High-Kontext Kultur Der verbale Teil der Botschaft enthält nicht den Hauptanteil des Kommunikationsinhaltes. Informationen werden zum Großteil über den sozialen Kontext, das heißt über die gesellschaftliche Position der Gesprächspartner, das Setting des Gespräches oder nonverbale Signale, zum Beispiel Gesichtsausdruck der Gesprächspartner, gesendet. Der Empfänger muss die implizite Botschaft mittels Intuition und Assoziationen dekodieren. Wie etwas gesagt wird, ist entscheidend. Beispiel Länder Japan Mittlerer Osten. Für die Praxis In welcher Kultur dauern Verhandlungen wahrscheinlich länger und warum? Da in High-Kontext-Kulturen die Individuen in ein dichtes Beziehungsgeflecht eingebunden sind und dieses Beziehungsgeflecht vor einem erfolgreichen Geschäftsabschluss zuerst erzeugt werden muss, dauern Verhandlungen in diesen Kulturen länger. Im Rahmen der Beziehungsherstellung wird auch ein Verständigungscode, der die Bedeutung von Gestik, Mimik und Zeichen definiert, verhandelt, damit eine reibungslose Kommunikation etabliert werden kann. Praxisbeispiel Ende Raumorientierung Hall prägte auch den Begriff der Proxemiken. Damit sind die räumlichen Abstände zwischen Individuen gemeint, auch Distanzzonen genannt, die in einem persönlichen Gespräch als angenehm empfunden werden. Man unterscheidet die intime, die persönliche und die öffentliche Distanzzone, die sich je nach Vertrautheit zwischen den Personen auch verändern kann. Diese Abstände unterscheiden sich stark zwischen Personen unterschiedlicher Kulturen. Nordeuropäer beispielsweise bevorzugen eine weitere Körperdistanz als Südeuropäer, das heißt, die private Distanzzone der Nordeuropäer beginnt früher. Eine falsche Distanz wird oft missverstanden. Ist sie zu groß unterstellt man eher mangelndes Vertrauen, ist sie zu klein empfindet man dies als Aufdringlichkeit. Zeitorientierung Hall bezeichnet die beiden Pole der Zeitorientierung als monochrone bzw. polychrone Zeitauffassung. Monochrone Kulturen sehen Zeit als linearen Strahl auf dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angeordnet sind und Ereignisse nacheinander abfolgen. Polychrone Kulturen betrachten Zeit als zirkulären Raum, in dem gleichzeitig mehrere Aktivitäten durchgeführt werden können. Häufig fällt eine High-Kontext Orientierung mit einer Polychrone Zeitauffassung und eine Low-Kontext Orientierung mit einer Monochrone Zeitauffassung zusammen. Für Menschen, die in monochronen Kulturen zum Beispiel Deutschland, Mitte-Europäischen und skandinavischen Ländern leben, ist beispielsweise charakteristisch, dass sie eine Aufgabe zu einem Zeitpunkt erledigen, Termine und Deadlines halten, detaillierte Planung für sehr wichtig erachten, auf gegenseitige Achtung der Privatheit und des persönlichen Bereiches Wert legen und persönliche Beziehungen als weniger wichtig betrachten als die Aufgabenerfüllung. Menschen in Polychronen Kulturen, zum Beispiel lateinamerikanische, arabische und mediterrane Länder dagegen erledigen eher mehrere Aufgaben gleichzeitig, lassen sich schnell ablenken, sehen Termine und Pläne eher als soll, denn als muss, legen Wert auf langfristige Beziehungen und menschliche Verbindungen und verändern Pläne häufig. Informationsgeschwindigkeit Je nach Kultur werden Informationen unterschiedlich schnell kodiert und dekodiert und es werden unterschiedlich schnell zu verarbeitende Informationen bevorzugt. In Kulturen mit einer hohen Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit wird Wert auf einen schnellen Überblick gelegt. Daher werden Stichpunkte, Übersichtsgrafiken sowie kurze, prägnante Überschriften, die den Kern der Sache erfassen, jedoch eventuell Details vernachlässigen, bevorzugt. Kulturen mit geringer Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit legen Wert auf eine differenzierte Darstellung und erwarten mehr Hintergrundinformationen. Tendenziell präferiert die US-amerikanische Kultur eine hohe Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, während die deutsche Kultur eine Vorliebe für eine niedrige Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zeigt. Gerd Hofstede Bei Hofstedes Studien zu den fünf Kulturdimensionen aus dem Jahr 2001 handelt es sich um das bekannteste und am weitesten verbreitete Modell zur Erfassung kultureller Unterschiede auf der Werteebene. Der Vorteil dieses Modells liegt darin, dass es den Vergleich verschiedener Kulturen ermöglicht. In umfangreichen empirischen Untersuchungen, die in den Jahren 1968 bis 1972 an über 100.000 Mitarbeitern des IBM-Konzerns in über 70 Ländern durchgeführt wurden, hat Hofstede folgende Kulturdimensionen systematisch erhoben. Machtdistanz, Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung, Individualismus, Kollektivismus, Maskulinität, Feminität und Zeitorientierung, die im Folgenden beschrieben werden. Als Beispiel für einen direkten Ländervergleich zwischen Deutschland und Spanien, siehe auch Abbildung 9.4 im gedruckten Buch. Machtdistanz Die Machtdistanz gibt Auskunft darüber, zu welchem Grad Mitglieder einer Gesellschaft die Tatsache akzeptieren, dass Macht und Einfluss in Organisationen und in der Gesellschaft unterschiedlich verteilt sind. In Kulturen mit einer hohen Machtdistanz sind gesellschaftliche Rangunterschiede natürlich und anerkannt. Personen unterschiedlicher Hierarchien begegnen sich nicht auf Augenhöhe, sondern akzeptieren mit dem Statusunterschied verbundene Verhaltensweisen und Rechte. Die Machtdistanz beeinflusst die Ausgestaltung von Hierarchien innerhalb von Unternehmen und hat damit Auswirkungen auf die Rolle des Vorgesetzten, die Bedeutung informeller Kommunikationswege und die Delegation von Entscheidungen. Gesellschaften beziehungsweise Organisationen mit niedriger versus hoher Machtdistanz weisen unter anderem folgende Werte und Merkmale auf. 1. Niedrige Machtdistanz Sachautorität, demokratischer Führungsstil, der Vorgesetzte ist erreichbar, Entscheidungen werden konsensorientiert gefällt, Ungleichheit in der Gesellschaft soll minimiert werden, Unabhängigkeit ist ein hoher Wert, Understatement, wenn man Macht hat, Länderbeispiele, skandinavische und deutschsprachige Länder, Großbritannien, USA. 2. hohe Machtdistanz Macht ist an die Person beziehungsweise Position gebunden, autoritärer Führungsstil, Gehorsamkeit wird verlangt, Vorgesetzte sind unerreichbar, Machthaber haben Privilegien, so machtvoll wie möglich wirken, Statussymbole, Länderbeispiele, asiatische, osteuropäische, lateinamerikanische und arabische Länder, zum Beispiel Russland, Mexiko. Unsicherheitsvermeidung Sie bezieht sich auf das Ausmaß, in dem sich Mitglieder einer Gesellschaft unwohl mit Unsicherheiten und unklaren Situationen fühlen. Die Spannbreite reicht von einer niedrigen Toleranz für unklare Situationen bis zu einer ausgeprägten Ambiguitätstoleranz. Es wird zwischen schwach versus stark ausgeprägter Unsicherheitsvermeidung unterschieden. 1. Schwach ausgeprägte Unsicherheitsvermeidung Sie zeigt sich darin, dass Menschen jeden Tag akzeptieren, wie er ist. Zudem sind sie eher risikofreudig und tolerant gegenüber anderen Meinungen. Weitere Werte und Merkmale sind zum Beispiel Aufgeschlossenheit für Neues, aus Fehlschlägen lernen, situatives Vorgehen, Ungezwungenheit, hartes Arbeiten ist kein richtiger Wert, Emotionen werden selten gezeigt, konstruktive Auflösung von Konflikten, hohes Toleranzpotenzial, Länderbeispiele Großbritannien, Schweden. 2. Stark ausgeprägte Unsicherheitsvermeidung Sie geht mit dem Bedürfnis einher, die Zukunft zu planen. Weitere Werte und Merkmale sind zum Beispiel Abneigung gegenüber Überraschungen, Wunsch nach Sicherheit, Besorgnis und Stress, innerer Antrieb, hart zu arbeiten, Zeigen von Emotionen ist normal, Konflikte rufen Aggressivität hervor. Länderbeispiele Spanien, Griechenland, Deutschland. Individualismus versus Kollektivismus Die Unterscheidung von Individualismus und Kollektivismus bezieht sich auf die Frage, welchen Stellenwert die Gemeinschaft und Netzwerke in der Gesellschaft haben. Individualistische und kollektivistische Gesellschaften unterscheiden sich unter anderem durch folgende Werte und Merkmale. 1. Individualistische Gesellschaften Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Leistung zählt, Privatleben ist wichtig, eigene Meinung vertreten, abschlussorientiertes Arbeiten, Länderbeispiele, USA, Europa. 2. Kollektivistische Gesellschaften Gruppenzugehörigkeit, Schutz und Loyalität, Verhaltensregeln, Identität basiert auf dem sozialen System, Aufgaben, Verpflichtungen und Sicherheit im Klaren, Harmonie bestreben. Länderbeispiele Die meisten südamerikanischen und viele asiatischen Länder, z.B. Kolumbien, Pakistan, China. Maskulinität versus Feminität Die beiden Dimensionen beziehen sich auf die Abgrenzung der Geschlechterrollen. Bei einer deutlichen Abgrenzung wird erwartet, dass Männer durchsetzungsstark und dominant und Frauen sensibel und zurückhaltend sind. Gesellschaften und Kulturen mit deutlicher Abgrenzung gelten als maskulin und karriereorientiert. In femininen, lebensqualitätsorientierten Kulturen unterscheiden sich hingegen Rollen von Männern und Frauen weniger, zudem sind beide Geschlechter insgesamt kooperativer. Charakteristisch für maskuline Kulturen ist unter anderem Leben, um zu arbeiten, Leistung zählt, Ehrgeiz als Motivation, Männer dominieren in der Gesellschaft, Geld und Sachwerte sind wichtig. Länderbeispiele Japan, Österreich, Mexiko Charakteristisch für feminine Kulturen ist unter anderem Arbeiten, um zu leben, Interdependenz und Verflechtungen, Genussorientiert, Gleichberechtigung ist ein Ziel, Laissez-faire, sozialer Aspekt von Meetings. Länderbeispiele Spanien, Taiwan, Holland, Skandinavische Länder Langzeitorientierung versus Kurzzeitorientierung Die Dimension Langzeit versus Kurzzeitorientierung wurde erst später nach einer vertieften Erforschung des asiatischen Kulturkreises integriert. Charakteristische Merkmale und Werte in Kulturen und Organisationen sind unter anderem Erstens Langzeitorientierung Aktivitäten und Tugenden, die darauf ausgerichtet sind, den Erfolg in der Zukunft sicherzustellen, zum Beispiel Beharrlichkeit, Sparsamkeit, Ehrlichkeit, Anpassungsfähigkeit, Selbstdisziplin und Respekt für Mitmenschen, um Gesichtsverlust zu vermeiden. Länderbeispiele China, Japan Zweitens Kurzzeitorientierung Freiheit, Leistung, selbstständiges Denken Länderbeispiele Afrika, Pakistan, tendenziell auch Europa, USA Beispiel Entnommen aus Ferraro 2006 Verstoß gegen hohe Unsicherheitsvermeidung und kollektivistische Werte Ein US-amerikanischer Sportzubehörhersteller wollte die Möglichkeiten eines Joint Venture mit einer japanischen Firma besprechen. Abgesandte beider Firmen trafen sich in San Francisco, um die Details der möglichen Kooperation zu klären. Man nahm am Konferenztisch Platz, wobei die amerikanischen Repräsentanten ihre Jacketts auszogen, die Hemdärmel hochkrempelten und einer sagte, da wir nun für mehrere Tage zusammenarbeiten werden, sollten wir uns besser kennenlernen. Mein Name ist Harry und wie heißen sie? Die Kooperation fand niemals statt. Warum? Den Amerikanern unterliefen bei ihrem Versuch, ihr Geschäftsinteresse zu verdeutlichen, zwei kulturelle Fehler. Erstens wurde die Geste, das hochkrempelnde Hemdärmel, der Amerikaner, dass sie zu harter Zusammenarbeit bereit sind, missverstanden. Denn Japaner sind wesentlich formeller in ihrer Art, sich bei Geschäftsangelegenheiten zu kleiden und verstanden daher das Ablegen der Jacketts als unprofessionellen Bruch mit der Etikette. Dass es so viele Regeln und Etikette gibt, ist unter anderem auf die hohe Unsicherheitsvermeidung der japanischen Kultur zurückzuführen. Der zweite Fauxpas basierte auf Harrys Einladung, das Du einzuführen. Obwohl Harry lediglich daran interessiert war, die Arbeitsbeziehung zu verbessern, vergaß er, dass japanische Geschäftsbeziehungen auf einer strikten Hierarchieordnung beruhen. Hierarchie und Kollektivismus hängen so zusammen, dass in kollektivistischen Kulturen eine geringe Distanz zur In-Group, jedoch eine große Distanz zur Out-Group, in diesem Beispiel Harry, besteht. In den Augen der Japaner war sein Angebot inakzeptabel hinsichtlich Formalität und Respekt gegenüber der Stellung der Verhandlungspartner. Beispiel. Abschnitt 9.2 Anwendungsfelder im organisationalen Kontext Um im interkulturellen Umfeld agieren zu können, gilt interkulturelle Kompetenz als Grundvoraussetzung oder zu schaffende Bedingungen. Der Begriff interkulturell impliziert die Bezugnahme von Kulturen aufeinander, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ursprungskulturen berücksichtigt und neue Elemente integriert werden. Interkulturalität beinhaltet laut Prechtel 2009 somit einen Verständigungswillen, der die prinzipielle Gleichberechtigung Verständigung der Kulturen voraussetzt. Exkurs Interkulturelle Kompetenz Interkulturelle Kompetenz umfasst Wissen, Wollen und Können mit Menschen aus anderen Kulturen erfolgreich zu kommunizieren und zu interagieren. Nach Erl und Gimnich 2007 lässt sich interkulturelle Kompetenz in drei Teilkomponenten aufteilen. Erstens Affektive Kompetenz Interesse und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen, Empathie, die Fähigkeit des Fremdverstehens, Ambiguitätstoleranz, Frustrationstoleranz und Vorurteilsfreiheit Zweitens Kognitive Kompetenz Wissen über andere Kulturen, Kultur- oder länderspezifisch, kulturtheoretisches Wissen über kulturelle Unterschiede und Implikationen und Selbstreflexivität Drittens Pragmatisch-kommunikative Kompetenz Einsatz geeigneter kommunikativer Techniken und wirkungsvoller Konfliktlösungsstrategien Exkurs Ende Im Folgenden wird auf einige klassische Anwendungsfelder, in denen kulturelle Aspekte eine Rolle spielen, eingegangen, insbesondere auf Cultural Diversity Management, Personalentwicklung und Training, Personalauswahl und interkulturelle Assessment Center sowie auf Personalführung Cultural Diversity Management Cultural Diversity Management ist der zielgerichtete, konstruktive Einsatz von Vielfalt bzw. deren Förderung. Es zielt auf Gleichberechtigung und Gleichbehandlung und nutzt die Ressource kulturelle Vielfalt wirtschaftlich, indem zum Beispiel die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht, Kunden mit verschiedenen kulturellen Hintergründen besser angesprochen, spezifische Produkte für diese Zielgruppen entwickelt und neue Märkte erschlossen werden. Damit Vielfalt Synergien entfaltet, muss sie zum Beispiel durch Beauftragte, Informationsveranstaltungen, Trainings, Mentoring, Coaching oder Netzwerke unterstützt werden. Cultural Diversity Management funktioniert nur bei ausreichender interkultureller Kompetenz aller Beteiligten. Allerdings ist Deutschland in dieser Hinsicht fast noch ein Entwicklungsland. Beispiel Entnommen aus Köppel und Sandner 2008 Mitarbeiterzufriedenheit durch Kulturvermittler bei Thyssenkrupp-Stiel Bei Thyssenkrupp-Stiel wurden im Hauptstandort Duisburg 70 Kulturvermittler ausgebildet. Ihre Aufgaben umfassten die Erkennung von Problemfeldern, Konfliktbehandlung, Prävention und Vermittlung zwischen unterschiedlichen Gruppen. Konkret ging es zum Beispiel um Veränderungen des Betriebsablaufs im Ramadan, um Chancengleichheit und Arbeitsschutz beim Bau eines Hüttenwerks in Brasilien sowie um eine interkulturelle Sensibilisierungskampagne in Deutschland. Mit diesen Einsätzen konnten Konflikte verhindert und die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht werden. Beispiel Ende Interkulturelle Trainings Die Möglichkeiten, Mitarbeiter auf einen Auslandsaufenthalt vorzubereiten, sind vielfältig. Wichtig sind hierbei systematische Planung und Zielorientierung. Je nach Stadium der Auslandsentsendung unterscheidet man nach Thomas und anderen 1999 Orientierungstrainings vor dem Aufenthalt, Verlaufstrainings während des Auslandaufenthaltes und Reintegrationstrainings bei Rückkehr. Wichtig für alle Trainingsmaßnahmen ist eine angemessene Vorlaufzeit, um das Gelernte genügend verinnerlichen zu können. Ihr Ziel besteht darin, Handlungsmöglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Kulturen miteinander zu verbinden, sodass alle Beteiligten ihre kulturellen Ressourcen optimal ausschöpfen. Trainings können anhand der Merkmale Information versus Erfahrungen und Kulturorientierung unterschieden werden. Siehe dazu auch Abbildung 9.5 im gedruckten Buch. Folgende interkulturelle Trainings werden unter anderem im Bereich Personalentwicklung eingesetzt. Erstens Kulturorientierte Trainings. Sie vermitteln, wie das Verhalten der Interaktionspartner durch den kulturellen Hintergrund beeinflusst wird. Die Analyse der eigenen Wertesysteme, Wahrnehmungsmuster und Kommunikationsformen wird dabei zum Ausgangspunkt für die Sensibilisierung gegenüber fremden Kulturen. In praktischen Übungen, wie Rollenspielen, Fallbeispielen oder Simulationen, werden die unterschiedlichen kulturellen Bezugssysteme gegenübergestellt und ihre Implikation auf Individuum und Gesellschaft diskutiert. Je nach praktischem Anteil hat das Training einen jeweils höheren Informations- beziehungsweise Erfahrungsgehalt. Da die Erfahrungen oft anhand fiktiver Kulturen und Situationen erzeugt werden, stellt sich die Frage, inwieweit die Teilnehmer dieses Wissen in realen interkulturellen Interaktionen anwenden können. Zweitens kulturspezifisch informatorische Trainings. Sie haben zum Ziel, landeskundliche Informationen, zum Beispiel politische, soziale oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen eines Landes, zu vermitteln, zum Beispiel mithilfe von Filmen oder Vorträgen. Allerdings werden kulturspezifische Merkmale häufig nur knapp beschrieben, ohne auf die kulturelle Entwicklung einzugehen. Dadurch fördert diese Trainingsform oftmals Klischees und Vorurteile und eine emotionale Auseinandersetzung mit der Zielkultur unterbleibt. Drittens interaktionsorientierte Trainings und Sensibilisierungstrainings. Sie haben eine erfahrungsorientierte Ausrichtung und ermöglichen den Teilnehmern durch direkten Kontakt mit Personen eines Landes kritische Interaktionen in Rollenspielen zu simulieren. In der Reflexion analysieren die Teilnehmer beider beider Kulturen die Interaktion ausgehend von ihrem jeweiligen kulturellen Orientierungssystem. Viertens Sensitivitätstrainings und Culture Assimilator Trainings. Sie fragen unter anderem nach den Gründen und Motiven für Verhalten. Ziel dieses Trainings ist es, mit Hilfe von Beschreibungen kritischer Situationen, die Teilnehmer die richtigen Begründungen zur Erklärung des Verhaltens herausfinden zu lassen. Eine Beschreibung dieser Trainingsform findet sich im WebEx-Kurs General Culture Assimilator auf www.lehrbuch-psychologie.de Personalauswahl Die kulturelle Prägung hat Einfluss auf Gefühle, Einstellungen und Handlungen. Daher sollte sie bei der Personalauswahl berücksichtigt werden. Siehe dazu Taras und Andere 2010. Dies wird möglich mit Hilfe von Assessment Centern, die speziell für interkulturelle Fragen entwickelt werden. Interkulturelle Assessment Center müssen, um von allen Beteiligten akzeptiert zu werden, bei der Konzeption, Durchführung und Auswertung kulturelle Wertvorstellungen berücksichtigen. Beispielsweise wird in Kulturen mit starker Unsicherheitsvermeidung, zum Beispiel Deutschland, großer Wert auf die Durchführung von Anforderungsanalysen gelegt. Und in individualistischen Kulturen werden Teilnehmer detaillierter über die Ziele, Übungsarten, Beobachter und Anforderungen des Assessment Center informiert, als in kollektivistischen Kulturen. Und es findet auch häufiger eine Evaluation der Teilnehmerreaktion im Hinblick auf Fairness, Transparenz, Durchführung, Ergebnisvermittlung, Kontrollierbarkeit der Situation und so weiter statt. Siehe dazu Prechtel 2009. Die Auswahl von Mitarbeitern für internationale Jobs ist besonders herausfordernd, weil neben der fachlichen Qualifikation auch das Arbeitsumfeld berücksichtigt werden muss. Der passende Kandidat muss in dem kulturellen Arbeitsumfeld effektiv arbeiten können. Kaliguiri und Kollegen 2009 zufolge treten klassische Prädiktoren wie Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten in den Hintergrund, während psychologische Faktoren wie Persönlichkeit und Faktoren wie Sprachkenntnisse oder internationale Erfahrung an Bedeutung gewinnen. Personalführung Die Globalisierung der Weltwirtschaft führt dazu, dass immer mehr Unternehmen international operieren und dass auch kleine und mittelständische Unternehmen dazu veranlasst werden, ins Ausland zu expandieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Daher ist es für Unternehmen und Führungskräfte wichtig, zu verstehen, welche Motive, Einstellungen sowie Führungserfahrungen und Erwartungen ausländische Mitarbeiter haben. Ein Forschungsprogramm, das sich solcher Fragen angenommen hat, ist das Global Leadership and Organisational Effectiveness Research Program von Dorfman und anderen 2001. Ein Ergebnis des Projektes ist zum Beispiel, dass charismatische und teamorientierte Führung in allen Kulturen positiv bewertet wird. Kapitel 10 Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation von Simone Kauffeld und Carsten C. Schermuli Fallbeispiel Marianne Kopf arbeitet seit drei Jahren in einer großen Werbeagentur in Berlin. Nach dem Praktikum war sie zunächst als freie Mitarbeiterin für die Agentur tätig, beendete ihr Grafikdesign-Studium und wurde anschließend fest angestellt. Da sie bereits auf mehrere Jahre Erfahrung in der Agentur zurückblicken konnte, erhoffte sie sich, schon bald in Projekten mit größerem Verantwortungsbereich eingesetzt zu werden. Besonders interessierten sie Kunden aus dem kulturellen Bereich, für die die Agentur immer wieder Kampagnen gestaltete. Ihre Enttäuschung war groß, als sie, ohne gefragt zu werden, dem Projektteam von Herrn Höner zugeordnet wurde. Auch war die Bezahlung nur wenig besser als zuvor. Das Team von Herrn Höner begleitete ein Werbeprojekt für einen amerikanischen Motorenölhersteller, der sich auf dem deutschen Markt bekannt machen wollte. Herr Höner ist in der Agentur als harter Hund bekannt. Aufträge müssen termingerecht bei ihm eintreffen und jede Änderung eines Entwurfs muss von ihm genehmigt werden. Zudem nimmt er sich heraus, ohne Absprache mit seinen Mitarbeitern, Änderungen an den Entwürfen vorzunehmen und an die Kunden zu schicken. Zunächst redete sich Frau Kopf ein, dass Herr Höner nur bei diesem sehr wichtigen Projekt das besagte Verhalten zeigen würde. Auch war sie sich sicher, dass ihr nächstes Projekt kulturell geprägt sei, denn sie langweilte sich bei der Bearbeitung ihrer Aufträge sehr. Die Wünsche von Frau Kopf gingen nicht in Erfüllung. Sie musste erneut mit Herrn Höner zusammenarbeiten und machte ähnliche Erfahrungen. Sie versuchte daraufhin mit Herrn Höner zu reden und nachdem dies fehl schlug, versuchte sie in ein anderes Projekt zu wechseln. Auch dies scheiterte und daher muss sich Frau Kopf seit einigen Wochen überwinden zur Arbeit zu gehen. Als sie letzte Woche die Nachricht erhielt, dass sie erneut mit Herrn Höner in einem Projekt für einen österreichischen Düngemittelhersteller Nach dem Arztbesuch sucht sie auf verschiedenen Internetseiten nach neuen Jobs. Fallbeispiel Ende. Abschnitt 10.1 Arbeitszufriedenheit Konstrukt der Arbeitszufriedenheit Die Arbeitszufriedenheit ist das Konstrukt der Arbeits- und Organisationspsychologie, welches womöglich die intensivste Erforschung erfahren hat. Siehe dazu Nerdinger und andere 2011. Für die Untersuchung und das Anstreben von Arbeitszufriedenheit gibt es verschiedene Gründe. Da Arbeit einen großen Teil des Tages und somit der gesamten Lebenszeit einnimmt, scheint es aus ethischen und humanitären Gründen erstrebenswert, dass Beschäftigte Zufriedenheit bei ihren beruflichen Tätigkeiten erleben. Arbeitszufriedenheit kann somit als eigenständiges humanitäres Ziel zur Steigerung der Lebensqualität aufgefasst werden. Weiterhin kann Arbeitszufriedenheit als Mittel für die Erreichung anderer Organisationsziele verstanden werden. So kann Arbeitszufriedenheit in Organisationen angestrebt werden, um Fehlzeiten oder die Fluktuation zu begrenzen oder die Arbeitsleistung zu steigern. Drittens kann Arbeitszufriedenheit als gesellschaftliches Ziel begriffen werden, um über Arbeitszufriedenheit auch Akzeptanz für das vorherrschende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu schaffen. Bei vielen Aufständen in unterschiedlichen Ländern und Zeiten tritt die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen als wichtiger, auslösender Faktor hervor. Zum Beispiel die Unzufriedenheit der Arbeitnehmer über die Erhöhung der Arbeitsnormen am 17. Juni 1953 in der DDR. Definition Arbeitszufriedenheit ist das, was Menschen in Bezug auf ihre Arbeit und deren Facetten denken und fühlen. Es ist das Ausmaß, in dem Menschen ihre Arbeit mögen oder nicht mögen . Definition Ende Dabei wird zumeist zwischen einer globalen Arbeitszufriedenheit und verschiedenen Facetten der Arbeitszufriedenheit unterschieden. Siehe zum Beispiel von Rosenstiel 2003. Die Aufteilung in Facetten wird damit begründet, dass auch die Arbeitssituation von Arbeitnehmern vielschichtig und komplex ist. Wenn wir uns das Beispiel von Frau Kopf vergegenwärtigen, so war diese unzufrieden mit den Inhalten ihrer Tätigkeit. Gerne hätte sie Werbung für Kultureinrichtungen statt für Düngemittel gemacht. Darüber hinaus war sie unzufrieden mit ihrem Vorgesetzten. Weitere Facetten der Arbeitszufriedenheit sind unter anderem die Bezahlung, die Kollegen oder die Aufstiegsmöglichkeiten. Ein Mitarbeiter kann beispielsweise mit seiner Bezahlung zufrieden sein und gleichzeitig mit seinen Arbeitsinhalten unzufrieden. Untersucht man, welchen Einfluss die einzelnen Facetten auf die allgemeine Arbeitszufriedenheit besitzen, so zeigt sich, dass die Zufriedenheit mit der Bezahlung sowie die Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt und den Vorgesetzten den Gesamteindruck am stärksten beeinflussen. Siehe Felfe 2009. Messung der Arbeitszufriedenheit Untersucht man die Arbeitszufriedenheit in Organisationen, so wird sie entweder als globales Maß, zum Beispiel mit einem einzelnen Item wie wie zufrieden sind sie mit ihrer Arbeit im Allgemeinen oder in Facetten gemessen. Englischsprachige Instrumente sind zum Beispiel der Job Descriptive Index von Smith und anderen 1969 oder das Job Satisfaction Survey von Spectre 1985. In deutscher Sprache können zum Beispiel die Skala zur Messung der allgemeinen Zufriedenheit von Fischer und Lück 1972 oder der Arbeitsbeschreibungsbogen von Neuberger und Allerbeck 1978 genutzt werden. Der Arbeitsbeschreibungsbogen ist eine deutschsprachige Version des Job Descriptive Index. Er misst mit insgesamt 81 Items neun verschiedene Facetten der Arbeitszufriedenheit Kollegen, Vorgesetzter, Tätigkeit, Arbeitsbedingungen, Organisation und Leitung, Entwicklung, Bezahlung, Arbeitszeit und Arbeitsplatzsicherheit. Dabei werden die Mitarbeiter gebeten, auf einer vierstufigen Skala zum Beispiel ihre Kollegen bezüglich folgender Adjektive einzuschätzen. Stur, hilfsbereit, zerstritten, sympathisch, unfähig, guter Zusammenhalt, faul und angenehm. Die Variablen Arbeitszeit und Arbeitssicherheit werden mit jeweils nur einem Item gemessen. Bin mit der Einteilung der Arbeitszeit zufrieden bzw. die Gefahr, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, ist hoch. Der Arbeitsbeschreibungsbogen hat sich in einer Vielzahl von Untersuchungen als reliables und valides Instrument erwiesen. Dennoch bestehen laut Kirchler und Hölzel 2011 verschiedene Probleme bei der Messung des Arbeitszufriedenheitskonstrukts. Das Problem der Selektion Entscheidet man sich dafür, die Arbeitszufriedenheit in Facetten zu messen, dann müssen bestimmte Aspekte der Arbeitszufriedenheit ausgesucht werden. So misst der Arbeitsbeschreibungsbogen zwar verschiedene Arbeitsbedingungen, z.B. ob der Arbeitsplatz sauber, unruhig oder bequem ist, aber er erfasst nicht, ob z.B. Frau Kopf mit dem Kantinenessen, dem Stadtteil, in dem der Arbeitsplatz liegt, oder dem Anfahrtsweg zufrieden ist. Ausgerechnet diese Aspekte könnten jedoch besonders wichtig für ihr Erleben von Arbeitszufriedenheit sein. Das Problem der Subjektivität der Realität Weiterhin ist es möglich, dass die abgefragten Konstrukte unterschiedlich interpretiert werden. Werden z.B. Frau Kopf und Herr Höhner global nach ihrer Arbeitszufriedenheit gefragt, so können unterschiedliche Auffassungen vorherrschen, was beide unter Arbeitszufriedenheit konkret verstehen. Das Problem subjektiver Strukturen Es kommt immer wieder vor, dass die gleichen Strukturen individuell anders bewertet werden. So könnte ein Kollege von Frau Kopf die genauen Vorgaben von Herrn Höhner oder die Werbung für einen Düngemittelhersteller als angenehm empfinden, z.B. weil er in einer landwirtschaftlich geprägten Region groß geworden ist. Das Problem soziale Erwünschtheit Mitarbeiter können geneigt sein, sozial Erwünscht zu antworten. So kann Frau Kopf überzeugt sein, hohe Arbeitszufriedenheitswerte angeben zu müssen, da sie glaubt, dass ihre Agentur das von ihr wünscht. Das Problem der Verfügbarkeitsheuristik Auch kann die Erhebung der Arbeitszufriedenheit dadurch verzerrt werden, dass die Mitarbeiter nicht generelle Einschätzungen vornehmen, sondern solche, die beim Ausfüllen des Fragebogens gerade präsent sind. Das Problem der Rekonstruktion und Rationalisierung Mitarbeiter sind, wenn sie bezüglich ihrer Arbeitszufriedenheit befragt werden, auf ihre Erinnerung angewiesen, was nicht immer zu realitätsnahen Antworten führt. Das Problem der Stimmung und Bewertung Die Forschung hat zeigen können, dass das Arbeitszufriedenheitsurteil stimmungsabhängig ist. Demnach wäre zum Beispiel eine gut gelaunte Frau Kopf geneigt, ihre Arbeitszufriedenheit positiver einzuschätzen als eine schlecht gelaunte. Theorien der Arbeitszufriedenheit Herzberg entwickelte mit Kollegen 1959 die Zwei-Faktoren-Theorie. Er fragte in seiner Pittsburgh-Studie mit der Methode der kritischen Ereignisse nach Flanagan 1954 beschäftigte nach Arbeitssituationen, in denen sie außergewöhnlich zufrieden oder außergewöhnlich unzufrieden waren. Dann wurden die Befragten aufgefordert, zu beschreiben, was sich ereignet hat. Dabei konnte er zwei verschiedene Faktoren identifizieren. Der erste Faktor umfasst Variablen, die lediglich die Zufriedenheit der Mitarbeiter beeinflussen, Motivatoren. Der zweite Faktor solche, die ausschließlich auf die Arbeitsunzufriedenheit wirken, Hygienefaktoren. Damit existiert nach Herzberg keine bipolare Arbeitszufriedenheitsdemokratie, Dimensionen. Arbeitszufriedenheit ist nicht das Gegenteil von Arbeitsunzufriedenheit, sondern Arbeitszufriedenheit und Arbeitsunzufriedenheit sind zwei unterschiedliche Dimensionen, die von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden. Das Vorhandensein von Motivatoren soll für Arbeitszufriedenheit und deren Abwesenheit für einen neutralen Zustand Nichtzufriedenheit sorgen. Für die Hygienefaktoren gilt das Umgekehrte. Die Gewährleistung kann höchstens die Arbeitsunzufriedenheit verhindern, Nicht-Arbeitsunzufriedenheit, denn Hygiene entfernt nur die Gesundheitsrisiken aus der Umwelt, sie heilt aber nicht. Damit sind auch zwei Maßnahmenkataloge erforderlich, um eine umfassende Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu realisieren. Förderung der Faktoren, die Arbeitszufriedenheit verursachen und Reduktion derjenigen, die Arbeitsunzufriedenheit determinieren. Im Rahmen der Pittsburgh-Studie konnten Leistungserlebnisse, Anerkennung, Arbeitsinhalt, übertragene Verantwortung, beruflicher Aufstieg und das Gefühl, sich in der Arbeit entfalten zu können, als Motivatoren identifiziert werden. Diese adressieren eher intrinsische, das heißt in der Arbeit liegende Faktoren und werden deshalb auch Content-Faktoren genannt. Die Hygiene-Faktoren beziehen sich hingegen auf den Arbeitskontext, sind also Kontextfaktoren, zum Beispiel Gehalt, Statuszuweisungen, Beziehungen am Arbeitsplatz, Führung, Unternehmenspolitik, Arbeitsbedingungen, persönliche, mit dem Beruf verbundene Bedingungen und Sicherheit des Arbeitsplatzes. Die Situation von Frau Kopf ist sowohl durch unzureichende Hygienefaktoren, nämlich Probleme mit dem Vorgesetzten, als auch durch fehlende Motivatoren geprägt, bezüglich des Arbeitsinhalts und der übertragenen Verantwortung. Frau Kopf sollte sich demnach zugleich nicht zufrieden und arbeitsunzufrieden fühlen. Die Theorie ist vielfach kritisiert worden. Besonders beanstandet wird, dass die Replizierbarkeit der empirischen Ergebnisse an die Methode der kritischen Ereignisse gebunden zu sein scheint. Aber auch inhaltlich zeigen sich Probleme. So ist zum Beispiel das Gehalt nicht eindeutig als Hygienefaktor identifizierbar. Dies mag daran liegen, dass das Gehalt subjektiv auch als Anerkennung interpretiert werden kann und damit einen motivierenden Content-Faktor darstellen kann. Bei aller Kritik hat die Theorie, die Forschung und Praxis jedoch auch stark stimuliert. Herzberg hat darauf aufmerksam gemacht, dass Mitarbeiter nicht nur aufgrund von ihrer Bezahlung zufrieden mit ihrer Arbeit sind und hat sich damit gegen den Taylorismus positioniert. Frei und Stutzer 2010 weiten diesen Gedanken auf die Lebenszufriedenheit aus. Den Autoren zufolge nutzt sich höheres Wohlbefinden aufgrund materieller Dinge schnell ab, denn Menschen gewöhnen sich an neue Situationen und stellen immer neue, höhere Ansprüche. Dieses Phänomen wird auch als adaptiver Hedonismus bezeichnet. Zudem ist der soziale Vergleich wichtig. Nicht das absolute Einkommensniveau ist entscheidend, sondern das Gehalt im Verhältnis zu bedeutsamen anderen Personen. Mehr zu dieser Equity Theory im Abschnitt 10.2 Arbeitsmotivation. Züricher Modell der Arbeitszufriedenheit Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Situation von Frau Kopf. Zunächst redete sie sich ein, dass Herr Höhner sich wahrscheinlich nur in diesem einen Projekt kontrollierend und rücksichtslos verhalten würde und dass ihr nächstes Projekt ein kulturelles sein wird. Als ihre Hoffnungen nicht erfüllt werden, versucht sie mit Herrn Höhner zu reden. Als bei der Einteilung der nächsten Projektgruppe erneut ihre Präferenzen keine Berücksichtigung erfahren, meldet sie sich krank und beginnt nach einem neuen Job zu suchen. An dem Fallbeispiel kann man deutlich erkennen, dass das Entstehen und der Umgang mit Arbeitszufriedenheit beziehungsweise Unzufriedenheit nicht statisch, sondern dynamisch ist. Dies Modell nach Brogemann 1976 berücksichtigt. Siehe dazu auch Abbildung 10.1 des gedruckten Lehrbuches. Das Züricher Modell der Arbeitszufriedenheit postuliert verschiedene Formen von Arbeitszufriedenheit. Ausgangspunkt des Modells ist ein Vergleich zwischen den eigenen Bedürfnissen und Erwartungen, dem Soll und deren tatsächlichen Realisierung in der Arbeitssituation, dem Ist. Kommt es zu einem negativen Ergebnis, besitzt der Mitarbeiter verschiedene Strategien, um diesen unangenehmen Zustand zu bewältigen. Diese werden Coping-Strategien genannt. Senkt er seine Ansprüche, so entsteht eine Art resignative Arbeitszufriedenheit. Nach dem Motto, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, es könnte ja noch schlimmer kommen. Behält er aber sein Anspruchsniveau bei, kann der Mitarbeiter entweder die Situationswahrnehmung verfälschen, indem er denkt, Herr Höhner ist gar nicht so schlimm, oder gar nichts tun und so in seinen Problemen stecken bleiben oder versuchen, die Situation zu ändern, zum Beispiel, ich rede mit Herrn Höhner. Daraus resultieren jeweils weitere Formen der Arbeitszufriedenheit. Fällt der Soll-Ist-Vergleich positiv aus, so kann der Mitarbeiter sein Anspruchsniveau erhöhen oder beibehalten. Aus der Beibehaltung erfolgt eine stabilisierte Arbeitszufriedenheit und aus der Erhöhung eine progressive Arbeitszufriedenheit. Während bei der stabilisierten Arbeitszufriedenheit der Status Quo erhalten werden soll, entstehen bei der progressiven Arbeitszufriedenheit neue Zielvorstellungen, die langfristig auch in einem negativen Ist-Soll-Vergleich resultieren können. Dieses primär kognitiv ausgerichtete Modell hat die Forschung vielfältig angeregt. Dass neben einer allgemeinen Zufriedenheit ein zweiter Faktor Resignation existiert, konnte von Semmer und Udris 2007 empirisch bestätigt werden. Die resignative Arbeitszufriedenheit kann potenziell helfen, widersprüchliche Forschungsergebnisse aufzuklären. So gibt zum Beispiel ein hoher Prozentsatz an Arbeitnehmern bei Befragungen an, zumindest ziemlich zufrieden zu sein. Zugleich geben jedoch viele dieser Personen an, ihren Beruf nicht noch einmal ergreifen zu wollen, wenn sie die Wahl hätten. Weiterhin besteht eine gute Passung zwischen dem Modell und anderen theoretischen Ansätzen, zum Beispiel Attributionsforschung, Dissonanztheorie oder Coping. Korrelate der Arbeitszufriedenheit Im Folgenden sollen Faktoren beschrieben werden, die Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit besitzen, Antizedenzen und solche, auf die sich die Arbeitszufriedenheit auswirkt, Konsequenzen. Antizedenzen Verschiedene Faktoren, die Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit haben, können in der Forschung identifiziert werden. Ein Faktor, der auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter wirkt, ist das Verhalten der Führungskräfte. Gastiel 1994 wertete in seiner Meta-Analyse Studien aus, die sich mit einem partizipativen versus autoritären Führungsstil beschäftigten. Die durchschnittliche Korrelation lag bei R ist gleich 0,23. Positive Werte indizieren einen positiven Zusammenhang zwischen dem partizipativen Führungsstil und Zufriedenheit. Autoritäre Führungskräfte, wie im Fallbeispiel Herr Höhner, tragen dazu bei, dass die Mitarbeiter wenig Arbeitszufriedenheit empfinden. In den Ohio-Studien, die im Kapitel 5 beschrieben wurden, wird zwischen einem mitarbeiterorientierten und einem aufgabenorientierten Führungsstil unterschieden. Judge und andere 2004 fanden in ihrer Meta-Analyse für den Zusammenhang zwischen der Mitarbeiterorientierung der Führungskräfte und der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter einen Zusammenhang von R ist gleich 0,40. Der Zusammenhang zwischen Aufgabenorientierung und der Arbeitszufriedenheit war um etwa die Hälfte niedriger. Weitere Führungsstilergebnisse sind der Meta-Analyse von Judge und Piccolo 2004 zu entnehmen. So korreliert das Ausmaß an laissez-faire orientierter Führung nach Minderungskorrektur für Prädiktor und Kriterium sowie Korrektur der Stichprobengröße zu – 0,28 mit der Arbeitszufriedenheit. Dagegen ist der Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und Arbeitszufriedenheit mit einem Wert von 0,58 positiv und groß. Das bedeutet, dass sowohl ein partizipativer als auch ein den Mitarbeitern positiv zugewandter Führungsstil kleine bis moderate Effekte auf die Arbeitszufriedenheit besitzen. Transformationale Führung hat starke positive Effekte, wohingegen eine Führungskraft, die ihre Führungsaufgaben nicht wahrnimmt, für negative Arbeitszufriedenheit verantwortlich ist. Weiterhin konnte meta-analytisch nachgewiesen werden, dass das Ausmaß an Beziehungs- und Austauschqualität, Leader-Member-Exchange, das ein Mitarbeiter im Verhältnis zur Führungskraft wahrnimmt, mit der Arbeitszufriedenheit assoziiert ist. Siehe dazu Dual Bone und andere 2012. Je stärker Mitarbeiter wahrnehmen, dass die Führungskraft sich für ihre Interessen einsetzt, sie unterstützt, sowie loyal und verlässlich agiert, desto höher ist auch die Arbeitszufriedenheit. Lehmann-Willenbrock und Kauffeld 2010 konnten darüber hinaus zeigen, dass nicht nur ein Vertrauensverhältnis zum Vorgesetzten einen wichtigen Prädiktor für die Arbeitszufriedenheit darstellt. Auch das Vertrauen in die Kollegen und das Vertrauen in die Organisation als Ganzes beeinflussen die Arbeitszufriedenheit positiv. Ein weiterer Faktor, der nach Angaben von Schemuli und anderen 2011 auf die Arbeitszufriedenheit wirkt, ist das Ausmaß an Empowerment, das die Mitarbeiter gegenüber ihrer Aufgabe erfahren. Beim Empowerment geht es um Arbeitserfahrungen der Mitarbeiter und ihre Überzeugungen bezüglich ihrer Arbeitsrolle. Siehe dazu auch den WebEx-Kurs Empowerment, Arbeitszufriedenheit und Burnout auf www.lehrbuch-psychologie.de Auch verschiedene Arbeitsbedingungsfaktoren können einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit besitzen. So empfinden beispielsweise Arbeitnehmer mit atypischen Beschäftigungsverhältnissen niedrigere Arbeitszufriedenheit. Arbeitnehmer, die für eine Zeitarbeitsfirma arbeiten, sind laut der Ergebnisse einer Meta-Analyse besonders arbeitsunzufrieden. Siehe Wilkin 2013 Auch konnten in mehreren Studien positive Zusammenhänge zwischen dem Alter und der Arbeitszufriedenheit festgestellt werden. Ältere Mitarbeiter scheinen mehr Zufriedenheit zu erleben, wobei es in einer Studie von Clark und anderen 1996 auch Belege für einen u-förmigen Zusammenhang gibt. Neben den Älteren empfinden auch besonders junge Mitarbeiter hohe Arbeitszufriedenheit. Verschiedene Gründe können für den positiven Zusammenhang zwischen Alter und Arbeitszufriedenheit verantwortlich sein. Erstens haben Berufsstationen, die in späteren Lebensabschnitten erreicht werden, mehr angenehme Charakteristiken, zum Beispiel mehr Gehalt oder höheren Status. Kontrolliert man diese Faktoren statistisch, bleibt der positive Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Alter weiter signifikant. Siehe dazu Kalleberg und Los Coco 1983 und War 1992. Zweitens gibt es Hinweise, dass ältere Arbeitnehmer andere Arbeitswerte besitzen. Siehe Wright und Hamilton 1978. Drittens könnte laut Clark und Kollegen 1996 eine Veränderung der Erwartungen an die Arbeit für den Zusammenhang verantwortlich sein. Jüngere Arbeitnehmer haben höhere Ansprüche an ihre Arbeit, zum Beispiel hinsichtlich des Einkommens und passen diese langfristig der Realität an. Viertens könnten Kohorteneffekte den Effekt bedingen. Ältere Kohorten waren auch als jüngere Arbeitnehmer zufriedener. Darüber hinaus können Selektionseffekte wirken. Ältere Unzufriedene sind zum Beispiel über Frühpensionierung schon ausgeschieden. Auch gibt es Hinweise, dass Arbeitszufriedenheit mit Persönlichkeitsfaktoren assoziiert ist. So konnte nachgewiesen werden, dass die Arbeitszufriedenheit über einen Messzeitraum von drei Jahren stabil bleibt. Auch wenn ein Arbeitsplatzwechsel stattgefunden hat, ist ein statistisch bedeutsamer Zusammenhang zwischen den Messzeitpunkten nachweisbar, siehe Dorman und Zapf 2001. Judge und Bono 2001 fanden meta-analytisch signifikant positive Zusammenhänge der generellen Selbstwirksamkeit, der internen Kontrollüberzeugung, dem Selbstwertgefühl sowie der emotionalen Stabilität mit der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten. Die Werte lagen zwischen 0,24 und 0,45. Diese als Core-Self-Evaluations bezeichneten Persönlichkeitsfaktoren können die Arbeitszufriedenheit langfristig beeinflussen. Werden die Persönlichkeitsfaktoren in der Kindheit gemessen, so korrelieren diese sogar noch 30 Jahre später mit der Arbeitszufriedenheit als Mitarbeiter, siehe Judge und andere 2000. Auch scheint die aktuelle Stimmung, in der sich der Beschäftigte befindet, Einfluss auf dessen Arbeitszufriedenheit zu haben. Konsequenzen Arbeitszufriedenheit besitzt verschiedene Auswirkungen. So bestehen nach Weihnacht 2004 Zusammenhänge mit der physischen und psychischen Gesundheit. Wie Shamuli und andere 2011 nachweisen konnten, korreliert Arbeitszufriedenheit mit Burnout, was wiederum mit den krankheitsbedingten Fehltagen assoziiert ist. Somit kann mangelnde Arbeitszufriedenheit mit erheblichen persönlichen Kosten der Arbeitnehmer einhergehen. Weiterhin hängt Arbeitszufriedenheit mit Absentismus und Fluktuation zusammen, sowie mit der organisationalen Bindung der Mitarbeitenden. Siehe dazu Mathieu und Sajak 1990. Wie im Fallbeispiel auch, ist niedriger Arbeitszufriedenheit häufig der Startpunkt dafür, dass sich Mitarbeiter darüber Gedanken machen, ob sie auch zukünftig für die Organisation arbeiten möchten. Wenn Mitarbeiter nach einem neuen Arbeitgeber suchen, sind arbeitsunzufriedene Mitarbeiter nach Angaben von Swida und anderen 2011 besonders geneigt dazu, der Suche auch tatsächlich einen Arbeitgeberwechsel folgen zu lassen. Diesen Ergebnissen nach sollte Frau Kopf nicht nur einen neuen Arbeitgeber suchen, sondern auch tatsächlich kündigen. Wenn Mitarbeiter gehäuft dem Arbeitsplatz fernbleiben, die Bindung an die Organisation niedrig und die Kündigungsrate hoch ist, können daraus wiederum negative Effekte für die Organisation entstehen. Arbeit, die aufgrund von Fehlzeiten nicht bearbeitet wird, bleibt unerledigt oder muss von Kollegen übernommen werden, was wiederum deren Frustration oder Arbeitsbelastung steigern kann. Fluktuation kann unter Umständen vom Unternehmen gewünscht sein, doch geht auch diese mehrheitlich mit Problemen einher, zum Beispiel mit Wissens- und Expertiseverlust für das eigene Unternehmen, Wissens- und Expertisegewinn für Konkurrenten, Anwerbung, Auswahl und oder Ausbildung von neuen Mitarbeitern und mit Imageverlust. Sehen Sie dazu auch den Webex-Kurs Konstrukt der organisationalen Bindung auf www.lehrbuch- psychologie.de Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen Arbeitszufriedenheit und destruktivem Arbeitnehmerverhalten. Wie komplex die Zusammenhänge sein können, zeigt eine Studie von Judge und anderen 2006. Sie ließen 74 Mitarbeiter drei Wochen lang täglich die wahrgenommene Gerechtigkeit in Interaktionen mit ihren Führungskräften einschätzen. Beispielitems Has he or she treated you in a polid manner? Has he or she treated you with respect? Zusätzlich bewerteten sie jeweils das Ausmaß feindlicher Gefühle, Arbeitszufriedenheit sowie das destruktive Verhalten. Die Autoren testeten ein an die Effective Events Theory von Weiss und Cropanzano 1996 angelehntes Modell und konnten folgendes zeigen. Mitarbeiter, die sich gerecht behandelt fühlen, haben weniger feindliche Gefühle. Feindlichkeit war negativ mit der Arbeitszufriedenheit korreliert, die wiederum das Ausmaß an destruktivem Verhalten der Mitarbeiter vorhersagen konnte. Weiterhin besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und dem Organisational Citizenship Behavior, der meta-analytisch nachgewiesen werden konnte. Siehe dazu Fassina und andere 2008. Unter Organisational Citizenship Behavior versteht man laut Organ 1988 positives Verhalten gegenüber der Organisation und den Organisationsmitgliedern, das über die formal vorgeschriebenen Pflichten bei der Arbeit hinausgeht und somit freiwillig gezeigt wird. Laut Fassina und anderen 2008 sprechen drei Gründe für den positiven Zusammenhang. Mitarbeiter, die arbeitszufrieden sind, zeigen mehr Organisational Citizenship Behavior, um das positive Arbeitsumfeld zu vergelten, weil positive Gefühle mit proaktiven und unterstützenden Verhaltensweisen verbunden sind und weil sie die Organisation und damit den Arbeitsplatz erhalten wollen, den sie mögen. Schwierig ist der Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Leistung zu bewerten. Frohm 1964 konnte in einer Übersicht über 20 Studien einen Zusammenhang mit einem Median von 0,14 nachweisen. Die Spannweite der Korrelationen war sehr groß und lag zwischen – 0,31 und 0,80. Eine neuere Meta-Analyse von Judge und anderen 2001 fand dagegen einen Zusammenhang, der etwa doppelt so hoch lag. Hier konnten auch Moderatoren identifiziert werden. So fällt zum Beispiel der Zusammenhang bei anspruchsvollen Tätigkeiten höher aus. Allerdings lässt die Studie keine Schlussfolgerungen über die Kausalrichtung zu. So kann mehr Zufriedenheit zu mehr Leistung führen, aber auch mehr Leistung zu mehr Zufriedenheit. Wie zum Beispiel beim Zwei-Faktoren-Modell dargestellt, werden, wenn Beschäftigte angenehme Berufssituationen schildern, besonders häufig positive Leistungserlebnisse berichtet. Natürlich sind auch eine wechselseitige Beeinflussung der beiden Faktoren Leistung kann Zufriedenheit und Zufriedenheit Leistung beeinflussen oder die Moderation der Beziehung durch eine dritte Variable, zum Beispiel durch Motivation oder das Selbstwertgefühl möglich. Auch ist möglich, dass der Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Leistung eine Scheinbeziehung ist. Das bedeutet, dass die festgestellte Beziehung aufgrund der Korrelation existiert, die beide Variablen zu einer dritten nicht gemessenen Variablen aufweisen, zum Beispiel die allgemeine Wirtschaftslage. Abschnitt 10.2 Arbeitsmotivation Konstrukt der Arbeitsmotivation Seit 2001 befragt das Meinungsforschungsinstitut Gallup jährlich Mitarbeiter in Deutschland zu ihrem Engagement und ihrer Arbeitsmotivation. Basierend auf zwölf Aussagen zu Arbeitsplatz und Arbeitsumfeld werden die Befragten in drei Gruppen eingeteilt. Laut Gallup machte im Jahr 2012 die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland Dienst nach Vorschrift. Sie arbeitete also gerade so viel wie unbedingt notwendig. Nur 15% der Mitarbeiter waren engagiert, während 24% innerlich bereits gekündigt hatten. Solche Mitarbeiter arbeiten teilweise sogar aktiv gegen das Unternehmen. Sie halten Informationen zurück, stören und treiben im schlimmsten Fall Sabotage. Bedenklich ist, dass die Größe dieser Gruppe von 2001 bis 2012 deutlich gewachsen ist. Somit stehen der Studie zufolge jedem motivierten Arbeitnehmer ungefähr zwei unmotivierte und sechs Mitläufer gegenüber. Zur Begriffsunterscheidung ist zu sagen, dass sich die Arbeitszufriedenheit darauf bezieht, wie ein Mitarbeiter seine Arbeit wahrnimmt und empfindet, wohingegen sich die Arbeitsmotivation stärker auf Verhaltensdispositionen in Hinblick auf Art, Auswahl, Stärke und Intensität des Verhaltens bezieht. Während Arbeitszufriedenheit eine eher retrospektive Ausrichtung besitzt, hat die Arbeitsmotivation eine stärker prospektive Orientierung. Das heißt, sie hat konkrete Auswirkungen darauf, wie gut oder engagiert jemand seine Arbeit erledigt. Wichtig ist daher das Verständnis vom Zusammenspiel zwischen Motiv, Anreiz und Motivation. Siehe dazu auch die Abbildung 10.2 im gedruckten Buch. Für die aktuelle Motivation sind neben den Motiven, das heißt den zeitlich stabilen Wertungsdispositionen, auch die Situation und deren Anreizcharakter wichtig. Frau Kopf kann zum Beispiel ein hohes Affiliationsmotiv besitzen, das heißt, ihr ist es wichtig, Anschluss an andere zu finden und sich freundlich gegenüber diesen zu verhalten. Wenn ein neuer Kollege in die Abteilung versetzt wird, so kann dies als Anreiz wirken und Frau Kopf ist motiviert, Kontakt mit dem neuen Kollegen aufzunehmen und ihm bei der Einarbeitung zu helfen. Theorien der Arbeitsmotivation Theorien der Arbeitsmotivation lassen sich grob in zwei Klassen einteilen. Die sogenannten Inhaltstheorien fokussieren die zentralen Inhalte der Motive und damit die Motivquellen. Die Leitfrage ist was? Beispiele dafür sind das Modell der Bedürfnishierarchie von Maslow 1954, die ERG Theorie von Alderfa 1972 oder die Theorie der gelernten Bedürfnisse von McClelland 1984. Die sogenannten Prozesstheorien konzentrieren sich hingegen auf die psychologischen Prozesse, die dazu führen, dass und wie eine Handlung durchgeführt wird. Die Leitfrage ist wie? Beispiele dafür sind das Job Characteristic Model von Hackman und Oldham 1980, das VIE-Modell von Vroom 1964, die Zielsetzungstheorie von Locke und Lethem 1990 und die Equity Theory von Adams 1965. Modell der Bedürfnishierarchie Das Modell der Bedürfnishierarchie von Maslow 1954 wurde zwar ursprünglich nicht für den Arbeitskontext formuliert, hat aber in der Arbeits- und Organisationspsychologie große Beachtung gefunden. Es ist stark von der humanistischen Schule geprägt. Maslow unterscheidet keine Einzelbedürfnisse, sondern fünf Bedürfnisklassen. Physiologisches Bedürfnis, Sicherheitsbedürfnis, Soziales Bedürfnis, Individual und das Wachstumsbedürfnis. Zu den physiologischen Bedürfnissen gehören zum Beispiel Essen, Trinken und Schlafen, also alles, was zum unmittelbaren Überleben des Individuums notwendig ist. Das Sicherheitsbedürfnis zielt auf den Wunsch des Individuums, frei von Bedrohung und Existenznot zu leben. Gewissermaßen geht es um die Sicherung der physiologischen Bedürfnisse in der Zukunft. Soziale Bedürfnisse beziehen sich auf den Wunsch nach Freundschaft, Anschluss und Austausch mit anderen Individuen, während die Individualbedürfnisse auf Macht, Status, Geltung und Selbstwertschätzung zielen. Die ersten vier Bedürfnisklassen gelten als Defizit- beziehungsweise Mangelbedürfnisse. Während die Selbstverwirklichung von Maslow als Wachstumsbedürfnis klassifiziert wird. Mangelbedürfnisse sind niedere Bedürfnisse. Sobald ein solches befriedigt wurde, soll das nächsthöhere wirksam werden. Nur wenn zum Beispiel die physiologischen und die Sicherheitsbedürfnisse eines Mitarbeiters ausreichend berücksichtigt wurden, sollen die sozialen Bedürfnisse wichtig für ihn werden. Maslow geht davon aus, dass ein Bedürfnis umso dringlicher erlebt wird, je weiter unten es steht. Dies wird als Präpotenzannahme bezeichnet. Das einzige Bedürfnis, das unbegrenzt wirksam bleiben soll, ist das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Deshalb wird es als einziges als Wachstumsbedürfnis bezeichnet. Das Modell ist vielfach kritisiert worden. So wird gefordert, dass die formulierten Bedürfnisse universell für alle Menschen gelten sollen und es wird bemängelt, dass die Klassen nicht empirisch wissenschaftlich fundiert werden konnten. Zudem überlappen sich die Klassen teilweise. So kann ein hohes Einkommen sowohl in die Klasse der physiologischen Bedürfnisse, im Sinne von Essen kaufen oder einer besseren Krankenversicherung, als auch in die Klasse der Achtung und Wertschätzung eingeordnet werden. Auch die Präpotenzannahme wurde immer wieder Gegenstand von Kritik und ist empirisch kaum haltbar. Dennoch können aus dem Modell Implikatoren für die Praxis abgeleitet werden. Siehe dazu Tabelle 10.1 des gedruckten Lehrbuches. Job Characteristics Model Hackman und Oldham 1980 postulieren in ihrem Job Characteristics Model Hypothesen Hypothesen über motivationsfördernde Merkmale der Arbeitssituation und deren Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten der Beschäftigten. Grundlage ihrer Überlegungen ist das Grundbedürfnis des Menschen nach optimaler Stimulation und der Wunsch eines Individuums, sich selbst als Verursacher von Umweltveränderungen wahrzunehmen. Siehe Brandstetter 1999 Damit es zu hoher intrinsischer Arbeitsmotivation und anderen positiven Arbeitsauswirkungen zum Beispiel hohe Qualität und Leistung, hohe Arbeitszufriedenheit, niedrige Abwesenheit und Fluktuation kommen kann, müssen Mitarbeiter ihre Arbeitstätigkeit als bedeutsam wahrnehmen. Sie müssen Verantwortung für die eigene Arbeitstätigkeit erfahren und Wissen um die Ergebnisse der eigenen Tätigkeiten haben. Siehe dazu Kauffeld und Grote 1999 Die Ausprägungen dieser kritischen Erlebniszustände werden durch fünf Merkmale der Tätigkeit Core Job Characteristics bestimmt. 1. Anforderungsvielfalt Skill Variety Ausmaß, in dem eine Tätigkeit eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten beinhaltet, welche verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten des Mitarbeiters erfordern. 2. Ganzheitlichkeit der Aufgabe Task Identity Ausmaß, in dem eine Tätigkeit die Fertigstellung eines ganzen identifizierbaren Produktes oder einer Dienstleistung erfordert. 3. Bedeutung der Aufgabe Task Significance Ausmaß, in dem die Tätigkeit einen beträchtlichen Einfluss auf das Leben anderer hat. 4. Autonomie Autonomie Ausmaß, in dem die Tätigkeit Freiheit bei der Einteilung der Arbeit und der Wahl der Vorgehensweise bietet. 5. Rückmeldung durch die Tätigkeit Feedback from the Job Ausmaß, in dem die Ausführung der Tätigkeit selbst direkte und klare Informationen über die Leistung des Mitarbeiters dabei gibt. Die ersten drei Tätigkeitsmerkmale wirken auf die Bedeutsamkeit der Aufgabe, während die Autonomie die Verantwortung und die Rückmeldungen das Wissen um die Ergebnisse der eigenen Tätigkeit beeinflussen. Die drei kritischen Erlebniszustände fungieren somit als Mediatoren zwischen den Aufgabenmerkmalen und den Auswirkungen der Arbeit, siehe dazu auch Abbildung 10.3 des gedruckten Lehrbuches. Für die Bestimmung des Motivationspotenzials geben Heckman und Otham folgende Berechnungsformel an. Die drei Faktoren Vielfalt, Ganzheitlichkeit und Bedeutung, die auf die Bedeutsamkeit wirken, werden addiert und durch drei geteilt. Aus der Multiplikation dieses Terms mit Autonomie und Rückmeldung ergibt sich das Motivationspotenzial. Die multiplikative Verknüpfung impliziert, dass die komplette Gleichung Null wird, sobald ein Bestandteil Null ist. Besteht zum Beispiel überhaupt keine Autonomie für die Mitarbeiter, bleibt das Motivationspotenzial der Arbeit Null, unabhängig davon, wie viele Rückmeldungen die Mitarbeiter erhalten. Fried und Ferris 1987 konnten in ihrer Meta-Analyse einen hohen Zusammenhang zwischen dem Motivationspotenzial und der Arbeitszufriedenheit sowie einen mittleren mit der Arbeitsleistung nachweisen. Frau Kopf sollte ein eher niedriges Motivationspotenzial besitzen. Sie nimmt ihre Arbeit für Motorenöl und Düngemittelhersteller als unbedeutsam sowie wenig vielfältig wahr und ihre Führungskraft lässt ihr wenig Autonomie in der Bearbeitung der täglichen Aufgaben. Parallel zur theoretischen Entwicklung wurde ein reliables und valides Diagnose- Instrument entwickelt. Der Job Diagnostic Survey fokussiert die subjektive Wahrnehmung des Stelleninhabers und liefert theoretisch begründete Aussagen darüber, welche Merkmale der Arbeitssituation sich im Erleben und Verhalten von Arbeitspersonen niederschlagen und welche motivationalen Prozesse dabei über welche Mechanismen eine Rolle spielen. Aus dem Modell können konkrete Maßnahmen der Arbeitsgestaltung abgeleitet werden. Auf den Zusammenhang zwischen Aufgabenschwierigkeit und Kompetenz der Mitarbeitenden weist die Theorie zum Flow hin. Siehe dazu auch die Abbildung 10.4 des gedruckten Buches. Exkurs Flow als optimale Arbeitsmotivation Csikszent Mihaly 1975 entwickelte die Theorie des Flows. Das Flow-Erleben zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Umfassendes Gefühl in eine Aufgabe involviert zu sein, eine Verschmelzung von Handlung und Aufmerksamkeit, eine Aufmerksamkeitsfokussierung auf Aufgaben und tätigkeitsbezogene Stimuli, das Gefühl vollständige Kontrolle über Handlungen und die Handlungswelt zu haben. Besonders wichtig für das Flow-Erleben ist die Passung zwischen der Aufgabenschwierigkeit und den Fähigkeiten des Mitarbeiters. Flow-Erleben kann sich nur einstellen, wenn die Aufgabenschwierigkeit den Kompetenzen entspricht. Ist die Aufgabenschwierigkeit höher als die Fähigkeiten, führt das zur Überforderung und damit zu Angst und Kontrollverlust. Ist die Aufgabe dagegen zu einfach, dann resultiert daraus Unterforderung und damit Langeweile. Somit ist die Passung mit einer Zone des optimalen Erlebens Flow-Kanal assoziiert und die fehlende Passung jeweils mit aversiven Emotionszuständen. Das Modell hat auch praktische Implikationen für die Personalarbeit. So sollte während der Personalauswahl, zum Beispiel in einem Assessment Center, darauf geachtet werden, dass ein Bewerber die Anforderungen der Stelle erfüllt, aber nicht überfüllt, das heißt viel zu gut ist. Für die Personalentwicklung impliziert das Modell, dass ein Mitarbeiter, der über längere Zeit eine Stelle erfolgreich ausgefüllt hat oder an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen hat, dann auch neue und herausfordernde Aufgaben erhalten muss, die seinen entwickelten Fähigkeiten entsprechen. Exkurs Ende Valenz- Instrumentalitäts- Erwartungsmodell Das Valenz- Instrumentalitäts- Erwartungsmodell, abgekürzt VIE-Modell, wurde von Vrom 1964 formuliert. Es geht davon aus, dass Menschen, bevor sie eine Entscheidung für eine Handlung treffen, die Kosten und den Nutzen abwägen. Wie motiviert eine Person am Arbeitsplatz ist, hängt laut Vrom von drei Variablen ab. E wie Erwartung. Wird meine Bemühung dazu führen, dass ich das konkrete Arbeitsziel auch erreichen kann? I wie Instrumentalität Inwieweit ist das Handlungsziel ein Weg, um persönliche Ziele zu erreichen, zum Beispiel mehr zu leisten? V Vivalenz Wie wichtig, attraktiv ist für mich das jeweilige persönliche Ziel, zum Beispiel eine Beförderung? Ein Mitarbeiter wird dann gute Leistung vollbringen, wenn er eine hohe Wahrscheinlichkeit darin sieht, dass die eigenen Bemühungen auch in hoher Arbeitsleistung resultieren, Erwartung. Damit rechnen kann, dass gute Arbeitsleistung auch zum Erreichen persönlicher Ziele führt, Instrumentalität. Diese persönlichen Ziele als positiv attraktiv empfindet, Valenz. In Vroms Modell sind die Variablen multiplikativ verknüpft, Wird Wird eine der drei obigen Bedingungen nicht erfüllt, so ist es unwahrscheinlich, dass ein Mitarbeiter sein Verhalten ändert. Beispielsweise könnte ein Mitarbeiter überzeugt sein, dass besonders gute Arbeitsleistung dazu führt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit befördert wird, Instrumentalität. Er ist davon überzeugt, dass er besonders gute Leistungen erbringen kann, Erwartung. Gleichzeitig bewertet er eine Beförderung sehr positiv, Valenz und verbindet damit für ihn wichtige Ziele wie mehr Gehalt, Einfluss oder Status. Demnach sollte er eine hohe Arbeitsmotivation aufweisen. Das VIE-Modell konnte meta-analytisch bestätigt werden. So bestehen laut Van Erde und Thierry 1996 Zusammenhänge zur Anstrengung der Intention eine Handlung auszuführen und zur Leistung. Dabei sind die Zusammenhänge mit der Intention höher als mit der Leistung. Denn zwischen Anstrengung und Leistung müssen noch einige Verbindungsglieder berücksichtigt werden. Siehe dazu Semmer und Udris 2007. Weiterhin ist positiv an dem Modell zu bewerten, dass es Verhaltensunterschiede von Menschen am Arbeitsplatz erklären kann. Im Modell von Vrom sind nicht alle Menschen gleich. Es wird anerkannt, dass Menschen unterschiedliche Präferenzen besitzen. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs zum Korrumpierungseffekt. Exkurs intrinsische versus extrinsische Motivation Der Korrumpierungseffekt Bei intrinsischer Motivation führt eine Person eine Handlung um ihrer Selbstwillen aus. Das heißt, die Aufgabenbearbeitung macht Spaß. Dagegen wird bei extrinsischer Motivation ein Verhalten ausgeführt, um erwünschte Konsequenzen zu erreichen, wie zum Beispiel Geld, Lob, Anerkennung. Interessante, herausfordernde Jobs sollen laut Daisy und Ryan 1980 am ehesten die intrinsische Motivation einer Person fördern. Gleichzeitig kann die zu starke Betonung extrinsischer Motivation zu einer Verringerung der intrinsischen Motivation führen, siehe Daisy und andere 1999. Dies nennt man den Korrumpierungseffekt. Eine externe Belohnung für eine eigentlich intrinsisch motivierte Tätigkeit zu erhalten, kann die intrinsische Motivation untergraben. Frey und Osterloh 2002 berichten von einem Endlager für Nuklearabfälle, das in der Schweiz errichtet werden sollte. Zunächst waren etwa 50% der Gemeindemitglieder dafür, das Endlager ohne monetäre Kompensation zu akzeptieren. Nachdem unter sonst gleichen Bedingungen eine erhebliche Kompensation für die Akzeptanz des Endlagers angeboten wurde, waren nur noch etwa 25% der Befragten zur Akzeptanz bereit. Der Effekt tritt aber nicht nur bei Belohnungen, sondern auch bei Bestrafungen auf. So wurden in einem israelischen Kinderhort die Kinder regelmäßig zu spät abgeholt, sodass die Angestellten über die offizielle Schließzeit anwesend sein mussten. Um dem zu entgegnen, wurden empfindliche Geldstrafen für Eltern verhängt, die ihre Kinder zu spät abholen. Daraufhin stieg die Zahl der zu spät Abholer erheblich. Dizzy und Kollegen konnten meta-analytisch zeigen, dass erwartete materielle Belohnungen die intrinsische Motivation verringern. Dagegen hatten nicht erwartete sowie nicht kontingente Belohnungen keinen Effekt. Verbale Belohnungen, Lob, hatten hingegen, wenn sie nicht kontrollierend eingesetzt wurden, einen positiven Effekt auf die intrinsische Motivation. Daher sollten sich Führungskräfte und andere Personalverantwortliche weniger auf Belohnungssysteme und stattdessen mehr darauf konzentrieren, wie man die Arbeit stärker intrinsisch motivierend gestalten kann. Dafür ist es wichtig, die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu erkunden und ihnen entsprechende Aufgaben zukommen zu lassen. Darüber hinaus sollten Job Enrichment und Job Enlargement betrieben werden. Mehr dazu in Kapitel 11. Zudem sollten Führungskräfte verstärkt verbale statt materielle Belohnungen einsetzen und dabei vermeiden, kontrollierend zu werden. Equity Theory Die Equity bzw. Gerechtigkeitstheorie wurde von Adams 1965 entwickelt. Kern der Theorie ist die These, dass Menschen nur dann Beziehungen eingehen und aufrechterhalten, wenn Verteilungsgerechtigkeit besteht, wenn sie also eine faire Gegenleistung für ihren Einsatz bekommen. Menschen führen am Arbeitsplatz Vergleiche im Hinblick auf Gerechtigkeit durch. Diese finden in einem sozialen Kontext statt. Dabei ist entscheidend, welchen Einsatz Input z.B. Anstrengung, Wissen, Können, Loyalität, Zeit und welchen Ertrag, Outcome, z.B. Gehalt, Sozialaufwendungen, Lob, Verantwortung, berufliche Perspektive, Mitarbeiter bei sich und bei bedeutsamen anderen Personen wahrnehmen. Letztere können eine konkrete Person, eine Gruppe konkreter Personen, z.B. die Kollegen in der Abteilung oder die Abstraktion einer größeren Menge von Personen sein, z.B. die Arbeitnehmer in einem bestimmten Tarifgebiet. Die Vergleichspersonen besitzen aber zumeist einen ähnlichen Rang wie die Person, die den Vergleich durchführt. Frau Kopf aus dem Fallbeispiel könnte sich z.B. mit anderen ehemaligen Praktikanten der Agentur vergleichen. Was als relevanter Input oder Outcome angesehen wird, hängt von der spezifischen Vergleichssituation ab. Es können zwei Formen der Unausgeglichenheit entstehen. Wenn der Outcome der Person im Verhältnis zu ihrem Input kleiner ist als bei anderen, so besteht eine Unterbezahlung. Ist das Verhältnis der Person größer als bei anderen, dann herrscht eine Überbelohnung. Kommt es zu einem der beiden Ungleichgewichte, so kann die Person verschiedene Strategien einsetzen, um dieses zu beseitigen. Erstens kann sie ihren Input verändern. So könnte Frau Kopf z.B. weniger lang oder engagiert arbeiten. Zweitens kann eine kognitive Umbewertung vorgenommen werden. Frau Kopf könnte die Einschätzung des eigenen oder des fremden Inputs bzw. Outcomes verändern. Auch ist es möglich, dass die Vergleichspersonen gewechselt werden. Statt mit den Kollegen, die in der Projektgruppe mit den kulturellen Kunden arbeiten, könnte sich Frau Kopf mit den Personen vergleichen, die ebenfalls für Kunden aus der Wirtschaft tätig sind. Viertens kann versucht werden, dass die Vergleichspersonen ihren Input oder ihr Outcome verändern. Frau Kopf könnte der Geschäftsleitung vorschlagen, dass für Kulturprojekte weniger Bonus ausgeschüttet wird. Fünftens kann Frau Kopf das Feld und damit die Vergleichssituation verlassen und z.B. zu einer anderen Agentur wechseln. An der Gerechtigkeitstheorie sind verschiedene Punkte zu kritisieren. Sie geht z.B. davon aus, dass sich Menschen rational verhalten, was nicht immer der Fall ist. Weiterhin berücksichtigt sie nur die Verteilungsgerechtigkeit. Andere Gerechtigkeitsarten, wie die prozedurale oder die interaktionale Gerechtigkeit, werden hingegen nicht beachtet. Bei der prozeduralen Gerechtigkeit handelt es sich um die wahrgenommene Fairness der Prozesse, die zur Verteilung der Ergebnisse führt. Bei der interaktionalen Gerechtigkeit handelt es sich um die Fairness, die bezüglich des sozialen Verhaltens, z.B. des Vorgesetzten, empfunden wird. Darüber hinaus sind die meisten Studien zur Equity-Theorie im Labor durchgeführt worden, z.B. von Mao Day 1979 oder Greenberg 1982. Außerdem konnte die Theorie eher für Situationen, bei denen Unterbezahlung statt Überbelohnung vorliegt, bestätigt werden. Siehe dazu Pritchard und Andere 1972 sowie Campbell und Pritchard 1976. Zielsetzungstheorie Die Zielsetzungstheorie von Locke und Latham 1990 geht davon aus, dass Ziele zu höherer Leistung führen können. Besondere Relevanz werden dabei zwei Aspekten zugesprochen, der Zielschwierigkeit und der Zielspezifität. Herausfordernde Ziele, die aber erreichbar sind, sollen zu besseren Leistungen führen als mittlere oder leicht zu erreichende Ziele. Gleiches soll für präzise und spezifische Ziele gegenüber allgemeinen und wagen Zielen gelten. Vermittelt werden die positiven Leistungseffekte der Ziele durch verschiedene Variablen. Eine Variable ist die Anstrengungsbereitschaft. Durch die herausfordernden und präzisen Ziele sollen sich die Beschäftigten mehr anstrengen, d.h. mehr Energie für den Beruf mobilisieren. Diese Anstrengung soll wiederum zu höherer Leistung führen. Weiterhin sollen sich die Mitarbeiter ihrer Aufgabe mit mehr Ausdauer widmen, aktivierter sein und ihre Aufmerksamkeit stärker fokussieren. Die Aufmerksamkeit wird durch das Ziel geleitet. Voraussetzung für diese positiven Effekte auf die Leistung ist aber, dass die Ziele durch die Mitarbeiter akzeptiert werden und dadurch eine Zielbindung entsteht. Weitere Variablen, die die Mediation zwischen den Zielen und der Leistung moderieren, sind auch im gedruckten Buch in Abbildung 10.5 aufgeführt. So sollen die Mitarbeiter über ausreichende Fähigkeiten für die Zielbearbeitung verfügen. Weiterhin ist es günstig, dass sie Feedback über Teil- und Zwischenergebnisse erhalten. Diese Variable ist uns bereits aus dem Job-Characteristics-Model bekannt. Nur durch Feedback erfahren die Mitarbeiter, ob sie sich auf einem angemessenen Weg der Zielerreichung befinden. Weiterhin sollten die Mitarbeiter alles von der Organisation zur Verfügung gestellt bekommen, was sie für die Zielerreichung brauchen. Dazu gehören zum Beispiel adäquate Werkzeuge, Materialien, Arbeitsmethoden und eine entsprechende Arbeitsumgebung. Positiv an der Zielsetzungstheorie ist zu bewerten, dass sich viele Aussagen in konkrete Handlungsanweisungen für Führungskräfte übersetzen lassen. Diese können zum Beispiel in Zielvereinbarungsgesprächen genutzt werden. So sollten Führungskräfte zum Beispiel die Ziele gemeinsam mit den Mitarbeitern festlegen und ihnen regelmäßig Feedback geben. Die Theorie gilt darüber hinaus für Individuen als gut gesichert. Für Gruppen trifft dies nicht in gleichem Maße zu. Kapitel 11 Arbeitsanalyse und Gestaltung von Simone Kauffeld und Anne Martens Fallbeispiel Ein mittelständisches Produktionsunternehmen will die Effizienz seines Warenlagers erhöhen, da sich verschiedene Fachabteilungen beschwert haben, dringend benötigte Ersatzteile erst zwei bis drei Tage nach Anforderung zu erhalten. In dem Warenlager werden täglich große Mengen von neuen Waren angeliefert und ebenso große Mengen an die entsprechenden Fachabteilungen weitergeleitet. Für die arbeitsanalytische Betrachtung der Begleitumstände und zur Ermittlung der Schwachstelle im Lager arbeiten verschiedene Instanzen zusammen. Herr L., der als Arbeitspsychologe in den Produktionsunternehmen beschäftigt ist, wird als Verantwortlicher für die Durchführung der Arbeitsanalyse eingesetzt. Ein Mitglied des Betriebsrates, das vorher ebenfalls im Lager tätig war und die Prozesse dort kennt, soll Herrn L. dabei unterstützen, Schwachstellen im Arbeitsablauf zu ermitteln. Im Rahmen der Arbeitsanalyse werden verschiedene Mitarbeiter befragt. Es wird deutlich, dass die Mitarbeiter des Wareneingangs nicht genau genug instruiert werden, um einen Teil der eingehenden Waren direkt an die richtige Stelle im Lager weiterzuleiten. Dieses Problem tritt erst seit ein paar Wochen auf, nämlich seitdem ein neu unter Vertrag genommener Zulieferer veränderte Produkte liefert. Die neuen Produkte sind zudem nicht richtig deklariert, da es hierfür noch keine einheitlichen Bezeichnungen gibt. Außerdem sind die Regale im Warenlager aufgrund der erhöhten Menge an Produkten erweitert worden, was zulasten der Rangierbarkeit der Gabelstapler in den Gängen führt und zusätzlich Zeit kostet. Fallbeispiel Ende Jede Arbeit beeinflusst den Menschen, ob positiv oder negativ. Schlecht gestaltete Arbeit äußert sich oft in körperlichen und psychischen Beschwerden, Leistungseinbrüchen und plötzlichen Erkrankungen der Mitarbeiter – mehr dazu auch in Kapitel 12. Deshalb ist es wichtig, Arbeit menschengerecht zu gestalten. Dafür erforderlich sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie z.B. rechtliche Bestimmungen oder Normen, z.B. Betriebsverfassungsgesetz §75, Bildschirmarbeitsverordnung §3 und 5, Arbeitsschutzgesetz §3 und §4 oder die DIN-Norm zur Feststellung von Softwarequalität, entsprechende tarifliche Vereinbarungen für Berufsgruppen und Branchen sowie Regelungen in den Betrieben. Die Voraussetzung für die Verbesserung der Arbeit ist oft eine eingehende Bestandsaufnahme zum Stand der Arbeitsbedingungen, wie sie mit arbeitsanalytischen Verfahren geleistet werden kann. Abschnitt 11.1 Arbeitsanalyse Begriffsklärung Definition Unter Arbeitsanalyse versteht man die Gesamtheit strukturiert vorgenommener Methoden zur Erfassung und Bewertung des Prozesses der psychischen Struktur und Regulation menschlicher Arbeitstätigkeit im Zusammenhang mit ihren Bedingungen und Auswirkungen. Gegenstand der psychologischen Arbeitsanalyse ist somit die konkrete Arbeitstätigkeit als psychisch regulierte Tätigkeit eines arbeitenden Menschen. Definition Ende Bei der Arbeitsanalyse werden in systematischer Form Informationen über die Tätigkeit eines arbeitenden Menschen gesammelt, geordnet und beurteilt, um Aussagen über die psychologisch relevanten Aspekte von Arbeitssituationen und Arbeitsaufgaben treffen zu können. Dabei wird unter anderem der Produktionsprozess erfasst, Arbeitsaufträge oder Teilschritte einer Aufgabe analysiert oder der Zeitaufwand für bestimmte Tätigkeiten bestimmt. Die Anforderungsanalyse ist eine bestimmte Form der Arbeitsanalyse, die sich mit der Beschreibung von Anforderungen der Arbeit an die Mitarbeiter und der Klärung der Frage, welche Aufgaben und Handlungen für bestimmte Arbeitstätigkeiten relevant sind, befasst. Vergleiche Matern 1983 und U-Licht 2011 Hierbei werden die Passung von Personenmerkmalen und Tätigkeitsanforderungen in den Fokus gerückt und systematisch Anforderungen an die Bewerber abgeleitet. Vergleiche Nerdinger und andere 2011 Ziele und Einsatzgebiete von Arbeitsanalysen Die Einsatzgebiete von Arbeitsanalysen können abhängig vom Kontext und der betrachteten Organisation, Tätigkeit und des Individuums stark variieren. Sie können nach der Einführung von neuen Technologien ebenso zum Einsatz kommen wie im Vorfeld der Besetzung einer neu geschaffenen Stelle oder zum Zwecke der Überprüfung wissenschaftlicher Theorien. Zu den am häufigsten von einer Arbeitsanalyse betroffenen Kontexten zählen erstens Maßnahmen zur Arbeitsplatz- und Organisationsgestaltung sowie Ermittlung von Schwachstellen im Arbeitsablauf. Zweitens Ermittlung von Qualifikationsanforderungen und Inhalten, zum Beispiel zur Entwicklung von Trainings-, Schulungs- und Ausbildungsinhalten. Drittens Bestimmung von Eignungsanforderungen, zum Beispiel Anforderungsanalyse für Assessment-Center, Arbeitsplatzbewertung, Personalauswahl. Viertens Vergleich verschiedener Arbeitstätigkeiten, zum Beispiel zur Klassifikation von Berufen, Berufsberatung, Vergleich von Positionen. Fünftens Lohn- und Gehaltsfindung, sechstens Leistungsbeurteilung, siebtens Abschätzung von Technikfolgen, achtens Arbeits- und Gesundheitsschutz, zum Beispiel Unfallverhütung, Vermeidung von berufsbedingten Erkrankungen oder psychischen Belastungen. Neuntens Entwicklung von Anreizsystemen und zehntens Überprüfung wissenschaftlicher Theorien. Siehe dazu auch Ash 1988, Brannick und Levine 2002 oder Dunkel und Resch 2010. Ausführlichere Informationen finden Sie im Webex-Kurs Kontexte einer Arbeitsanalyse auf www.lehrbuch-psychologie.de. Je nach Zielsetzung und dem zu betrachtenden Kontext, zum Beispiel Art der Tätigkeit, Branche oder Analyseebene, ist der Einsatz unterschiedlicher Analyseverfahren sinnvoll. Siehe dazu Frieling und Buch 2007. Während viele Arbeitsanalyseverfahren im deutschsprachigen Raum im Rahmen der staatlich geförderten Programme zur Humanisierung des Arbeitslebens in den 70er Jahren für die industrielle Produktion entwickelt wurden, werden neuerdings entsprechende Verfahren für den Dienstleistungsbereich entwickelt. Durch die vermehrte Einführung von gruppenorientierten Arbeitsverfahren in der Industrie oder die Gesundheitsförderung in Industrie und Verwaltung sowie die Einführung von gesetzlichen Rahmenbedingungen erhöht sich laut Schüppbach und Zölch 2007 die Nachfrage nach neuen Arbeitsanalyseverfahren. Dabei ist der Arbeitsanalyse oft eine Analyse der Prozesse voranzuschalten. Ablauf einer Arbeitsanalyse Eine Arbeitsanalyse ist idealtypisch in acht aufeinander folgende Schritte gegliedert. 1. Festlegung der Untersuchungsziele 1. Klärung von Untersuchungsanliegen und Zielen mit dem jeweiligen Auftraggeber 2. Überblick über die Gesamtorganisation und Untersuchungseinheit verschaffen, zum Beispiel Abteilung oder Produktionseinheit 3. Überblick über Arbeitstätigkeiten im zu untersuchenden Bereich verschaffen 2. Auswahl und Anpassung der Erhebungsinstrumente 1. Bestimmung ausgewählter Analysemethoden und Instrumente zur Arbeitsanalyse, zum Beispiel Fragebogen oder Beobachtungsverfahren 2. Anpassung des Analyseinstruments an Untersuchungskontext bzw. Schulung der Untersucher 3. Durchführung der Arbeitsanalyse 1. Durchführung einer psychologischen Aufgaben- und Tätigkeitsanalyse, zum Beispiel zur Ermittlung des Material- oder Informationsflusses, Behinderungen im Arbeitsprozess, Aufdeckung von Schwachstellen etc. 4. Auswertung der gewonnenen Daten 1. Erhobene Daten werden ausgewertet, die Ergebnisse werden dokumentiert und grafisch aufbereitet 5. Rückmeldung der Ergebnisse an die Organisation 1. Rückmeldung der Ergebnisse an die Auftraggeber bzw. an betroffene Mitarbeiter, eventuell unter Einbezug der Verantwortlichen, zum Beispiel Management 2. Diskussion der Ergebnisse 6. Ableitung von Gestaltungsmaßnahmen für die Organisation 1. Entwicklung von betrieblichen Gestaltungsmaßnahmen auf Grundlage der gewonnenen Ergebnisse und idealerweise Zusammenarbeit mit den betrieblichen Instanzen, die diese später umsetzen sollen 2. Schriftliche Fixierung der Maßnahmen, um deren Umsetzung sicherzustellen 7. Einführung und Umsetzung der Gestaltungsmaßnahmen in die Organisation 1. Entwickelte Gestaltungsmaßnahmen werden in die Organisationseinheit oder Einheiten eingeführt und umgesetzt 8. Evaluation der Gestaltungsmaßnahmen 1. Evaluation der Arbeitsgestaltungsmaßnahmen nach deren Einführung Dies kann durch eine erneute Arbeitsanalyse geschehen 1. Arbeitsanalyseverfahren 1. Arbeitsanalyseverfahren 2. Arbeitsanalyseverfahren 1. Arbeitsanalyseverfahren 2. Arbeitsanalyseverfahren Potenziale und Bewältigungsmöglichkeiten bei der Arbeit werden unabhängig von dem arbeitenden Individuum betrachtet. Hierbei werden überwiegend Beobachtungsinterviews eingesetzt, die von geschulten Personen durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser auch als situationsdiagnostisch bezeichneten Analysemethoden, Vergleiche Österreich und Wolpert 1987, dienen als Grundlage zur Bewertung der Arbeitsaufgaben und Bedingungen und der sich daraus ergebenden Tätigkeits- und Handlungserfordernisse. 2. Personenbezogene Analysemethoden stellen die subjektive Wahrnehmung und Einschätzung der Arbeitenden über die Arbeitstätigkeit und ihre Ausführungsbedingungen in den Fokus. Den größten Teil dieser Verfahren stellen standardisierte Fragebögen dar. Bei der Befragung mittels personenbezogener Verfahren geht es um die Einschätzung spezifischer Arbeitsmerkmale, Aufgaben und Bedingungen. Grundsätzlich können die in der Arbeitsanalyse eingesetzten Methoden fünf verschiedenen Grundtypen zugeordnet werden. Befragung, Beobachtung, physiologische Messungen, physikalisch-chemische Messverfahren und Laborforschung. Die am meisten verwendeten Verfahren sind Befragungs- und Beobachtungsmethoden, die bei der Arbeitsanalyse kombiniert und als Beobachtungsinterview eingesetzt werden. Die Bedingungen der Arbeitsumgebung und spezifische Beanspruchungen im Arbeitskontext werden durch physikalisch-chemische und physiologische Messungen analysiert. Darüber hinaus können in Laborexperimenten die Einflüsse von verschiedenen Arbeitsbedingungen, z.B. Lärm, auf das Verhalten bei der Arbeit und die Beanspruchung der Mitarbeiter untersucht werden. Siehe dazu Nerdinger und andere 2011. Ein Überblick Standardisierungsgrad von Verfahren der Arbeitsanalyse 1. Unstandardisierte Verfahren 1. Vorhandene Arbeitsplatzbeschreibungen 2. Freie Berichte der Stelleninhaber 3. Arbeitsausführung durch den Arbeitsanalytiker selbst 4. Analyse vorliegender Dokumente 2. Halbstandardisierte Verfahren 1. Arbeitstagebücher 2. Beobachtungsverfahren 3. Methode der kritischen Ereignisse von Flanagan 1954 3. Standardisierte Verfahren 1. Checklisten 2. Beobachtungsinterviews z.B. Tätigkeitsbewertungssystem TBS 3. Fragebögen z.B. Job Diagnostic Survey Überblick Ende Befragungsmethoden Befragungen werden bei der Analyse von Arbeitsinhalten, Arbeitsabläufen oder sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz eingesetzt, da einige Aspekte, z.B. Anforderungen an die Informationsverarbeitung des Stelleninhabers, nur schwer von außen beobachtbar sind. In den empirischen Sozialwissenschaften gehört die Befragung zu den am häufigsten angewandten Erhebungsmethoden. Generell ist zwischen der mündlichen Befragung und der schriftlichen Befragung zu unterscheiden. Siehe dazu Bortz und Döring 2006 1. Mündliche Befragungen werden in Form von Interviews durchgeführt und können in den verschiedensten Kontexten zum Einsatz kommen. Generell wird nach dem Ausmaß der Standardisierung, dem Autoritätsanspruch des Interviewers, der Art des Kontakts, der Anzahl der befragten Personen, der Anzahl der Interviewer und der Funktion des Interviews unterschieden. 2. Schriftliche Befragungen werden in Form von selbstständig auszufüllenden Fragebögen durchgeführt. Der Einsatz von Fragebögen wird bei der Arbeitsanalyse oft bevorzugt, da diese Methode sowohl in der Entwicklung als auch in der Anwendung sehr kostengünstig und zeitsparend ist. 3. Zudem kann eine größere Anzahl von Mitarbeitern gleichzeitig befragt werden. 4. Siehe HW 1991 Durch Befragungen können subjektive Einschätzungen der Stelleninhaber über ihre Arbeitstätigkeit die psychische Beanspruchung oder Belastungen am Arbeitsplatz erhoben werden. Das grundlegende Problem von Befragungen ist die Beeinflussung der Ergebnisse durch sozial erwünschte Antworten. Diese entstehen immer dann, wenn der Untersuchungsteilnehmer versucht, anderen mit seinen Antworten zu gefallen bzw. ihren Erwartungen gerecht zu werden. 5. Darüber hinaus gibt es verschiedene Antworttendenzen, wie z.B. die Tendenz zur Mitte, die milde Tendenz oder die strenge Tendenz, die die Güte einer Befragung beeinflussen können. 6. Für eine umfassende Arbeitsanalyse ist zusätzlich zur mündlichen oder schriftlichen Befragung eine Beobachtung der Stelleninhaber bzw. der Arbeitstätigkeit von Vorteil. 7. Beobachtungsmethoden Die Beobachtung ist eine aktive, zielgerichtete Auseinandersetzung mit der Umwelt, die durch eine planvolle Suchhaltung bestimmt ist. Dabei ist die Beobachtung drei Selektionsprozessen unterworfen. 1. Primäre Selektion Nur bestimmte Reize können innerhalb einer Zeiteinheit wahrgenommen werden. Für bestimmte physikalische und chemische Reize, z.B. Ultraschall oder CO2, hat der Organismus keine Sinnesorgane. 2. Sekundäre Selektion Je nach Aktiviertheit der Person werden nur die für die Person interessanten Reize herausgehoben. Ein Objekt, eine Person, ein Prozess oder Ereignisablauf. 3. Tertiäre Selektion Erfahrungen und Erinnerungsleitung der Person beeinflussen die Beobachtung. Beobachtungen werden beispielsweise bei der Bewertung der ergonomischen Gestaltungsgüte, bei Analysen des Arbeitsablaufes und des Produktionsprozesses, der Aufdeckung von Unfallursachen, der Arbeitsanforderungen, der Kommunikationsstruktur und der Auswirkung neuer Technologien auf die Arbeit der Stelleninhaber eingesetzt. Ein Überblick Beobachtungen können direkt, indirekt oder vermittelt erfolgen. Vergleiche dazu Frieling und andere 2012. Direkte Beobachtung Die direkte Beobachtung kann teilnehmend oder nicht teilnehmend und offen oder verdeckt erfolgen. Einige Beispiele 1. Teilnehmend, offen Eine Betriebspsychologin beteiligt sich zur Erkundung von Problemen im Betrieb am Produktionsprozess und arbeitet mit. 2. Teilnehmend, verdeckt Ein Testkäufer beobachtet als Kunde das Verhalten eines Vertriebsmitarbeiters, auch Mystery Shopping genannt. 3. Nicht teilnehmend, offen Der Manager eines Fußballclubs beobachtet am Rande des Fußballplatzes die Einsatzbereitschaft der Spieler. 4. Nicht teilnehmend, verdeckt Eine Forscherin beobachtet hinter einer Einwegscheibe die Gruppeninteraktion einer Studierendengruppe. Indirekte Beobachtung Das zu beobachtende Verhalten wird über eine Kamera festgehalten und anschließend ausgewertet. Dies ist ethisch nur vertretbar, wenn die Teilnehmer freiwillig einer Aufzeichnung zustimmen und über den Sinn der Untersuchung aufgeklärt werden. 5. Der Vorteil ist, dass die Sequenz beliebig oft wiederholt werden kann und eine differenzierte Auswertung möglich ist. Die Beobachter können gut geschult werden und die Inter-Rata-Übereinstimmung ist leicht zu testen. 6. Vermittelte Beobachtung Überblick Ende Sowohl Befragungs- als auch Beobachtungsmethoden haben als Verfahren der Arbeitsanalyse ihre Grenzen. Die Vor- und Nachteile sind in Tabelle 11.1 des gedruckten Buches veranschaulicht. Eine Kombination von Befragung und Beobachtung stellt das Beobachtungsinterview dar. Diese Methode versucht, die Nachteile von Befragungen und Beobachtungen zu kompensieren und deren Vorteile zu nutzen. Sie kombiniert eine halbstandardisierte Beobachtungssituation mit vorher festgelegten, halbstandardisierten Fragen, die an den Stelleninhaber gerichtet werden. Für die Praxis Vorgehen bei einem Beobachtungsinterview nach Dunkel und Anderen 1993 1. Den Zweck der Untersuchung am Anfang klären 2. Verdeutlichen, dass es um den Arbeitsplatz und nicht die Person geht 3. Feedback versprechen 4. Verständliche Sprache gebrauchen und keine Fachbegriffe verwenden 5. Erst beobachten, auf konkrete Aspekte konzentrieren, Notizen machen, Arbeitende oder Arbeitenden zur anderen Arbeitsstelle begleiten, dann Fragen, Bezug nehmen auf beobachtbare Aspekte, bei Unklarheiten nachfragen, den richtigen Moment für Unterbrechungen finden, präzise Fragen stellen, keine Bewertungen abgeben, genug Zeit für Antworten lassen. Praxisbeispiel Ende Physiologische, physikalisch-chemische Verfahren und Laborforschung Neben den beiden am häufigsten verwendeten Erhebungsmethoden bei der Arbeitsanalyse, Befragung und Beobachtung können physiologische Verfahren, physikalisch-chemische Verfahren und Experimente im Labor durchgeführt werden, um Arbeitsprozesse und deren Wechselwirkungen mit dem Stelleninhaber zu untersuchen. Siehe dazu auch Tabelle 11.2 im gedruckten Buch. Verfahren der Arbeitsanalyse Es gibt eine Vielzahl von klassischen Arbeitsanalyseverfahren im deutschen Sprachraum. Einen Überblick finden Sie im WebExkurs »Überblick Arbeitsanalyseverfahren« auf www.lehrbuch-psychologie.de. Arbeitsanalyseverfahren können hinsichtlich Ihres Ziels, Ihrer Perspektive, Ihrer theoretischen Grundlage, Ihrer Anwendungsspezifität, dem Anwendungsbereich, Ihrer Quelle der Information, Ihrer Ressourcen, Ihrer Gütekriterien und Auswertungsmodalitäten klassifiziert werden. Eine detaillierte Übersicht über diese Klassifikationsaspekte bietet Tabelle 11.3 im gedruckten Buch. Zwei neuere arbeitsanalytische Verfahren sind die Timeline Job Analysis, die zur Analyse von Tätigkeiten und Kompetenzanforderungen in der Projektarbeit eingesetzt werden kann, und der Work Design Questionnaire in der deutschen Version von Stegmann und anderen 2010, ein Fragebogen, der eine Gesamtbeurteilung der Arbeitstätigkeit ermöglicht. Lesen Sie mehr zu diesen Verfahren in den Webex-Kursen »Timeline Job Analysis nach Vastian« und »Work Design Questionnaire« auf der Lehrbuchwebsite. Sehr grob, aber pressewirksam wird seit 2007 mit dem DGB-Index »Gute Arbeit« einmal jährlich bundesweit die Arbeitsqualität gemessen. Im Rahmen einer Befragung werden Arbeitnehmer aus allen Regionen, Branchen, Einkommensgruppen und Beschäftigungsverhältnissen zu ihrer Arbeit befragt. Seit 2012 wird die Umfrage ausschließlich telefonisch durchgeführt und sowohl Festnetztelefone als auch Mobiltelefone werden einbezogen, um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu gewährleisten. Die Beschäftigten beantworten 42 Fragen, wie zum Beispiel 1. Würden Sie sagen, dass Ihre Arbeit für die Gesellschaft nützlich ist? 2. Haben Sie Einfluss auf die Gestaltung Ihrer Arbeitszeit? 3. Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, halten Sie Ihr Einkommen für angemessen? 4. Können Sie Ihre Arbeit selbstständig planen und einteilen? Die Fragen werden zu elf Kriterien und drei Teilindizes »Ressourcen, Belastungen, Einkommen und Sicherheit« zusammengefasst. Pro Item wird eine Beurteilung vorgenommen, die aus zwei aufeinanderfolgenden Schritten besteht. Die Befragten sollen zuerst auf einer vierstufigen Skala einordnen, inwieweit das Item ihre momentane Arbeitssituation zutreffend beschreibt. In sehr hohem Maß, in hohem Maß, in geringem Maß oder gar nicht. Sofern die Antwortkategorie in geringem Maß oder gar nicht gewählt wurde, soll im zweiten Schritt eingeschätzt werden, inwieweit dies den Befragten belastet. Wenn dies gar nicht oder in geringem Maß auftritt, wie sehr belastet sie das? Das Antwortformat für den zweiten Teil der Frage ist wiederum vierstufig, von gar nicht, übermäßig, stark bis sehr stark. Entsprechend ihrem Anteil sind dabei auch geringfügig Beschäftigte, Leiharbeitnehmer und Teilzeitbeschäftigte vertreten. Die Indexwerte signalisieren, in welchem Grad die Arbeitssituationen der Beschäftigten bundesweit, branchen- oder gruppenspezifisch oder auch in einer einzelnen Arbeitsdimension den Kriterien für gute Arbeit gerecht werden. Für mehr Informationen siehe Institut DGB-Index Gute Arbeit 2013 oder auch FUX 2010. Die soziotechnische Systemanalyse ist ein arbeitsanalytisches Konzept, das sowohl den Menschen in seinem sozialen Umfeld als auch die technische Komponente der Arbeit mit in die Betrachtung von Arbeitskontexten einbezieht. Der Ansatzpunkt einer gemeinsamen Optimierung des sozialen und des technischen Systems wird von Emery 1967 in seinen Neuen Schritten der soziotechnischen Systemanalyse umgesetzt. Siehe dazu auch Tabelle 11.4 im gedruckten Buch. Die Optimierung bezieht sich auf die Analyse und Identifikation von Problemen in der Organisation und Durchführung und umfasst sowohl das technische als auch das soziale System einer Organisation. Abschnitt 11.2 Arbeitsgestaltung Begriffsklärung Definition Zitat aus Nerdinger und Andere 2011 Unter Arbeitsgestaltung werden alle technischen, organisatorischen und ergonomischen Maßnahmen verstanden, die sich auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes, des Arbeitsablaufes, der Arbeitsorganisation und der Aufgabeninhalte beziehen. Definition Ende Ergebnisse einer umfassenden Meta-Analyse von Humphrey und Kollegen aus dem Jahr 2007 zum Thema Arbeitsgestaltung verdeutlichen, dass die Arbeitsgestaltung einen großen Einfluss auf die Einstellung und das Arbeitsverhalten von Angestellten ausübt. Arbeitsanalyse und Arbeitsgestaltung dürfen sich dabei nicht nur auf die zugrunde liegenden psychologischen Kategorien beziehen, sondern müssen laut Frieling 1999 in gleichem Maße die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen berücksichtigen, die die Grundlage für die Arbeitstätigkeiten darstellen. Ziele und Strategien der Arbeitsgestaltung In der Arbeitspsychologie werden häufig die vier Kriterien Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, Beeinträchtigungsfreiheit und Persönlichkeitsförderlichkeit bei der Frage, wie Arbeit gestaltet sein sollte, angeführt. Für eine ausführliche Beschreibung siehe auch Tabelle 11.5 im gedruckten Buch. Die Kriterien werden in der Regel hierarchisch gegliedert. Das heißt, vor der Betrachtung der nächsthöheren Ebene müssen zunächst die Mindestanforderungen der untergeordneten Ebene erfüllt sein. In der Praxis beziehen sich die Ziele der Arbeitsgestaltung seitens der Organisation zum Beispiel auf 1. Qualität, Verbesserung der Produktqualität, Reduzierung von Ausschuss 2. Zeit, Reduzierung der Durchlaufzeiten 3. Kosten, Senkung der Material- und Arbeitskosten, bessere Auslastung der Maschinen, Senkung des Krankenstandes und der Fluktuation 4. Gesundheit, Krankenstand reduzieren 5. Motivation, Verantwortungsübernahme erhöhen 6. und demografischer Wandel Arbeit so gestalten, dass künftig auch mit 70 Jahren noch gearbeitet werden kann Die Arbeitsgestaltung unterliegt fünf verschiedenen Strategien Die korrektive, präventive und prospektive, differenzielle und dynamische Arbeitsgestaltung Die verschiedenen Herangehensweisen an die Gestaltung von Arbeit werden im gedruckten Buch in Tabelle 11.6 mit ihrer jeweiligen Zielsetzung und Beispielen veranschaulicht Arbeitsgestaltungsmaßnahmen unterliegen neben der Zuordnung zu Strategien ebenfalls der Zuordnung zu verschiedenen Zielen Siehe dazu auch die Tabelle 11.7 des gedruckten Buches Diese können je nach Betrachtung stark variieren Maßnahmen der Arbeitsgestaltung Arbeitsmittel Arbeitsmittel sollten unter den Gesichtspunkten der Ergonomie, der Sicherheitstechnik und den möglichen Auswirkungen auf die Tätigkeitsstrukturierung, die Leistungsbindung und die Qualifikation gestaltet werden Dabei werden besonders die Einflüsse des Arbeitsgegenstandes, der Technologie, zum Beispiel Verfahren der Technisierung, zum Beispiel Automatisierung und der technischen Rationalisierung, zum Beispiel schnellere Durchlaufzeiten am Fließband, berücksichtigt Vergleiche dazu Kubitschek und Kirchner 2005 Die vermehrte Nutzung von Softwarelösungen an Büroarbeitsplätzen wirft ebenfalls die Frage auf, wie diese gestaltet sein müssen, um den Stelleninhaber in seiner Arbeit zu unterstützen Vergleiche dazu Hercheck 2005 Die DIN ISO IEC 2500 fasst seit 2013 unter anderem die Qualitätsstandards für Softwarelösungen zusammen und bewertet diese nach Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Änderbarkeit und Übertragbarkeit auf andere Softwarelösungen Im Folgenden werden einige Beispiele für Arbeitsmittel aufgezählt 1. Werkzeug Manuell betätigte und fremdenergetisch angetriebene Werkzeuge zum Beispiel Hammer, Handwerkzeug oder Bohrmaschine Kraftwerkzeug 2. Maschinen zum Beispiel Presswerk, Stanze 3. Fahrzeuge zum Beispiel Gabelstapler 4. Geräte zum Beispiel Schubkarre 5. Einrichtungen zum Beispiel Lagerregale 6. Möbel zum Beispiel Schreibtisch 7. Hardware zum Beispiel Computer, Smartphones und 8. Software zum Beispiel Textverarbeitungsprogramme Projektmanagement-Software Arbeitsplatz Der Arbeitsplatz sollte unter Berücksichtigung der Beanspruchung durch Körperstellung und Körperhaltung während der Arbeitsausführung gestaltet werden. Dies bedeutet, dass Aspekte der Ergonomie des Arbeitsplatzes berücksichtigt werden sollten. Deshalb spricht man auch von ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung. Weiterhin sollten die individuell unterschiedlichen Körperabmessungen und die nötigen Arbeitsmittel bei der Planung des Arbeitsplatzes Beachtung finden. Vergleiche Kubitschek und Kirchner 2005. Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung sind unter anderem 1. Auslegung des Arbeitsplatzes, zum Beispiel räumliche und maßliche Gestaltung der Arbeitshöhe, des Greifraumes oder des Sehraums 2. Spezielle Arbeitsplätze, zum Beispiel Bildschirmarbeitsplätze, Montagearbeitsplätze. Die Gestaltung des Arbeitsplatzes durch simulative Verfahren konnte in den letzten Jahren stark von der technischen Weiterentwicklung profitieren. Der folgende Exkurs Virtuelle Arbeitsplatzgestaltung veranschaulicht die virtuelle Gestaltung von Arbeitsplätzen. Exkurs Virtuelle Arbeitsplatzgestaltung Die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung wird durch virtuelle Werkzeuge in Form von digitalen Menschenmodellen unterstützt. Beispiele solcher digitalen Menschenmodelle sind Human Builder von DeSold Systems, Jack von Siemens PLM und Ramses von Human Solutions. Mithilfe dieser digitalen Menschenmodelle kann eine ergonomische Analyse und Gestaltung von Arbeitsplätzen und Produkten durchgeführt werden. Das digitale Menschenmodell wird in seinem Arbeitsplatz, zum Beispiel Gabelstapler, angemessen positioniert, in dem die Körperhaltung bestimmt wird. Es können verschiedene Analysen mittels Ergonomie-Methoden durchgeführt werden. Vergleiche Rössler und Lippmann 1997 sowie Spanner-Ulmer und Mühlstedt 2010. 1. Sichtanalyse Ermittlung des Sehbereiches des Arbeiters 2. Erreichbarkeitsanalyse Feststellung der Bedienbarkeit und Erreichbarkeit der Arbeitsgeräte, zum Beispiel Erlangen der Bedienhebel 3. Haltungsanalyse Untersuchung der Körperhaltung 4. Sowie weitere Ergonomie-Methoden Maß-, Kraft-, Zeit- und Laufwegermittlung Der große Vorteil der virtuellen Arbeitsplatzgestaltung liegt in der realen Gestaltung der Arbeitsplätze in einem Modell, in dem alle Bestandteile des Arbeitsplatzes vor der Errichtung betrachtet, analysiert und auf ihre ergonomische Funktion hin geprüft werden können. Exkurs Ende Arbeitsumgebung Die Arbeitsumgebung sollte so gestaltet werden, dass Gesundheitsbeeinträchtigungen oder Unfälle, Belästigungen und Störungen vermieden werden. Außerdem sollte die Arbeitsumgebung die Arbeits- und Leistungsfähigkeit unterstützen und optimale Werte für Bequemlichkeit und Behaglichkeit erzielen. Vergleiche Kubitschek und Kirchner 2005 Im Folgenden einige Beispiele für Umgebungseinflüsse und Einrichtungen auf die Gestaltung der Arbeitsumgebung. 1. Physikalische Umgebungseinflüsse Z.B. Beleuchtung und Farben, Klima und Lüftung, Schall, also Lärm, oder mechanische Schwingungen 2. Chemische Umgebungseinflüsse Z.B. Stoffe und Zubereitungen, die beim Arbeitsprozess entstehen, beispielsweise als Gase, Dämpfe oder Stäube 3. Biologische Umgebungseinflüsse Z.B. mikrobiologische Organismen wie Bakterien, Viren und Pilze 4. Hygienische und soziale Einrichtungen Z.B. Wasch-, Umkleide- und Toilettenräume sowie Pausen- und Bereitschaftsräume In modernen Dienstleistungsberufen, unter anderem IT-Arbeitsplätze, können sich Stelleninhaber ihre Arbeitsumgebung mehr und mehr selbst gestalten. Durch neue Technologien ist das Arbeiten von zu Hause, Homeoffice und von unterwegs, per Smartphones, keine Seltenheit mehr. Ein ausführliches Beispiel findet sich im Webex-Kurs Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort in IT-Unternehmen auf www.lehrbuch-psychologie.de Diese Flexibilisierung stellt die Unternehmen und den Stelleninhaber jedoch vor neue Herausforderungen im Hinblick auf Gesundheit und Work-Life-Balance. Mehr dazu auch in Kapitel 12. Aufgabengestaltung Die Gestaltung der Aufgabe nimmt in der Arbeitswelt eine wichtige Rolle ein. Im Sinne des soziotechnischen Systemansatzes, der im Abschnitt zuvor eingeführt wurde, beeinflussen sowohl das technische Teilsystem als auch das soziale Teilsystem die vom Stelleninhaber auszuführenden Aufgaben. Siehe dazu auch Abbildung 11.1 des gedruckten Buches. Das soziotechnische System wird von der Umwelt wechselseitig beeinflusst und beeinflusst diese im Gegenzug. Es werden Primäraufgaben und Sekundäraufgaben unterschieden. Die Primäraufgaben stellen hierbei die zu erledigenden Arbeitsaufträge, z.B. die Produktion von Industrieketten, dar. Sekundäraufgaben sind solche Aufgaben, die zur Optimierung der Primäraufgaben beitragen, z.B. die Wartung der dazu benötigten Maschinen. Sowohl das soziale System als auch das technische System beeinflussen die Erfüllung der Primäraufgaben. Vergleiche dazu auch U-Licht 2011. Der Job Diagnostic Survey von Heckman und Oldham 1975 ist ein standardisierter Fragebogen, der auf dem Job Characteristics Model aufbaut. Er wird vom Stelleninhaber selbst ausgefüllt und zur Analyse des Motivationspotenzials in der Arbeit eingesetzt. Siehe dazu auch Kauffeld und Grote 1999. Dieses Arbeitsanalyseverfahren dient sowohl zur Diagnostik bestehender Tätigkeiten als auch zur Evaluation von bereits eingeführten Maßnahmen der Arbeitsgestaltung. Vergleiche dazu Schmidt 2010. Lesen Sie mehr darüber im Webex-Kurs Job Diagnostic Survey auf www.lehrbuch-psychologie.de Aufbauend auf dem Stand arbeitswissenschaftlicher und psychologischer Erkenntnisse zur humanen Arbeitsgestaltung wurde die DIN EN ISO 9241 Teil 2 formuliert. Danach sind Arbeitsaufgaben gut gestaltet, wenn sie bestimmten Kriterien entsprechen. 1. Benutzerorientierung Die Erfahrungen und Fähigkeiten der Beschäftigten werden berücksichtigt, zum Beispiel indem den Beschäftigten, soweit es geht, selbst überlassen bleibt, wie sie ihre Arbeit ausführen. 2. Anforderungsvielfalt Die Entfaltung unterschiedlicher Fertigkeiten und Fähigkeiten werden gestattet. Zum Beispiel täglich oder mindestens mehrmals wöchentlich wechseln sich Arbeiten mit unterschiedlichen körperlichen und geistigen Anforderungen ab. Tätigkeiten mit Bildschirmnutzung und handschriftliches Arbeiten Lesen, nachschlagen, Konzepte erstellen, sortieren etc. Oder sitzende und stehende Körperhaltung sowie Bewegung. 3. Ganzheitlichkeit Die Arbeitsaufgaben ermöglichen Arbeitsschritte von der Planung bis zur Kontrolle, zum Beispiel die selbstständige Wahl des Bearbeitungsweges, in dem über verwendete Arbeitsmittel und Reihenfolge der Arbeitsschritte entschieden werden kann. Oder das selbstständige Abstimmen mit vor- und nachgelagerten Arbeitsbereichen oder das selbstständige Überprüfen der Arbeitsresultate, zum Beispiel durch eigene Kundenkontakte oder durch Präsentation der Ergebnisse. 4. Bedeutsamkeit Der Arbeitende sollte einen Beitrag am Gesamten erkennen. 5. Angemessener Handlungsspielraum Zum Beispiel die Möglichkeit zu haben, eine Situation entsprechend den eigenen Vorstellungen zu beeinflussen, beispielsweise das Arbeitstempo je nach Tagesform zu variieren, Tätigkeiten, die eine hohe Konzentration erfordern, in störungsfreien Zeiten zu erledigen. 6. Ausreichende Rückmeldungen Zum Beispiel durch Vorgesetzte und Kollegen über die Qualität der Arbeit. 7. Nutzung vorhandener Fertigkeiten und Entwicklung Zum Beispiel, indem die Arbeit stets neue Herausforderungen bietet, bei denen die Beschäftigten ihre vorhandenen Qualifikationen umfassend nutzen, sich aber auch neue Kenntnisse aneignen können. Beispielsweise beim Einsatz neuer Techniken und Arbeitsverfahren oder bei neuen Kundenkontakten. Arbeitsstrukturierung Die Arbeitsstrukturierung beschäftigt sich damit, einem Arbeitsplatz bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zuzuweisen. Diese können von der Wartung und Pflege von Maschinen bis hin zur Abstimmung neuer Arbeitsaufgaben mit Kollegen und Vorgesetzten führen. Siehe dazu Kubitschek und Kirchner 2005 Die drei Dimensionen Tätigkeitsspielraum, Entscheidungs- und Kontrollspielraum sowie Kooperationsspielraum bilden hierbei gemeinsam den Handlungsspielraum des Stelleninhabers bei seiner täglichen Arbeit. Die moderne Arbeitsstrukturierung bedient sich Methoden wie dem Arbeitswechsel, Job-Rotation, der Arbeitserweiterung, Job-Enlargement und der Arbeitsbereicherung, Job-Enrichment, die nachfolgend eingehender erklärt werden. Durch Arbeitswechsel, Job-Rotation, werden die Mitarbeiter durch Lernen am Arbeitsplatz qualifiziert und die Weitergabe von Wissen wird gezielt gefördert. Mitarbeiter wechseln hierbei systematisch und geplant ihre Aufgaben. Siehe dazu Sonntag und Stegmaier 2007 Primäre Ziele sind, Kompetenzen der Mitarbeiter zu erweitern, Monotonie im Arbeitsalltag zu vermeiden und einseitige Arbeitsbelastungen zu verringern. Ein allgemeines Beispiel für Job-Rotation im Bereich der Fertigung ist, den Mitarbeiter während einer Schicht bis zu vier verschiedenartige Montagearbeiten ableisten zu lassen, um die Belastung durch zum Beispiel einseitige Körperhaltung zu verringern. Job-Rotation kann aber auch dazu dienen, unternehmensinternen Führungskräftenachwuchs, zum Beispiel durch Trainee-Programme, heranzuziehen oder Auszubildende an zukünftige Aufgaben heranzuführen. Aber auch langjährige Mitarbeiter können durch Job-Rotation aktiv in den Prozess der Weitergabe von Wissen eingebunden werden. Siehe dazu auch Abbildung 11.2 des gedruckten Buches. Das Prinzip der Arbeitserweiterung, Job-Enlargement, kann laut U-Licht 2011 als horizontale Aufgabenerweiterung angesehen werden. Es beinhaltet die Ausweitung eines Job-Profils auf neue und zusätzliche Tätigkeitsbereiche. Sie wird daher von Sonntag und Stegmaier 2007 auch als quantitative Erweiterung der Arbeitstätigkeit bezeichnet. Die zusätzliche Arbeitsbelastung kann von einzelnen Stelleninhabern jedoch als negativ betrachtet werden, wohingegen andere Mitarbeiter es schätzen, dass die Möglichkeit besteht, sich zusätzliche Fähigkeiten anzueignen. Studien haben gezeigt, dass bei richtigem Einsatz der Arbeitserweiterung die Arbeitszufriedenheit steigt. Siehe dazu Campion und McClelland 1991. Die horizontale Aufgabenerweiterung betrifft vorwiegend die Ablauforganisation, die in Kapitel 3 besprochen wurde. Ein allgemeines Beispiel für Job-Enlargement im Tätigkeitsbereich Einkauf ist, einem Mitarbeiter, der bisher nur Bestellungen schreibt, zusätzlich zu übertragen, Angebote einzuholen und Daten zu aktualisieren. Das Prinzip der Arbeitsbereicherung, Job-Enrichment, stellt die inhaltliche Vergrößerung des Arbeitsfeldes dar und kann als vertikale Aufgabenerweiterung angesehen werden. Siehe dazu auch Abbildung 11.4 des gedruckten Buches. Es werden Planungs-, Kontroll- und Entscheidungskompetenzen in die Arbeitsaufgabe integriert, die vorher von hierarchisch höheren Stellen wahrgenommen wurden. Sie beinhaltet daher die qualitative Erweiterung der Arbeit. Durch die Bereicherung der Arbeitsinhalte wird der Handlungsspielraum des arbeitenden Individuums vergrößert. Die vertikale Aufgabenerweiterung betrifft nicht nur die Ablauforganisation, sondern auch die Aufbauorganisation. Durch die Integration solcher Konzepte in die Aufbauorganisation kann die Überwindung des Tayloristischen Prinzips der strikten Trennung von Hand- und Kopfarbeit erreicht werden, was zu einer persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung führen kann. Neuere Ansätze beschreiben zudem das Job-Crafting als Arbeitsgestaltungsmaßnahme. Die Arbeit kann nach diesem Ansatz vom Stelleninhaber sowohl auf Aufgabenebene als auch auf kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene erweitert, modelliert und somit gestaltet werden. Eine Büroangestellte, die am Empfang arbeitet, kann beispielsweise ihren Aufgabenbereich Eigeninitiativ erweitern, indem sie ebenfalls die Reisebuchungen für ihr Unternehmen übernimmt. Hiermit zeigt sie ihrem Vorgesetzten, dass sie weitere kaufmännische Fähigkeiten besitzt und er sie somit auch in anderen Bereichen gewinnbringend einsetzen kann. Die Büroangestellte gibt ihrer Arbeit durch die Übernahme von anderen Aufgaben eine andere Ausrichtung. Job-Crafting kann somit die quantitative und qualitative Erweiterung und Modulierung von Arbeit bedeuten, muss jedoch nicht zwingend den Handlungsspielraum des arbeitenden Individuums vergrößern. Ziel des arbeitenden Individuums ist in jedem Fall die erhöhten Arbeitszeiten. Arbeitszeitregelungen sind ein wichtiger Themenkomplex der Arbeitsgestaltung. Neben klassischen Arbeitszeitmodellen, zum Beispiel starre einschichtige Arbeitszeitmodelle, bei denen die Mitarbeiter eine festgelegte Dauer der Arbeitszeit von sieben bis neun Stunden haben, gewinnen seit einigen Jahren flexible Arbeitszeitmodelle an Beliebtheit. Ziel dazu zum Beispiel Frieling und andere 2012. Hinter dem vielfach verwendeten Begriff flexible Arbeitszeiten verbergen sich sehr unterschiedliche Regelungen der Arbeitszeit. Hierunter versteht man laut Spitzley 2007 alle Abweichungen von den als normal empfundenen Arbeitszeiten, angefangen von Überstunden und Nacht- und Schichtarbeiten, über Gleitzeit- und Arbeitszeitkonten bis hin zur Vertrauensarbeitszeit. Moderne Softwarelösungen schaffen bei der zeitlichen Arbeitsplatzgestaltung immer mehr Freiraum, stellen die Stelleninhaber jedoch vor neue Herausforderungen. Vergleiche Pfeiffer 2012. Ein Beispiel für die IT-gestützte Flexibilisierung von Arbeitszeiten findet sich im Webex-Kurs Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort in IT-Unternehmen auf www.lehrbuch-psychologie.de. Auch unterschiedlich ausgestaltete Teilzeitmodelle oder längerfristige Freistellungen, Sabbaticals, sind Beispiele für die Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Stellen Gleitzeit, Schicht- und Wochenendarbeit in Deutschland traditionelle Formen flexibler Arbeitszeit dar, so zeichnen sich neuere Instrumente wie Jahresarbeitszeitkonten oder Sabbaticals durch eine stärkere und gleichzeitige Varianz in ihrer Dauer, Lage und der Verteilung der Arbeitszeit aus. Vergleiche Jürgens 2005. Eine Studie von Kauffeld und anderen 2004 unterstreicht die positiven Effekte flexibler Arbeitszeitgestaltung. Sie betrachtet Effekte eines flexiblen Jahresarbeitszeitmodells, bei dem die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit, abgestimmt mit den Kollegen in der Filiale, nach den Kundenströmen ausrichten konnten. Die Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeiten erlebten mehr Autonomie und Selbstbestimmungsmöglichkeiten, bei gleichzeitig höheren Anforderungen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Mitarbeiter mit flexibler Arbeitszeitgestaltung waren zufriedener und bewerteten ihre persönliche Entwicklung sowie ihre Lernmöglichkeiten positiver als die Mitarbeiter mit weniger Arbeitszeitautonomie. Zu einer speziellen Form der flexiblen Arbeitszeitgestaltung, der ergonomischen Schichtplangestaltung, finden sich Informationen im Webex-Kurs »Ergonomische Schichtplangestaltung und deren Auswirkungen auf die Mitarbeiter« auf www.lehrbuch-psychologie.de. Im Hinblick auf den nahenden demografischen Wandel in Deutschland und Westeuropa ist es sinnvoll, sich mit altersdifferenzierter Arbeitsplatzgestaltung zu beschäftigen, da lebensphasenabhängig unterschiedliche Anforderungen an Mitarbeiter gestellt werden. Zudem werden ein Großteil der Krankheiten, die durch die Arbeit verursacht werden, sowie Unfälle am Arbeitsplatz durch eine mangelhafte Arbeitsgestaltung und schlechte Arbeitsorganisation mit verursacht. Siehe dazu Landau 2003. Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Webex-Kurs »Altersdifferenzierte Arbeitsgestaltung als Prävention und Intervention« auf der Lehrbuchwebsite. Gruppenarbeit als Form der Arbeitsgestaltung Gruppenarbeit ist nach Angaben von ULICH 2011 eine der gängigsten Formen der Arbeitsorganisation in der Produktion. So nutzten 2006 bereits 87 Prozent der Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern Gruppenarbeit als Organisationsform, siehe Kinkel und andere 2007. Über Gruppenarbeit wird bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts kontrovers diskutiert. Vergleiche Kauffeld 2001. Willi Hellpach führte erste Ansätze zur Gruppenfabrikation in den 1920er Jahren bei Daimler-Benz ein, um der Atomisierung und Sinnentleerung der Fabrikarbeit im Zuge der Rationalisierung industrieller Produktionsprozesse entgegenzuwirken. Arbeitsformen mit autonomen Gruppen wurden in den 1950er und 1960er Jahren in Skandinavien erprobt. Teilautonome Arbeitsgruppen wurden im Rahmen des soziotechnischen Ansatzes vom britischen Tavistock Institute in London erstmals eingesetzt. In Deutschland wurde ab 1974 im Rahmen des staatlichen Forschungsprogramms zur Humanisierung des Arbeitslebens Gruppenarbeit in die Unternehmen getragen. Die Versuche zur Humanisierung des Arbeitslebens haben dabei in den Unternehmen bestenfalls den Boden für spätere Versuche zur Einführung von Gruppenarbeit bereitet. Überzeugt haben sie nicht. Dies war eine Untersuchung von James Womack und seinen Kollegen aus den 1980er Jahren vorenthalten, die den Automobilproduzenten das japanische Organisationskonzept der Lean Production mit flexiblen Fertigungsgruppen empfahlen. Definition Lean Production bedeutet schlanke Produktion und ist eine Methode, die zu höherer Produktivität bei gleichzeitiger Erhöhung der Qualität der Produkte führt. Definition Ende Die Untersuchung von Lean Production belebte in den 1990er Jahren in Deutschland die Diskussion über Gruppenarbeit neu. Im Fokus stand jedoch nicht mehr die Humanisierung des Arbeitslebens durch Gruppenarbeit, sondern die Vereinbarkeit von Rationalisierung und Humanisierung durch Arbeitsstrukturierung. Neue Managementkonzepte, vor allem Lean Management, die auf Gruppenarbeit in unterschiedlichen Formen setzten, fanden Eingang in die Unternehmen. Arbeitsgestaltungsmaßnahmen, die hiermit einhergingen, waren unter anderem flexible Arbeitszeiten, Gruppenarbeit, Job Enrichment, Enthierarchisierung und verstärkte Mitarbeiterbeteiligung. Im folgenden Exkurs werden die Kernmerkmale von Lean Production und Lean Management beschrieben. Exkurs Lean Production bedeutet schlanke Produktion und ist die Bezeichnung für das in der Massachusetts Institute of Technology Studie entdeckte Verfahren der Japaner, das zu höherer Produktivität und Qualität in der Produktion führt. Lean Management ist nun die logische Erweiterung der Lean Production auf das ganze Unternehmen, in deren Mittelpunkt verschiedene Arbeitsprinzipien, Managementstrategien, hochentwickelte Methoden und einfache Problemlösestrategien stehen, die die Gestaltung des Unternehmens beeinflussen sollen, sodass die Erfolgsfaktoren, Zeit, Qualität und Kosten für das Unternehmen günstig beeinflusst werden. Die Tabelle 11.7 des gedruckten Buches veranschaulicht die Leitbilder des Lean Managements, Vergleiche auch Womack und andere 1991 sowie Bösenberg und Metzen 1993. Prinzipien des Lean Managements werden mittlerweile in den unterschiedlichsten Branchen, zum Beispiel auch Gesundheitswesen, angewendet. Beim Lean-IT-Management werden erprobte Prinzipien und Methoden des Lean Managements, unter anderem agiles Projektmanagement, kundenorientiertes Denken, multifunktionale Teams etc., aus der Produktion auf die Erbringung von IT-Leistungen übertragen, Vergleiche Müller und andere 2011. Exkurs Ende In der betrieblichen Praxis existieren verschiedene Typen arbeitender Gruppen, von denen im Folgenden fünf vorgestellt werden. Teilautonome Arbeitsgruppen, Fertigungsteams, Qualitätszirkel, KVP-Gruppen und Projektgruppen. Die Abbildung 11.5 im gedruckten Buch verdeutlicht die Verortung der verschiedenen Gruppentypen oder Formen Teilautonome Arbeitsgruppen sind auf Untersuchungen des Londoner Tavistock Institutes Mitte des 20. Jahrhunderts zurückzuführen und basieren auf der Zitat »Kritik der ökonomischen Einseitigkeit und Nicht-Berücksichtigung sozialer Belange«, Zitat Ende Entnommen aus Bühner 2004 Es sind kleine Gruppen von Mitarbeitern, die gemeinsam eigenverantwortlich ein Produkt oder eine Dienstleistung erzeugen. Dies führt dazu, dass soziale Belange mit in die tägliche Arbeit integriert werden. Für die Herstellung dieses Produktes müssen die Gruppenmitglieder sowohl direkte Fertigungstätigkeiten als auch indirekte Tätigkeiten, zum Beispiel Qualitätskontrollen, ausführen. Zu den Tätigkeitsfeldern der teilautonomen Arbeitsgruppen zählen die selbstständige Planung, Ausführung, Steuerung und Kontrolle der ihnen übertragenen Aufgaben. Der Grad der kollektiven Autonomie bei der Produktherstellung ist begrenzt, was sich beispielsweise darin äußert, dass Entscheidungen über den Produktionsstandort oder die Art der Produkte weiterhin dem Management vorbehalten sind. Siehe dazu ULICH 2011 Regelmäßige Gruppengespräche dienen der Koordination und Planung von Arbeitsprozessen. Moderiert werden die Gespräche vom Gruppensprecher. Er wird von der Gruppe gewählt und ist Ansprechpartner für Vorgesetzte und andere externe Schnittstellen, wie beispielsweise die Personalabteilung. Die Einführung von teilautonomen Arbeitsgruppen verändert die horizontale und vertikale Arbeitsteilung der Organisation. So wird beispielsweise die Funktion des Qualitätskontrolleurs überflüssig und der Gruppensprecher übernimmt Aufgaben des Meisters. Durch die drei zentralen Konzeptmerkmale Job Enlargement – Arbeitserweiterung, Job Enrichment – Arbeitsbereicherung und Job Rotation – Arbeitsplatzwechsel soll die Arbeit menschengerechter gestaltet werden. Zudem wird eine höhere Produktivität, Qualität und Flexibilität angestrebt. Gruppenarbeit in Form von teilautonomen Arbeitsgruppen kann demnach in gleichem Maße als Form der Arbeitsstrukturierung eingesetzt werden. Vergleiche Kubitschek und Kirchner 2005. Hierbei können Funktionen, die vormals einzelne Stelleninhaber inne hatten, an die Gruppe insgesamt delegiert werden. Beispielsweise können die Mitglieder der Gruppe Mitbestimmungsrecht bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern bekommen oder die Wartung von Maschinen im Rahmen der Instandhaltung übernehmen. Die Prinzipien der Arbeitserweiterung, Arbeitsbereicherung und des Arbeitswechsels werden hierdurch gefördert. Abbildung 11.6 des gedruckten Buches veranschaulicht die Integration von Funktionen in den Verantwortungsbereich von Arbeitsgruppen. Fertigungsteams haben einen japanischen Ursprung. Ein Fertigungsteam besteht aus Fließbandarbeitern und ist hauptsächlich durch taktgebundene Fließbandarbeit charakterisiert, bei der jeder Beschäftigte mehrere spezifische Tätigkeiten ausführt, Multiskilling genannt. Beispielsweise kann ein Fließbandarbeiter sowohl löten als auch schrauben. Das Multiskilling bewirkt, dass Fertigungsteams personell flexibel sind, weil mehrere Mitglieder der Gruppe verschiedene spezifische Tätigkeiten ausführen können. Neben direkten Fertigungstätigkeiten müssen die Teams auch indirekte Tätigkeiten übernehmen. Siehe dazu Berggrähen 1991. Es existiert eine hierarchische Struktur. Dies bedeutet, dass zum Beispiel ein Meister zwei Teams führt. Hohe Arbeitsstandards bedingen, dass jeder Handgriff festgelegt ist. Durch Verbesserungsvorschläge der Teammitglieder können die Standards optimiert werden. Im Gegensatz zu den teilautonomen Arbeitsgruppen stehen die sozialen Bedürfnisse der Beschäftigten bei dem Konzept der Fertigungsteams nicht im Vordergrund, sondern das Just-in-Time-Prinzip der Fertigung zu einem festgeschriebenen Zeitpunkt. Siehe dazu Antoni 1996. Kontinuierlicher Verbesserungsprozessgruppen, abgekürzt KVP-Gruppen, haben wie Fertigungsteams einen japanischen Ursprung. Sie setzen sich aus Mitarbeitern bestehender Organisationseinheiten zusammen. Ziel ist es, in kleinen Schritten Arbeitsprozesse zu optimieren. Reduzierung von Verschwendung und Qualitätsverbesserung stehen im Mittelpunkt der Arbeit von KVP-Gruppen. Im Gegensatz zu den teilautonomen Arbeitsgruppen und Fertigungsteams sind KVP-Gruppen laut Hoyos und FREI 1999 keine regulären Arbeitsorganisationseinheiten, da sie ausschließlich temporär existieren. Die Zielsetzung hierbei ist, Mitarbeiter an betrieblichen Problemlösungen zu beteiligen und somit ihr Verantwortungsbewusstsein für Kosten und Qualität der Produkte zu steigern. In Japan werden KVP-Gruppen daher auch KAISEN genannt, was so viel bedeutet wie Abbau von Verschwendung. Siehe dazu IMAI 1992. Weitere positive Effekte sollen die Förderung der Eigenverantwortlichkeit und Mitgestaltung bei Betroffenheit der Teams sowie die Förderung von innovativem Denken und die Veränderungsbereitschaft im gesamten Unternehmen sein, da die KVP-Gruppen die Atmosphäre in der Gesamtorganisation und somit die Zusammenarbeit und Kommunikation positiv beeinflussen können. An erster Stelle stehen jedoch die Optimierung der Arbeitsabläufe und konkrete Ergebnisse wie geringere Kosten und höhere Produktivität und Produktqualität. Weitere Nebeneffekte von KVP-Gruppen sind die Personalentwicklung der Mitarbeiter durch Beteiligung in solch einem Team, zum Beispiel durch Förderung verschiedener Kompetenzen, und die soziale Qualität, zum Beispiel Fehlzeitenabbau und Unfallverhütung. Vergleiche frei und andere 1999. Ein Beispiel für KVP-Gruppen ist im Webex-Kurs KVP-Gruppen bei Volkswagen auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Projektgruppen sind zeitlich befristete Gruppen, die aus Experten verschiedener Arbeitsbereiche oder Führungskräfte bestehen, um neuartige, komplexe, vorgegebene Problemstellungen zu bearbeiten. Die Interdisziplinarität soll genutzt werden, um die Projektaufgabe aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können und um somit zu einer optimalen Lösung bzw. einer optimalen Zielerreichung zu gelangen. Die Teilnahme an den Projektgruppen ist nicht freiwillig, sondern wird anhand des Managementauftrags und der Sachkompetenz des Mitarbeiters festgelegt. Die Zusammenarbeit der Projektgruppe ist aufgrund der klar umrissenen Aufgabenstellung, die sowohl operative als auch strategische Elemente enthält, zeitlich befristet, siehe dazu Neuberger 1994. So steht die effiziente Auftragsbearbeitung von Planungs- und Entwicklungsaufgaben im Fokus von Projektgruppen. Die Projektorganisation bestimmt die Eingliederung in die Gesamtorganisation. Die reine Projektorganisation kennzeichnet sich durch die Abberufung der Projektmitarbeiter aus ihren einzelnen Abteilungen zur gemeinsamen Bearbeitung eines Projektes. Es wird zwischen Stabsprojektgruppen und Matrixprojektgruppen unterschieden. Im Mittelpunkt der Stabsprojektgruppen stehen Koordinationsaufgaben, die Informations- und Entscheidungsvorbereitungen umfassen. In der Matrixprojektorganisation verbleibt der Mitarbeiter in seiner Abteilung und erhält projektbezogene Anweisungen von der Projektleitung. Vergleiche Kauffeld 2001. Qualitätszirkel sind kleine, moderierte Gruppen von Mitarbeitern der unteren Hierarchieebene, die sich regelmäßig freiwillig treffen, um selbst gewählte Probleme aus ihrem Arbeitsbereich zu lösen. Dabei können die Arbeiter aus demselben oder aus verschiedenen Arbeitsbereichen stammen. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Bearbeitung arbeitsbezogener Probleme, wobei die Themen frei von den Arbeitern gewählt werden. Siehe Bungard 1992. Die Probleme sollten sich jedoch mit Qualitätsproblemen der Organisation beschäftigen. Jeder Arbeiter, der an den Treffen der Qualitätszirkel teilnimmt, hat ein Vorschlagsrecht. Die ungefähr zweistündigen Treffen finden in einem 14-tägigen Rhythmus während der bezahlten Arbeitszeit statt. Die Idee dahinter ist, an die innovativen Ideen der Mitarbeiter heranzukommen und hierdurch Effizienzverbesserungen für betriebliche Abläufe zu generieren. Siehe dazu Antoni 1990. Grenzen der Arbeitsgestaltung Betrachtet man die verschiedenen Maßnahmen der Arbeitsgestaltung, zum Beispiel bezüglich der Arbeitsmittel, des Arbeitsplatzes, der Zeit oder Struktur, fällt die Vielfältigkeit der Gestaltungsmöglichkeiten auf. Im gleichen Moment stellt sich die Frage, inwieweit Organisationen und Stelleninhaber hierbei selbst an ihre Grenzen stoßen können. Wenn sich Arbeitsort, Arbeitszeit oder Arbeitsbedingungen so sehr verändern, dass eine klare Grenzziehung nicht mehr möglich ist, spricht man in der Arbeitspsychologie von Entgrenzung von Arbeit. Hiermit ist insbesondere die voranschreitende Verschmelzung von Erwerbs- und Privatleben gemeint, die beispielsweise durch die räumliche oder zeitliche Flexibilisierung von Arbeit ermöglicht wird. Sauer 2012 beschreibt dieses Konstrukt umfassend als den, Zitat, Zitat Ende. Zwei aktuelle Beispiele zum Thema Arbeitszeit und Arbeitsortflexibilisierung sollen die Herausforderungen, die an Organisation und Arbeitnehmer gestellt werden, verdeutlichen. Zitat Ende 2011 Diese Maßnahme stieß eine öffentliche Debatte zum Thema Grenzen der Arbeitszeitflexibilisierung an. Eine Studie von Messmanian und anderen aus dem Jahre 2005 befragte hochqualifizierte Arbeitnehmer zum Thema Smartphone-Nutzung und kam zu dem Ergebnis, dass einerseits Gefühle von erweiterter Freiheit und erhöhter Kontrolle der eigenen beruflichen Situation erlebt wurden. Andererseits berichteten Studienteilnehmer von negativen Gefühlen in Hinblick auf die soziale Erwartung permanenter Erreichbarkeit. Mehr dazu in Kapitel 12. Beispiel 2 Grenzen der Arbeitsortflexibilisierung am Beispiel des Internetunternehmens Yahoo Yahoo rief Anfang 2013 alle Homeoffice-Arbeiter zurück ins Büro und begründete dies mit einer besseren Kommunikations- und Innovationskultur, wenn sich Mitarbeiter auf regelmäßiger Basis face-to-face sehen würden. Vergleiche Miller und Rample 2013 Diese Maßnahme rief ebenfalls öffentliche Kontroversen auf, da sie unter anderem die Familienfreundlichkeit der Arbeitsumgebung gefährden und somit einen Rückschritt hinsichtlich der Modernität und Arbeitsgestaltung darstellen kann, welches man von einem Internetunternehmen nicht erwartete. Betrachtet man die aktuelle Forschung zum Thema Homeoffice der Forschergruppe um Bloom, so wird deutlich, dass Heimarbeit Unternehmen quantifizierbare Vorteile bieten kann. Die Forscher der Stanford University starteten im Jahr 2010 ein groß angelegtes Experiment mit Callcenter-Agenten der größten chinesischen Reisebüro-Kette C-Trip. So wurde eine Kontrollgruppe 131 Mitarbeiter und eine Experimentalgruppe 118 Mitarbeiter formiert, wobei die Kontrollgruppe weiterhin im Büro arbeitete und die Experimentalgruppe ihre Tätigkeit per Breitbandverbindung von zu Hause aus ableistete. Nach der neunmonatigen Untersuchungsphase hatte die Experimentalgruppe ihre Produktivität um 13% gesteigert. Ebenfalls konnten positive Auswirkungen auf die Krankheitsrate, die Anzahl an Pausen und die Arbeitszufriedenheit beobachtet werden. C-Trip weitete nach Beendigung dieses Experimentes die Möglichkeit der Heimarbeit auf die gesamte Firma aus. Für Details siehe Blum und andere 2013. Die Beispiele verdeutlichen die durch Sauer 2012 beschriebene Erosion von Grenzen zwischen Unternehmen und Arbeitskraft, in der sich die Unternehmen positionieren müssen. Unternehmen und Arbeitnehmer befinden sich demnach tendenziell in einem Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Selbstgefährdung. VW und Yahoo haben aus Organisationssicht auf die sich verändernden Arbeitsbedingungen reagiert und einen Teil ihrer Beschäftigten die Entscheidung abgenommen, wie sie ihre Arbeitszeit oder ihren Arbeitsort gestalten können. Im Hinblick auf die Entwicklung zu einer modernen Dienstleistungsgesellschaft in Verbindung mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung wird die Entgrenzung von Arbeit weiter zunehmen. Dies beinhaltet ebenfalls gesundheitliche Risiken wie einen wachsenden Zeit- und Leistungsdruck oder die Verschiebung des Verhältnisses von Arbeits- und Privatleben. Mehr zum Thema Work-Life-Balance in Kapitel 12. Arbeitsgestaltungsmaßnahmen Abschnitt 11.3 Emotionsarbeit Die bisher beschriebenen Methoden stellen vor allem die physischen und kognitiven Belastungen und Beanspruchungen der Arbeitswelt in den Fokus und gehen hierbei weniger auf die emotionalen Belastungen, die sich aus der Arbeit ergeben können, ein. Für immer mehr Beschäftigte wird der Umgang mit Kunden ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeitstätigkeit. Der moderne Mensch ist täglich Konsument oder Produzent von Dienstleistungen, sei dies beim Anruf in einem Callcenter bei einem Internetanbieter, beim Kauf einer Zugfahrkarte am Bahnschalter oder beim Besuch eines Restaurants. Darüber hinaus wird der Kunde zunehmend zum arbeitenden Kunden. Näheres hierzu im Webex-Kurs der arbeitende Kunde auf www.lehrbuch-psychologie.de Mit der Entwicklung der Gesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft müssen immer mehr Menschen Emotionsarbeit leisten. Emotionsarbeit wird dabei wie folgt definiert. Emotionsarbeit, auch Emotional Labor genannt, ist nach Hochschild 1990 eine bezahlte Arbeit, bei der ein Management der eigenen Emotionen notwendig ist. Dieses Management hat zur Folge, dass durch Mimik, Stimme und Gestik ein bestimmtes Gefühl zum Ausdruck gebracht wird, unabhängig davon, ob dies mit den eigenen inneren Empfindungen übereinstimmt oder nicht. Definition Ende Emotionsarbeit ist Bestandteil vieler Dienstleistungsberufe. Begegnungen im Rahmen von Dienstleistungen sind immer durch Interaktionen gekennzeichnet, welche spezifische Arbeitsanforderungen an die Arbeitenden stellen. Damit verbunden sind vor allem soziale und emotionale Anforderungen, welche besonders an den Leistungserbringer gestellt werden. Darüber hinaus stellen organisationale Ziele wie Kundenbindung und Kundenzufriedenheit erhöhte Anforderungen an die Emotionsarbeit für Arbeitnehmer. Callcenter-Arbeitsplätze sind ein typisches Beispiel für Emotionsarbeit, denn Unternehmen treten mit ihren Kunden immer häufiger per Telefon in Kontakt. Je nach Dienstleistungsbranche führen die Beschäftigten nach Angaben von Henn und anderen 1996 in acht Stunden Arbeitszeit zwischen 60 und 250 Telefonate mit Kunden. Der letzte Kunde erwartet selbstverständlich, mit derselben Freundlichkeit behandelt zu werden wie der erste. Vom Callcenter-Agenten wird erwartet, dass er sich konstant professionell verhält und sich seine Gefühle nicht anmerken lässt. Dasselbe gilt zum Beispiel für Flugbegleiter. Weitere Beispiele für Emotionsarbeit in verschiedenen Berufen sind in Tabelle 11.8 des gedruckten Lehrbuchs aufgeführt. Das Spezifische an den Dienstleistungsberufen ist die Interaktion mit Kunden, aus denen heraus sich entsprechende Arbeitsanforderungen ergeben. Das heißt, dass es zu den Arbeitsanforderungen von Dienstleistungsberufen gehört, mit Emotionen umzugehen und Emotionen regulieren zu können. ZAPF 2002 unterscheidet in Anlehnung an Hacker 2005 drei Aspekte der Emotionsarbeit. 1. Regulationsmöglichkeiten 2. Regulationsanforderungen 3. Regulationsprobleme Ein Teil des beruflichen Alltags ist der Umgang mit Ärger. Ein Kunde ist nicht zufrieden mit der Ware und lässt die Wut am Verkäufer aus. Schüler verhalten sich aus unerklärlichen Gründen aggressiv oder eine Flugbegleiterin muss zuvorkommend freundlich sein, trotz ihrer Müdigkeit nach einem Transatlantikflug. 2. Zapf und Andere 2003 unterscheiden vier Strategien, wie mit solchen Situationen umgegangen werden kann. 3. Automatische Regulation Bei der automatischen Regulation tritt die geforderte Emotion spontan auf, ohne dass eine falsche Emotion vorgetäuscht werden muss und ohne dass es besondere Anstrengung bedarf. 4. Oberflächenhandeln Surface Acting Die arbeitende Person gibt nach außen hin über Mimik, Gestik und Stimme vor, die erwartete Emotion zu empfinden, obwohl dies innerlich nicht der Fall ist. Der Gefühlsausdruck wird den Normen angepasst, nicht aber das empfundene Gefühl. Dies bedeutet, dass man sich freundlich verhält, obwohl man den anderen zum Beispiel unsympathisch findet. Siehe Raststetter 1999 Beim Oberflächenhandeln wird laut Krause und Anderen 2008 zwischen Faking in Good Faith und Faking in Bad Faith unterschieden. Vergleiche auch Nerdinger 2011. 1. Bei Faking in Good Faith dient das Simulieren der Gefühle aus Sicht der arbeitenden Person einem guten Zweck und wird als sinnvoll erachtet. 2. Bei Faking in Bad Faith wird das Oberflächenhandeln ebenfalls praktiziert, es wird jedoch als Zwang erlebt und innerlich nicht akzeptiert. 1. Eine hohe Ausprägung an Faking in Bad Faith im Alltag korreliert stark mit emotionaler Erschöpfung. 2. Tiefenhandeln Deep Acting Die arbeitende Person bemüht sich erfolgreich, die erwarteten und erwünschten Gefühle tatsächlich zu empfinden. Nach dem Motto, ich versuche ein bestimmtes Gefühl hervorzurufen und verhalte mich dementsprechend. Das Tiefenhandeln bedarf bestimmter, in erster Linie kognitiver, Techniken, mit deren Hilfe passende Gefühle hergestellt werden können. Raststetter 1999 beschreibt drei dieser Techniken. 1. Eine Methode umfasst alle Arten von körperlicher Entspannung, angefangen bei tiefem Durchatmen. Damit soll innere Ruhe erreicht werden, in Situationen, die unerwünschte Gefühle geweckt haben oder voraussichtlich wecken werden. Zum Beispiel ein schwieriges Gespräch mit einem Kunden. 2. Eine zweite Methode kann schlicht mit Konzentration beschrieben werden. Wie der Handarbeiter seinen Gegenstand nicht fallen lassen darf und sich auf seine Arbeit konzentrieren muss, auch wenn er müde ist, soll sich der Emotionsarbeiter auf seine Aufgabe, auf die zu erreichenden Ziele und auf die Bedürfnisse des Kunden konzentrieren und keine unerwünschten Regungen zulassen. 3. Die dritte und interessanteste Technik ist die sogenannte Stanislavski-Methode, die auch Schauspielschüler lernen. Der Betroffene versucht, mentale Bilder und Vorstellungen hervorzurufen, die mit einem bestimmten, nämlich dem in der vorliegenden Situation erforderlichen, Gefühl verbunden ist. Die Gefühlserinnerungen helfen in der aktuellen Situation, das passende Gefühl zu erzeugen. Man stelle sich beispielsweise die Flugzeugkabine als gemütliches Wohnzimmer vor, in das nette Gäste eingeladen werden und denke sich, ich bewirte die Gäste und freue mich, wenn es ihnen gefällt. Für Details siehe Stanislavski 1981. 4. Emotionale Devianz Das gewünschte Gefühl wird von der arbeitenden Person nicht gezeigt, zum Beispiel, weil sie die organisationalen Regeln nicht anerkennt. Ganz im Gegenteil wird eine Emotion gezeigt, die seitens der Organisation sogar unerwünscht ist, zum Beispiel ein Wutausbruch beim Flugbegleiter. Diese Variante von emotionaler Devianz kann auf Seiten des Arbeitgebers zu Sanktionen führen, da ein Teil der Arbeit im Dienstleistungssektor die Vermittlung bestimmter Emotionen umfasst. Regulationsanforderungen Wenn eine Organisation ihren Mitarbeitenden vorgibt, welche Gefühle und welches Verhalten in der täglichen Arbeit gezeigt werden sollen, spricht man von Display Rules. Beispielsweise ist es in der Werbebranche ein verbreitetes Phänomen, dass Marketing-Experten stets positiv auftreten und die Attraktivität ihrer Produkte auch durch ihre gezeigten Gefühle bestätigen. Wer würde ein Produkt kaufen, welches schon mit der Werbung etwas Bedrückendes vermittelt? Zapf und andere, 2000, haben Fragen zusammengestellt, mit denen diese Regulationsanforderungen in einer Organisation erfasst werden können. Tabelle 11.9 des gedruckten Buches zeigt die Regulationsanforderungen mit Beispielen von Items für deren Messung. Sind keine expliziten Regeln für den emotionalen Ausdruck vorhanden, wird laut Goldberg und Granday 2007 von Display Autonomy gesprochen. Die bisherige Forschung zur organisationalen Emotionsarbeit beschäftigt sich vor allem mit den negativen Auswirkungen von Display Rules auf das Wohlbefinden von Mitarbeitern. Siehe dazu Krause und andere, 2008. Regulationsprobleme Emotionale Dissonanz Emotionale Anforderungen in der Arbeit führen nicht per se zu negativen Auswirkungen auf das Befinden, wie etwa zu emotionaler Erschöpfung. Jedoch wurden in Meta-Analysen stabile Zusammenhänge zwischen emotionaler Dissonanz und emotionaler Erschöpfung für verschiedene Berufsgruppen nachgewiesen, siehe Krause und andere, 2008. In Anlehnung an die kognitive Dissonanz wird von emotionaler Dissonanz gesprochen, wenn eine Diskrepanz zwischen den eigenen Gefühlen und der vom Unternehmen geforderten Norm bei den Flugbegleiterinnen zum Beispiel Freundlichkeit und Rücksicht besteht. Maslach und andere, 2001, haben nachgewiesen, dass emotionale Erschöpfung, fehlende Erfüllung und Depersonalisation ein Burnout begünstigen. Hier besteht ein Zusammenhang mit den zuvor angesprochenen Display Rules sowie mit Faking in Bad Faith, einer Art des Oberflächenhandelns. Letzteres führt zu emotionaler Dissonanz und fördert damit emotionale Erschöpfung und Depersonalisation, die Voraussetzungen für ein Burnout. Im Gegensatz zu anderen Variablen, zum Beispiel Faking in Good Faith oder Tiefenhandeln, trägt laut Zapf und anderen, 2000, emotionale Dissonanz aber nicht zum Gefühl bei, etwas leisten zu können, was förderlich für den Arbeitenden wäre. Soziale Unterstützung durch Vorgesetzte, Kollegen, Freunde oder Familie und Persönlichkeitsmerkmale wie emotionale Stabilität oder Extraversion können den Auswirkungen von emotionaler Dissonanz entgegenwirken und vor emotionaler Erschöpfung schützen. Vergleiche Giardini und Frese, 2006, sowie Judge und andere, 2009. Arbeitsgestaltung für Emotionsarbeiter In Zusammenhang mit Emotionsarbeit erwähnen Zapf und andere, 2003, verschiedene organisationale Interventionsmaßnahmen, welche die Emotionsarbeit nicht reduzieren, jedoch deren Bedingungen optimieren. Diese Maßnahmen konzentrieren sich auf die emotionalen Anforderungen, die Stressoren sowie die Ressourcen. Die Maßnahmen sind situationsbezogen und sollten spezifisch für jeden Fall ausgearbeitet werden. Anpassung emotionaler Anforderungen Eine Möglichkeit der Anpassung von emotionalen Anforderungen ist mit dem Person-Environment-Fit-Model gegeben. Bei diesem Modell wird eine Passung zwischen Beschäftigten und Arbeitsumwelt angestrebt. Es wird versucht, die Anforderungen der Stelle so anzupassen, dass sie für den Stelleninhaber verträglich sind. Untersuchungen zeigen, dass dienstleistende Personen, welche mehr als sechs Stunden täglich mit Kunden interagieren, sich deutlich schlechter fühlen als bei geringerer Interaktionszeit. Dies spricht dafür, die Arbeitsgestaltung bei emotionsarbeitsbezogenen Stellen durch Maßnahmen wie Job-Rotation oder Teilzeitanstellung zu optimieren. Vermeidung von Stressoren Emotionale Dissonanz wie auch andere Stressoren sind von den externen und internen Ressourcen einer Person abhängig. Organisatorische Maßnahmen können zum Beispiel darauf abzielen, soziale Situationen zu vermeiden, aufgrund derer die Kunden negativ reagieren, wie zum Beispiel lange Wartezeiten am Telefon durch genügend Personal verhindern oder fehlende Informationen beim Dienstleistungspersonal, welches zu Wutausbrüchen bei den Kunden führen könnte, durch Schulungen vorbeugen. Stärkung von Ressourcen Belastende Situationen können durch die Erhöhung des Handlungsspielraums oder bessere emotionsarbeitsbezogene Kontrollmöglichkeiten verringert werden. Eine Studie von Freund und Kollegen aus dem Jahre 2012 an 326 Sachbearbeitern eines Versicherungsunternehmens zeigt, dass insbesondere die Erhöhung situativer Kontrollspielräume, individuelle Gestaltung des zeitlichen Ablaufs sowie der Art der Aufgabenbearbeitung als protektive Ressource dienen und somit Burnout vorbeugen kann. Die Organisation hat dabei verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel Erstens Die Mitarbeitenden verfügen bei den Darbietungsregeln über einen gewissen Ermessensspielraum. Zweitens Die Mitarbeitenden verfügen über einen Zeitspielraum, zum Beispiel durch Kurzpausen und Auszeiten. Drittens Die Mitarbeitenden verfügen über einen Entscheidungsspielraum, beispielsweise der Möglichkeit einer Übergabe von schwierigen Fällen an andere Mitarbeitende. Viertens Mitarbeiter werden bereits im Auswahlprozess durch einen Person-Job-Fit auf ihre emotionale Stabilität hin geprüft. Neben diesen organisationsbezogenen Gestaltungsmöglichkeiten können auf individueller Ebene Qualifikationsmaßnahmen vorgenommen werden, wie zum Beispiel Beschulungen zur kognitiven Restrukturierung, mit welcher Situationen aus einer anderen Perspektive betrachtet werden, oder der Abbau von Belastungen durch Erlernen von Entspannungstechniken, unter anderem autogenes Training, progressive Muskelrelaxation. Darüber hinaus kann die soziale Unterstützung durch vorgesetze Kapitel 12 Arbeit und Gesundheit von Simone Kauffeld und Diana Hoppe Fallbeispiel Herr M. arbeitet seit vielen Jahren in der Personalentwicklung eines größeren Automobilkonzerns. Nachdem er bereits eine verantwortungsvolle Führungsposition erreicht hatte, gab es eine Fusion. In diesem Zusammenhang wurde die Abteilung für Personalentwicklung völlig neu strukturiert und er selbst erhielt einen neuen Vorgesetzten. Dies war für ihn ein Rückschritt in der Hierarchieebene. Er akzeptierte seine neue Position widerwillig und ging nach einiger Zeit wieder mit seinem üblichen Idealismus an die Arbeit. In den nächsten Jahren durchlebte er mehrere Führungswechsel an der Unternehmensspitze. Jedes Mal wurden neue Personalkonzepte aufgelegt und er arbeitete engagiert daran, die neuen Ideen umzusetzen. Stets war es ihm ein Anliegen für Gerechtigkeit und ein harmonisches Miteinander zu sorgen. Privat ist er glücklich verheiratet, hat zwei Kinder und muss sich keine finanziellen Sorgen machen. Seinem Wohnort fühlt er sich sehr verbunden, da dort sowohl seine als auch die Eltern seiner Frau leben. So nimmt er jeden Tag eine eineinhalbstündliche Wegstrecke zur Arbeit auf sich. Gesundheitlich geht es ihm überwiegend gut. Hin und wieder hat er mit Bluthochdruck und entsprechenden Begleiterscheinungen zu kämpfen, aber er fällt nie länger aus. Die üblichen kleinen Streitigkeiten innerhalb der Abteilung nimmt er relativ gelassen hin. Mit einigen Kollegen versteht man sich eben besser und mit anderen nicht. Bei seinen Trainings und Coachings wird er von den Teilnehmern geschätzt als jemand, der ein Auge für das Wesentliche hat, konzentriert arbeitet und in der Lage ist, auch schwierige Situationen zu meistern. In seinem Bereich gab es nun wieder einen Führungswechsel. Seine neue Chefin ist eine selbstbewusste Frau, die voll in ihrer Arbeit aufgeht. Anscheinend stimmt die Chemie zwischen den beiden nicht so richtig. Nach einigen Wochen erkrankt Herr M. und erhält die Diagnose Burnout. Erstens. Welche Umstände haben dazu geführt, dass Herr M. an Burnout erkrankt ist? Zweitens. Wie hätte dies verhindert werden können? Fallbeispiel Ende. Die Auflösung des Fallbeispiels ist im WebEx-Kurs Fallbeispiel Auflösung Kapitel 12 auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Abschnitt 12.1 Einführung Erschöpft, ausgebrannt und arbeitsmüde, heißt es in der FAZ vom 08.03.2010. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes von 2009 scheinen immer mehr Menschen von den Folgen dauerhaften Stresses betroffen zu sein. In einer Umfrage der Techniker-Krankenkasse von 2013 gaben 59% der Befragten an, sich aufgrund ihres Berufes, beispielsweise durch Termindruck, gestresst zu fühlen. Die Belastungsquellen im beruflichen Kontext sind so vielfältig, dass es nicht überraschend ist, wenn Beschäftigte aufgrund beruflicher Belastungen erkranken. Dass Zusammenhänge zwischen berufsbedingten Stress und individuellem Gesundheitszustand existieren, ist auch aus der Forschung bekannt. Siehe zum Beispiel Buddeberg-Fischer und Andere 2008, Ulich und Wülser 2012. Bedenklich sind vor allem die steigenden Zahlen von psychischen Erkrankungen. Der vom Wissenschaftlichen Institut der AOK und der Universität Bielefeld herausgegebene Fehlzeiten-Report gibt für das Jahr 2011 unter Berücksichtigung der Fehlzeiten von 10,8 Millionen bei der AOK-versicherten Erwerbstätigen einen Krankenstand von 4,7 Prozent an. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit betrug 11 Tage. Vergleiche Meier und Andere 2012. Die Ursachen für krankheitsbedingte Fehlzeiten im Beruf lassen sich im Wesentlichen sechs Krankheitsarten zuordnen. Die meisten Fehlzeiten, knapp 23 Prozent, wurden 2011 durch Muskel- und Skeletterkrankungen verursacht. Weitere Fehlzeiten verursachende Erkrankungen sind Verletzungen und Atemwegserkrankungen, jeweils ca. 12 Prozent, psychische Erkrankungen, 9,6 Prozent, sowie Erkrankungen des Herz- und Kreislaufsystems oder der Verdauungsorgane, je ca. 6 Prozent. Insbesondere bei den psychischen Erkrankungen haben die Krankheitstage stark zugenommen. Seit dem Jahr 2000 ist hier ein Anstieg um 60 Prozent zu verzeichnen. Psychische Erkrankungen sind mit längeren Ausfallzeiten verbunden als somatische Erkrankungen. Im Jahr 2011 betrug die durchschnittliche Falldauer nach Angaben von Meier und anderen 2012 hier 22,5 Tage. Laut dem Gesundheitsbericht der BKK von 2012 nehmen psychische Erkrankungen weiter zu und haben einen hohen Zuwachs am Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Die krankheitsbedingte Abwesenheit Beschäftigter verursacht nicht nur individuelle Konsequenzen für die Arbeitnehmer selbst. Unternehmensseitig entstehen neben organisatorischen Problemen, z.B. Vertretung, vor allem erhebliche Kosten. Siehe dazu Ulig und Wöser 2012. Nach einer Erhebung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin von 2013 liegen die volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle bei 46 Milliarden Euro. 5,9 Milliarden Euro davon entfallen auf psychische Erkrankungen. Mit den steigenden Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen für Unternehmen ist die Verbesserung der Gesundheit auch vermehrt ein betriebliches Thema bzw. Ziel geworden. Siehe z.B. Lück und Andere 2009 oder Ulig und Wöser 2012. Entsprechende Bestrebungen der Unternehmen, damit umzugehen, sind vor allem im Auf- und Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Gesundheitsmanagements erkennbar. Lesen Sie dazu auch den Webex-Kurs Betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliches Gesundheitsmanagement auf www.lehrbuch-psychologie.de Gesundheit ist ein wichtiger, persönlicher und auch gesellschaftlicher Wert. Die Bedeutung der eigenen Gesundheit wird häufig erst bei auftretenden Erkrankungen oder mit fortschreitendem Alter erfasst. Doch was genau bedeutet Gesundheit eigentlich? Definition Die Weltgesundheitsorganisation WHO definierte Gesundheit 1946 zunächst als einen Zustand vollkommenen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein dem Fehlen von Krankheit. In einer überarbeiteten Definition von 1987 wird Gesundheit nun als die Fähigkeit und Motivation, ein wirtschaftlich und sozial aktives Leben zu führen, bezeichnet. Definition Ende In der überarbeiteten Fassung der Gesundheitsdefinition wird eine veränderte Auffassung von Gesundheit deutlich. Dem Menschen wird eine aktivere Rolle bei Aufbau und Aufrechterhaltung von Gesundheit zugesprochen. Somit gewinnt auch die Gestaltung von Arbeitsbedingungen einen größeren Stellenwert. Siehe dazu Ulich und Wilsa 2012. Abschnitt 12.2 Belastungen in der Arbeit Ob bei der Arbeit, im Kreis der Familie oder bei Freizeitaktivitäten, der Mensch ist im Alltag oft stark gefordert. Gehen die Anforderungen über ein gewisses Maß hinaus, kann dies als anstrengend und belastend empfunden werden. Der Mensch fühlt sich gestresst. Die Begriffe Belastung, Beanspruchung und Stress werden in der Alltagssprache häufig synonym verwendet, wobei sie zumeist eher negativ konnotiert sind. Im Arbeitskontext wird Belastungen und Beanspruchungen viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die Begrifflichkeiten werden jedoch differenzierter und neutraler betrachtet. Für die tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema Stress am Arbeitsplatz ist es zunächst wichtig, einige der wesentlichen Begriffe zu definieren und voneinander abzugrenzen. Überblick Belastung Als psychische Belastung wird die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen einwirken, verstanden. Angaben aus dem Normenausschuss Ergonomie im Deutschen Institut für Normung 1987. Beanspruchung Als psychische Beanspruchung bezeichnet man die individuellen, zeitlich unmittelbaren Auswirkungen der psychischen Belastung auf den Menschen. Stress Nach Greif und Cox 1997 ist Stress ein subjektiv, intensiv, unangenehmer Spannungszustand, der aus der Befürchtung resultiert, dass eine stark aversive, zeitlich nahe oder bereits eingetretene, subjektiv lang andauernde Situation wahrscheinlich nicht vollständig kontrollierbar ist, deren Vermeidung aber subjektiv wichtig erscheint. Stressoren Dies sind Faktoren, externe oder interne Stimuli, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Stressreaktion auslösen. Der Begriff Stressor und Stressreaktion entsprechen den Begriffen Belastung und Beanspruchung. Siehe dazu Scharper 2011. Überblick Ende Durch die Unterscheidung zwischen Belastung und Beanspruchung wird eine differenzierte Betrachtungsweise ermöglicht. Gleiche Belastungen können zu unterschiedlichen Beanspruchungen führen. Verschiedene Faktoren wie die Intensität und Dauer der Belastungen oder auch individuelle Merkmale der Person wie vorhandene Ressourcen haben einen Einfluss darauf, ob die Beanspruchung mit eher positiven zum Beispiel Aktivierung oder eher negativen zum Beispiel Stress erleben Konsequenzen verbunden ist. Siehe Poppelreuter und Mirke 2008. Aus arbeitspsychologischer Sicht hat die Beanspruchung des Individuums nicht nur negative, sondern auch positive Auswirkungen, wie der gleichfolgende Exkurs zeigt. Ziel sollte es daher sein, nicht nur diejenigen Faktoren zu identifizieren, die Mitarbeiter negativ beanspruchen, sondern auch diejenigen, die positiv erlebt werden, zum Beispiel im Sinne einer Herausforderung. Dies kann in der Folge in einer beanspruchungsoptimalen versus beanspruchungsarmen Arbeitsgestaltung münden. Exkurs Positive Folgen von Stress am Arbeitsplatz Meist gehen wir automatisch davon aus, dass berufsbedingter Stress mit negativen Konsequenzen, wie zum Beispiel Krankheit oder Fehlzeiten, verbunden ist. Stress kann aber auch positive Seiten haben. Selye 1978 prägte den Begriff Eustress. Im Gegensatz zum Distress, negativer Stress, wirkt Eustress als positiver Stress anregend und motivierend. Entscheidend für das Erleben von Eustress ist, dass die Stressoren nicht als bedrohlich, sondern als herausfordernd empfunden werden, zum Beispiel eine in Aussicht gestellte Beförderung. Der Körper ist dann zwar in erhöhte Aktiviertheit versetzt, jedoch regt diese Form des Stresses Menschen zu höheren Leistungen an. Auf diese Weise kann laut Semmer und Udris 2007 Stress auch eine Quelle von Stolz und dem Erleben von Selbstbewusstsein sein. Exkurs Ende Belastungsfaktoren Die Möglichkeiten, Belastungen, die sich in der Arbeitswelt ergeben, zu gruppieren, sind so vielfältig wie die Belastungen selbst. Nach Schönpflug 1987 können Belastungen anhand der folgenden sechs Dimensionen unterschieden werden. Nach ihrer Herkunft, zum Beispiel personenbedingt oder umgebungsbedingt, nach ihrer Qualität, zum Beispiel leichte oder starke Belastung, nach den Möglichkeiten, sie zu beeinflussen, zum Beispiel nicht beeinflussbare gesundheitliche Einschränkungen oder selbstverursachter Konflikt mit Kollegen, nach der Möglichkeit, ihr Auftreten vorherzusehen, zum Beispiel unvorhersehbare Störungen wie Maschinenausfälle oder vorhersehbare Belastung durch ein zusätzlich angenommenes Projekt. Nach ihrer zeitlichen Struktur, zum Beispiel permanent oder selten nach der Art ihrer Auswirkungen, zum Beispiel physisch oder psychisch, auf die Betroffenen. Ein allgemeines Rahmenkonzept von McGrath 1981 geht von drei Belastungsbereichen aus, dem materiell-technischen, dem sozialen und dem persönlichen Bereich. Siehe dazu auch Abbildung 12.1 im gedruckten Lehrbuch. In allen drei Bereichen können Belastungen entstehen. Im technischen Bereich A kann zum Beispiel Lärm eine Belastung sein, im sozialen Bereich B kommen zum Beispiel soziale Konflikte als Ursache von Beanspruchungserleben in Frage und im personalen Bereich C ist Überängstlichkeit einer Person ein möglicher Belastungsfaktor. Darüber hinaus können sich Überlappungen der drei Bereiche ergeben. Eine Belastung in der Überlappung des technischen und sozialen Bereichs AB kann die soziale Isolation eines Beschäftigten sein. In der Überschneidung des sozialen und personalen Systems BC ergeben sich Rollen, die zu Rollenkonflikten führen können. Und im technisch-personalen Bereich AC findet sich als Belastungsfaktor die Arbeitsaufgabe mit ihrer ganz individuellen Schwierigkeit, wie zum Beispiel eine unklare Aufgabenstellung oder Über- beziehungsweise Unterforderung. Siehe dazu Semmer und Udris 2007. Im Überlappungsbereich aller drei Bereiche ABC kann zum Beispiel ein schlechtes Betriebsklima eingeordnet werden, da dieses durch unterschiedliche Aspekte, wie zum Beispiel schädliche Arbeitsumgebung, negative Kommunikation untereinander und mangelnde Motivation Einzelner, dies zu verändern, bedingt sein kann. Die Tabelle 12.1 des gedruckten Buches gibt einen Überblick über beispielhafte Belastungen in der Arbeitswelt und wie diese den drei Bereichen nach McGrath 1981 sowie den Schnittstellen zwischen diesen Bereichen zugeordnet werden können. Einige Arbeitstätigkeiten gelten als besonders belastend. Dies liegt in erster Linie daran, dass in der alltäglichen Arbeit eine Vielzahl von Belastungsfaktoren zusammenkommen, sodass die Möglichkeit der Beschäftigten, diesen Belastungen mit individuellen Ressourcen entgegenzuwirken, erschwert ist. Eine Betrachtung des Nacht- und Schichtarbeitsmodells zeigt, dass Schichtarbeiter in erhöhtem Maße körperlichen und psychischen Belastungen sowie ungünstigen Umgebungseinflüssen ausgesetzt sind. Darüber hinaus verfügen sie über wenig Kontrolle und Handlungsspielräume am Arbeitsplatz. Siehe dazu Bermann 2008. Als belastungsreich hat sich auch der Pflegeberuf erwiesen. Im Umgang mit pflegebedürftigen Personen ergeben sich häufig psychische Belastungen durch Situationen, in denen Krankheit, Gebrechen oder Tod eine Rolle spielen. Darüber hinaus gelten in den Pflegeberufen auch die institutionellen Bedingungen wie zum Beispiel Personalmangel oder bauliche Mängel sowie die physischen Belastungen, zum Beispiel Heben der Pflegebedürftigen, als stark beanspruchend. Siehe Hertel und andere 2004. Rigotti und andere 2012 haben Arbeitsunterbrechungen als Belastungsquelle im Pflegeberuf untersucht. Arbeitsunterbrechungen führen zu einer Ablenkung von der aktuellen Aufgabe. Die Aufmerksamkeit verschiebt sich von der eigentlichen Aufgabe hin zur Unterbrechungsquelle. Es entstehen Zeitverluste durch das sofortige Bearbeiten der Unterbrechung, der parallelen Bearbeitung beider Aufgaben, der Delegation einer der Aufgaben und oder oder das Wiedereindenken in die ursprüngliche Aufgabe. Die Studie zeigt, dass Arbeitsunterbrechungen, zum Beispiel Unterbrechungen durch Ärzte, Patienten, Angehörige, Kollegen, Telefon- oder Funktionsstörungen im Arbeitsalltag von Pflegekräften häufig auftreten. Ungünstigerweise wird auf diese Unterbrechungen oft sofort reagiert. In der Folge vieler Unterbrechungen kommt es zu einer höheren Wahrnehmung der Belastung, mehr emotionaler und kognitiver Irritation sowie stärkerem Erschöpfungserleben. Untersuchungen zu belastenden Arbeitsbedingungen werden auch häufig im Callcenter durchgeführt. In einer explorativen Studie von Metz und anderen 2001 wurden arbeitsbedingte Belastungen von Mitarbeitern zweier Callcenter erhoben. Dabei wurden bedingungs- und personenbezogene Arbeitsbelastungen sowie die Arbeitsbeanspruchung und die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung erfasst und analysiert. Bei den Callcenter-Angestellten zeigten sich generell geringe Entscheidungsspielräume, Komplexität und Variabilität der Arbeitsaufgaben sowie eine geringe Nutzung der beruflichen Qualifikationen. Exkurs Mobbing Von Mobbing spricht man laut Litzke und Schuh 2007, wenn eine Person am Arbeitsplatz häufig und über einen längeren Zeitraum von anderen Personen schikaniert, benachteiligt oder ausgegrenzt wird. Häufige Mobbing-Handlungen sind zum Beispiel die Verbreitung von Gerüchten über die Person, Sticheleien, massive ungerechte Kritik, die Verweigerung wichtiger Informationen, Ausgrenzung der Person, Beleidigungen oder die Behinderung bei der Arbeit. Siehe dazu Leimann 1993 und Meshkutat und andere 2012. Das vereinzelte Auftreten derartiger Handlungen ist noch kein Mobbing. Erst wenn diese Verhaltensweisen zielgerichtet, vorsätzlich und häufig auftreten, spricht man von Mobbing. Lesen Sie im Webexkurs Mobbing auf der Lehrbuch-Website mehr zu diesem Thema. Exkurs Ende Der Wandel der Arbeitswelt hin zur Flexibilisierung birgt neben Chancen, zum Beispiel Wahlmöglichkeiten, Handlungsspielraum, Entwicklungschancen, auch Risiken für das Belastungserleben der Mitarbeiter. Siehe dazu Duki 2012. Die Flexibilisierung zeigt sich in der Auflösung von bisher etablierten Strukturen. Es findet eine Entgrenzung in Bezug auf verschiedene Arbeitsaspekte statt. Beispiele dafür sind flexible Arbeitszeiten, zum Beispiel Möglichkeit zur Wochenendarbeit, Vertrauensarbeitszeit, ständige Erreichbarkeit, flexible Erwerbsformen, zum Beispiel Leiharbeit, Befristung, räumliche Flexibilität, zum Beispiel Homeoffice, Telearbeit, sowie moderne Steuerungsmechanismen, wie die indirekte beziehungsweise ergebnisorientierte Mitarbeitersteuerung, über Ziele und Erfolg, siehe dazu auch Sauer 2012. Eine mögliche Gefahr dieser Entwicklungen sind gesundheitskritische beziehungsweise selbstgefährdende Verhaltensweisen, wie zum Beispiel krank zur Arbeit zu gehen, auch Präsentismus, oder auf Erholungspausen zu verzichten, siehe Krause und andere 2012. In diesem Zusammenhang wird von Krause und Kollegen 2009 auch das Phänomen der interessierten Selbstgefährdung diskutiert, das besonders im Kontext ergebnisorientierter Steuerungsformen in Unternehmen auftritt. Abhängig Beschäftigte erleben sich analog zu selbstständigen Unternehmern als verantwortlich für den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg, da sie nicht mehr an ihrem Bemühen und ihrer Arbeitsleistung, sondern an betriebswirtschaftlichen Kennziffern oder Benchmarks gemessen werden. In der Folge gehen Mitarbeiter freiwillig über ihre gesundheitlichen Grenzen hinaus und zeigen gesundheitsschädigendes Verhalten wie Pausenverzicht, Ausdehnung der Arbeitszeit, Präsentismus. Häufig schwankt dabei das individuelle Arbeitserleben zwischen Engagement und Begeisterung über die Herausforderungen einerseits und selbst Zweifel, den Ansprüchen zu genügen und dem Druck standhalten zu können andererseits. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sollte versucht werden, diesem Nebeneffekt der zunehmenden Flexibilisierung in der Arbeit entgegenzuwirken, um langfristige Konsequenzen wie zum Beispiel Burnout zu verhindern. Mögliche Maßnahmen könnten die Sensibilisierung der Mitarbeiter über Trainingsmaßnahmen, Frühwarnsysteme, geschützte Kommunikationsräume oder die Berücksichtigung der Mitarbeitergesundheit im Steuerungssystem sein. Als Belastungen bei der Arbeit gelten darüber hinaus unter anderem neue Medien, Belastung durch Informationsfülle und Informationsüberflutung sowie durch ständig mobile Erreichbarkeit Emotionsarbeit Belastung durch die aufgrund der Arbeitsaufgabe notwendige Regulation von Emotionen, Abweichung zwischen tatsächlichen und gezeigten Emotionen Individueller Stil Belastung durch die spezifische Ausprägung individueller Merkmale wie Kontrollüberzeugung oder Ambiguitätstoleranz Ausführlichere Informationen zu den Belastungen finden Sie im Webex-Kurs Ausgewählte Belastungen in der Arbeit auf www.lehrbuch-psychologie.de Eine beispielhafte Beschreibung der Belastungen der Berufsgruppe Finanzberater finden Sie dort im Webex-Kurs Finanzberater. Abschnitt 12.3 Modelle zur Erklärung der Entstehung von Stress Was sind die Entstehungsbedingungen von Stress? Unter welchen Umständen wirken Umweltfaktoren belastend? Warum führen Stressoren nur bei manchen Personen zu Stress und bei anderen nicht? Antworten darauf liefern Stressmodelle. Die verschiedenen Modelle bieten Erklärungsansätze über die Entstehungsbedingungen von Stress. Physiologisches Stressmodell Die ersten Arbeiten in der Stressforschung gehen auf Hans Selje 1974 zurück. Das Modell von Selje ist biologisch orientiert und wird häufig auch als reaktionsorientierter Erklärungsansatz für die Entstehung von Stress bezeichnet. Selje definiert Stress als eine unspezifische Reaktion des Organismus auf jede Art von Anforderungen also eine allgemeine Anpassungsreaktion. Er setzt Stress im Wesentlichen mit Erregung gleich. Unterschiedlichste Faktoren können zu Stressoren werden und das physiologische allgemeine Adaptionssystem auslösen. Dieses besteht aus drei Phasen. Erstens Der Organismus reagiert zunächst mit einer Alarmreaktion. Der Stressor wird erkannt und die Person reagiert mit Anspannung. Der Körper schüttet vermehrt Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus und ist in erhöhte Aktiviertheit versetzt. Zweitens In der Widerstandsphase leistet die Person den Einwirkungen des Stressors Widerstand. Bei dieser Gegenreaktion werden die ausgeschütteten Stresshormone wieder abgebaut und der Körper erholt sich. Drittens Gelingt es der Person nicht, sich diesen Einwirkungen zu widersetzen, zum Beispiel aufgrund mangelnder Ressourcen, folgt die Erschöpfungsphase. Sie beginnt, wenn die Person demselben Stressor über längere Zeit ausgesetzt ist und nicht mehr dagegen ankämpfen kann. Die körperlichen Anzeichen von nicht abgebautem, das heißt chronischem Stress entsprechen in vielem die auch beim Burnout zu beobachten sind. Siehe dazu auch Litzke und Schuh 2007. Transaktionales Stressmodell Eines der einflussreichsten Stressmodelle stammt von Richard Lazarus 1966. Es handelt sich um einen kognitiven Erklärungsansatz für die Entstehung von Stress. Im Zentrum dieses Modells stehen individuelle kognitive Bewertungsprozesse, die darüber entscheiden, ob bei der betreffenden Person Stress erleben entsteht oder nicht. Ausgangspunkt ist ein Reiz, zum Beispiel Ereignis oder Situation, der potenziell Stress auslösen könnte. Entscheidend für die Entstehung von Stress ist, wie der Reiz durch die Person eingeschätzt beziehungsweise bewertet wird. Im transaktionalen Stressmodell werden drei Bewertungsprozesse unterschieden, die jedoch nicht notwendigerweise aufeinander folgen müssen, sondern auch parallel ablaufen können. Bei der primären Bewertung wird beurteilt, ob der Reiz irrelevant, günstig oder positiv oder stressend ist. Handelt es sich um einen irrelevanten oder sogar positiven Reiz, ist für die Person kein Schaden zu erwarten. Wird der Reiz als stressend empfunden, zum Beispiel Herr M. aus dem Fallbeispiel erhält trotz hoher Arbeitsauslastung eine zusätzliche wichtige Aufgabe von seiner Vorgesetzten ist gegebenenfalls eine Anpassung des individuellen Verhaltens erforderlich. Dabei kann Stress drei Formen annehmen Schädigung, Bedrohung oder Herausforderung. Schädigung beschreibt einen bereits eingetretenen Schaden, wie zum Beispiel dann sind die nächsten Wochen gelaufen, da kann ich ja nichts anderes mehr machen. Bei der Bedrohung liegt noch keine Schädigung vor, kann jedoch antizipiert werden, zum Beispiel hoffentlich geht alles gut, ich darf jetzt keine Fehler machen. Bei der Herausforderung steht die Meisterung der Situation im Vordergrund, zum Beispiel das ist eine tolle Chance, da werde ich mich richtig anstrengen. Wird eine Situation als bedrohlich eingeschätzt, erfolgt eine zweite Einschätzung, die sekundäre Bewertung. Sie bezieht sich auf die Ressourcen der Person. Es wird beurteilt, ob entsprechende Bewältigungsfähigkeiten, zum Beispiel für die Aufgabenbewältigung erforderliche Kompetenzen und Bewältigungsmöglichkeiten, zum Beispiel realistischer Zeitrahmen für die Aufgabenbewältigung, im Umgang mit den Stressoren vorhanden sind. Auf Grundlage der Bewertungsprozesse kommt es zum Bewältigungsverhalten der Person. Je nachdem, wie erfolgreich die Situation gemeistert wird, erfolgt eine Neubewertung des ursprünglichen Reizes. Dabei wird überprüft, ob die Aufgabenbewältigung gelungen ist, ob die Situation weiterhin bedrohlich ist oder ob es zu einer Schädigung kam. Bei erfolgreicher Bewältigung wird die gleiche Situation wahrscheinlich künftig als weniger stressend empfunden. Siehe dazu Lazarus und Launier 1981 sowie Lazarus und Folkman 1984. Die beschriebenen Bewertungsprozesse können sich je nach Situation auch mehrfach wiederholen. Es handelt sich vorwiegend um automatische und intuitive Prozesse. Nach dem transaktionalen Stressmodell entsteht Stress dann, wenn eine Situation bedrohlich ist, der Person jedoch keine ausreichenden Bewältigungsfähigkeiten beziehungsweise Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Vorteilhaft an diesem Modell ist, dass es Ansatzpunkte für Interventionen liefert, wie zum Beispiel die Arbeit am Bewältigungsverhalten einer Person. Außerdem lassen sich damit chronische Folgen von Stress erklären, die aufgrund von wiederholten negativen Bewertungsprozessen entstehen können. Anforderungskontrollmodell Das Anforderungskontrollmodell von Karasek 1979 enthält zwei Dimensionen, die Arbeitsanforderungen und den Entscheidungsspielraum einer Person. Die Arbeitsanforderungen bezeichnen die quantitative Arbeitsbelastung und sich widersprechende Anforderungen an einem Arbeitsplatz. Der Entscheidungsspielraum ist das Ausmaß, in dem die Person Entscheidungen selbstständig treffen und auf Anforderungen variabel reagieren kann. Beide Dimensionen können in Abhängigkeit von der Arbeitsaufgabe jeweils niedrig oder hoch ausgeprägt sein. Durch diese Einteilung ergeben sich vier Tätigkeitstypen, siehe dazu auch Abbildung 12.2 im gedruckten Lehrbuch. Nach dem Modell resultieren hochbelastende Tätigkeiten vor allem aus dem Zusammenspiel von hohen Anforderungen und einem geringen Entscheidungsspielraum. Eine hohe Anzahl von Stressoren kann dem Modell zufolge durch eine Erhöhung des Entscheidungsspielraums neutralisiert werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass einem Mitarbeiter mit einem sehr hohen Auftragsvolumen mehr Befugnisse eingeräumt werden sollten, um Stress zu vermeiden oder zu reduzieren. Wird bei steigenden Anforderungen der Entscheidungsspielraum geringer, so ist dies gesundheitlich stark belastend. Diese sogenannte Strain-Hypothese findet in Untersuchungen überwiegend Bestätigung. Nimmt der Entscheidungsspielraum bei steigenden Anforderungen dagegen zu, so wird eine leistungsförderliche Wirkung postuliert. Die Lernhypothese wurde bislang seltener untersucht als die Strain-Hypothese, siehe Ulich und Wöser 2012. Empirische Unterstützung findet sie zum Beispiel in einer Studie von Kauffeld und anderen 2004, in der die Effekte eines flexiblen Jahresarbeitszeitmodells, bei dem die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit abgestimmt mit den Kollegen in der Filiale nach den Kundenströmen ausrichten konnten, betrachtet wurden. Die Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeiten erlebten mehr Autonomie- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten bei gleichzeitig höheren Anforderungen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Ergebnisse stützen die Lernhypothese. Die Mitarbeiter mit flexibler Arbeitszeit waren arbeitszufriedener und bewerteten ihre persönliche Entwicklung sowie ihre Lernmöglichkeiten positiver als die Mitarbeiter mit wenig Arbeitszeit Autonomie. Neue Studien, zum Beispiel von Bakker und Demeruti 2006, berücksichtigen, dass neben dem Entscheidungsspielraum auch weitere Ressourcen, wie zum Beispiel soziale Unterstützung oder der Führungsstil, in dem Modell eine Rolle spielen könnten. Das Modell verbindet zwei wichtige Faktoren, die Anforderungen einerseits und den Entscheidungsspielraum im Rahmen einer Tätigkeit andererseits. Darüber hinaus zeigt es Ansatzpunkte für Interventionsmöglichkeiten auf. Die negative Ausprägung eines Faktors, zum Beispiel hohe Anforderungen, muss nicht zwangsläufig zu Stress erleben führen, sondern kann durch einen hohen Entscheidungsspielraum gewissermaßen ausgeglichen werden. Konzept des Rollenstresses Eine Rolle ist die Summe der Verhaltensmuster, die von einer Person erwartet werden. Dies kann in einer Organisation zum Beispiel im Rahmen einer Arbeitsplatzbeschreibung festgelegt sein. Laut Weihnacht 2004 helfen Rollen dem Individuum einzuschätzen, ob es das leistet, was von ihm erwartet wird. Das Modell des Rollenstresses von Kahn 1978 beschreibt sogenannte Rollenkonflikte, welche sich aus inkonsistenten Informationen und unvereinbaren Rollenanforderungen ergeben. Es gibt vier Arten von Rollenkonflikten Inter-Sender-Konflikt, Intra-Sender-Konflikt, Inter-Rollen-Konflikt oder Person-Rollen-Konflikt. Für eine detaillierte Beschreibung und Beispiel Siehe-Tabelle 12.2 des gedruckten Lehrbuches. Laut Sonntag und anderen 2012 kann Rollenstress darüber hinaus durch rollenbezogene Überforderung, rollenbezogene Verantwortung und Rollenambiguität entstehen. Rollenbezogene Überforderung liegt bei quantitativer und oder oder qualitativer Rollen- oder Arbeitsüberlastung vor, zum Beispiel, weil die Zeit zu knapp ist oder weil die individuelle Kompetenz nicht ausreicht. Rollenbezogene Verantwortung bezieht sich auf das Ausmaß an Verantwortung, welches eine Person durch ihre Rolle für andere Personen und Sachen besitzt. Rollenambiguität entsteht, wenn die Rollenanforderungen unklar sind oder nicht verstanden werden, so dass die Person ihre Rolle nicht angemessen realisieren kann. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die betreffende Person widersprüchliche Informationen darüber hat, welche Erwartungen an sie gestellt werden oder wie ihr Verantwortungsbereich aussieht. Ein Vorteil des Konzepts des Rollenstresses liegt darin, dass es deutliche Ansatzpunkte für Interventionen bietet. So können zum Beispiel transparente Rollenbeschreibungen und klare Kommunikation bei Rollenstress Abhilfe schaffen. Leider bildet das Konzept nur einen Ausschnitt stressauslösender Umstände ab. Außen vor bleibt zum Beispiel die Tätigkeit selbst. Während sich in einer Meta-Analyse von Jackson und Schuller 1985 nur geringe Zusammenhänge von Rollenkonflikten und Ambiguität mit Arbeitsleistung und Absentismus fanden, zeigte eine weitere Meta-Analyse von Brown und Peterson 1993 starke Zusammenhänge zwischen der Rollenambiguität bei Verkäufern und deren Verkaufsleistung und Zufriedenheit auf. Person-Environment-Fit Modell Im Zentrum des Person-Environment-Fit Konzepts von Kaplan 1983 steht die Übereinstimmung zwischen der Person P und ihrer Umwelt E. Nach diesem Modell sollte es ein Gleichgewicht zwischen den Ressourcen Abilities, über die eine Person verfügt, und den Anforderungen der Arbeitsaufgabe Demands geben. Ebenso sollten auch die Merkmale der Arbeitsaufgabe Supplies den Bedürfnissen der Person Needs entsprechen. Ist dies nicht der Fall, führt die Nichtübereinstimmung zwischen gewünschten und vorhandenen Merkmalen Abilities-Demands-Misfit und oder oder Needs-Supplies-Misfit zur Entstehung von Stress. Dabei werden unterschiedliche Stressreaktionen postuliert. Bei einem negativen Fit wird erwartet, dass die Auswirkungen umso negativer sind, je größer der Misfit ist. Bei einem positiven Fit gibt es verschiedene Konsequenzen. Das Stressniveau kann abnehmen, z.B. wenn durch den Überschuss an Ressourcen Ersparnisse erzielt werden. Es kann unverändert bleiben, z.B. wenn es mehrere Angebote gibt, aber nur eines benötigt wird, um die Bedürfnisse der Person zu stillen oder es nimmt zu, wenn z.B. Unterforderung vorliegt, die zu Depressivität führen kann. Das Modell liefert wichtige Ansatzpunkte zur Stressprävention. Demnach kann am Verhalten einer Person oder auch an den Merkmalen der Umwelt angesetzt werden, um Stress zu reduzieren oder zu vermeiden. Effort Reward Imbalance Das Effort Reward Imbalance Modell, auf Deutsch Modell beruflicher Gratifikationskrisen von Siegrist 1996 stellt das Verhältnis von Anforderungen, d.h. sowohl beruflich vorgegebene Anforderungen und Verpflichtungen als auch eigene Ansprüche und Gratifikationen, d.h. Gehalt, Wertschätzung oder beruflicher Status in den Mittelpunkt der Betrachtung. Stress entsteht nach diesem Modell dann, wenn es ein Ungleichgewicht zwischen der beruflichen Verausgabung, Anforderung und den dafür erhaltenen Belohnungen, Gratifikation, gibt. Dies kann der Fall sein, wenn eine Person sich stark verausgabt und dafür nicht angemessen entschädigt wird, z.B. geringes Gehalt, mangelnde Wertschätzung, ausbleibende Beförderung. Wichtig ist also nicht nur, wie stark eine Belastung ist, sondern auch, ob es sich lohnt, diese auf sich zu nehmen. Metaanalytisch konnten positive Zusammenhänge zwischen Gratifikationskrisen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychosomatischen Beschwerden sowie arbeitsbezogenem Wohlbefinden aufgezeigt werden, die als empirische Bestätigung des Modells herangezogen werden können. Siehe dazu von Wechsel und andere 2005. Abschnitt 12.4 Folgen von Belastungen am Arbeitsplatz Überblick zu Belastungsfolgen Eine gute Übersicht über mögliche Folgen von Belastungen geben Kaufmann und andere 1982. Sie unterscheiden einerseits zwischen kurzfristigen Folgen wie zum Beispiel Ermüdung, Monotonie und Sättigung und Mittel- bis langfristigen Folgen und Mittel- bis langfristigen Folgen wie zum Beispiel Depressionen. Andererseits unterscheiden sie bei den Belastungsfolgen zwischen der physiologischen, psychischen und der Verhaltensebene. Wie auch Tabelle 12.3 im gedruckten Lehrbuch veranschaulicht, können die Folgen von Belastungen am Arbeitsplatz sehr vielfältig sein. Hören Sie zum Thema Belastungsfolgen auch den folgenden Exkurs zu psychischer Ermüdung. Exkurs Psychische Ermüdung Monotonie und Sättigung Psychische Ermüdung Eine reversible Minderung der personellen Leistungsfähigkeit, welche als Folge von Tätigkeit auftritt und zu Effizienzminderung führt. Davon sind Minderungen der Leistungsfähigkeit infolge des biologischen Tagesrhythmus abzugrenzen. Kennzeichen sind Konzentrationsabnahme, Anstrengungserleben und Müdigkeit. Psychische Ermüdung kann aufgrund von Zeitdruck oder zu hohen zu komplexen Anforderungen auftreten. Der Verlust an Leistungsfähigkeit infolge von Ermüdung kann nur durch Erholung, zum Beispiel Pause, ausgeglichen werden. Siehe dazu Richter und Hacker 1998 sowie Ulich 2005. Monotonie Ein Zustand herabgesetzter psychophysischer Aktiviertheit als Folge spezifischer Arbeitsbedingungen. Dies sind vor allem reizarme Situationen mit längerer Ausführung sich oft wiederholender, gleichartiger und einförmiger Tätigkeiten. Siehe Bartenwerfer 1970. Meist ist ständige Aufmerksamkeit in einem eingeschränkten Beobachtungsfeld erforderlich. Eine Beispieltätigkeit hierfür ist die Radarüberwachung. Im Unterschied zur Ermüdung verschwindet der Monotoniezustand sofort bei Wechsel der Tätigkeit oder Anforderungen. Siehe dazu Semmer Sättigung Es handelt sich um einen Zustand gesteigerter und unlustbetonter Gereiztheit und einen Widerwillen gegenüber der Fortsetzung einer spezifischen Tätigkeit, verbunden mit einer effektiv ausgelösten Steigerung der Wachheit. Kann bei verschiedenen Tätigkeitsformen auftreten, in Abhängigkeit der individuell unterschiedlichen emotionalen Bewertung sowie den Zielen der betreffenden Person. Vergleiche Plath und Richter 1984. Exkurs Ende Zusammenhänge zwischen Arbeitszufriedenheit und Stress wurden bereits vielfach untersucht und bestätigt, wie im Kapitel 10 berichtet wurde. Belastende Arbeitsmerkmale können neben einer Verringerung der Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern weitreichende gesundheitliche und psychische Konsequenzen haben. So konnten zum Beispiel Rau und andere 2010 zeigen, dass bei Beschäftigten vermehrt Depressivität auftrat, je höher die objektiv bewertete Arbeitsintensität war. Darüber hinaus zeigten sich negative Zusammenhänge zwischen dem erlebten Tätigkeitsspielraum der Beschäftigten und der Depressivitätsrate. In einer Meta-Analyse von Dar und Johns 2008 wird vor allem Absentismus, d.h. das zeitlich begrenzte Fernbleiben von der Arbeit aus entweder motivationalen oder krankheitsbedingten Gründen als Folge von arbeitsbedingtem Stress fokussiert. Auch kontraproduktives Arbeitsverhalten wie z.B. Diebstahl, Mobbing, Sabotage oder Drogenmissbrauch wurde als Folge von Stress untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Zusammenhang von Stress und kontraproduktivem Arbeitsverhalten umso stärker war, je weniger gewissenhaft die Personen waren und desto höhere negative Affektivität die Personen hatten. Siehe dazu Bowling und Eschlemann 2010. Burnout Burnout aus dem Englischen To burn out ausbrennen ist eine spezifische Folge von Stress am Arbeitsplatz, welche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Siehe dazu Meck 2010. Die Zahl derjenigen, die aufgrund von Burnout krankgeschrieben werden, ist nach Angaben des BKK Bundesverband 2012 innerhalb der letzten Jahre stark angestiegen. Von 4,6 Tagen je 1.000 pflichtversicherter Mitglieder im Jahr 2004 auf 86,9 Tage im Jahr 2011. Ursprünglich wurde Burnout hauptsächlich in Sozial- und Pflegeberufen untersucht, d.h. Berufe, in denen das Helfen zentral ist. Mittlerweile wurde das Konzept auch auf andere Berufsgruppen erweitert. Nach einer Definition von Maslach und Jackson 1984 handelt es sich bei Burnout um ein Syndrom aus emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation und reduzierter Leistungsfähigkeit, welches bei Personen, die in irgendeiner Weise mit Menschen arbeiten, auftreten kann. Emotionale Erschöpfung ist durch hohe interpersonelle Anforderungen und die Beanspruchung emotionaler Ressourcen sowie schnelle Ermüdung gekennzeichnet. Die Betroffenen fühlen sich durch den Kontakt mit anderen Menschen emotional überfordert und ausgelaugt. Depersonalisation beinhaltet negative, gefühllose und zynische Einstellungen gegenüber Klienten, Kunden oder Patienten. Die Betroffenen zeigen eine gleichgültige Reaktionsweise und meiden Kontakt beziehungsweise ziehen sich zurück. Reduzierte Leistungsfähigkeit ist die Tendenz, die eigene Leistung bei der Arbeit negativ zu bewerten und ein Gefühl von schwachem oder mangelndem beruflichen Selbstwert zu entwickeln. Betroffene erleben sich bei der Arbeit nicht mehr als kompetent. Siehe dazu auch Litzke und Schuh 2007 sowie Schaper 2011. Folgende Gemeinsamkeiten können auf Basis der verschiedenen Definitionen, die zu Burnout existieren, festgehalten werden. Vergleiche Burisch 2006. Eine hohe Motivation zu Berufsbeginn, Frustration und darauf folgende Enttäuschung, da Erwartungen und Ziele nicht erreicht werden. Eine ungünstige Arbeitsumgebung, zum Beispiel zu hohe oder widersprüchliche Anforderungen, unzureichende Ressourcen, ineffektives Bewältigungsverhalten des Betroffenen, prozessualer Verlauf des Burnouts, der sich nach langer und erfolgloser Auseinandersetzung des Betroffenen mit seiner Arbeit ergibt. Die Entstehung von Burnout ist ein komplexer Prozess und kann laut Schaper 2011 durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden. Dies können Anforderungen des Berufs und der Tätigkeit, zum Beispiel dauerhafte Arbeitsüberlastung, Rollenkonflikte, mangelndes Feedback oder mangelnde Autonomie sein, aber auch Persönlichkeitseigenschaften und Merkmale der individuellen Lebenssituation, zum Beispiel labiles Selbstbild, geringe Selbstwirksamkeitserwartungen oder fehlende soziale Unterstützung. In Abbildung 12.3 des gedruckten Buches ist ein solcher Entstehungsprozess in Anlehnung an Cordes und Dougherty 1993 modellhaft dargestellt. Neben den im obigen Modell genannten Ursachen können weitere Faktoren die Entstehung von Burnout begünstigen. Dies sind zum Beispiel Arbeitsplatzunsicherheit, kritische Lebensereignisse wie Berufseintritt oder Berufswechsel oder Erkrankungen und schlechte Qualifikation. In der Regel entwickelt sich Burnout über einen längeren Zeitraum hinweg, wobei erste Warnhinweise zum Beispiel nicht abschalten können nach der Arbeit oft nicht als solche interpretiert werden. Modelle der Burnout-Entstehung wurden von verschiedenen Autoren vorgeschlagen, so zum Beispiel ein aus vier Phasen bestehendes Modell hohes Involvement, Stagnation und Enttäuschung, Distanzierung und Rückzug, Symptomentwicklung von Maslach und Jackson 1984. Das Phasenmodell von Freudenberger und North 2002 enthält insgesamt zwölf Stadien vom Zwang, sich zu beweisen, Stadium 1, bis hin zur völligen geistigen, körperlichen und emotionalen Erschöpfung, das heißt Burnout, Stadium 12. Ein Vorteil der Phasenmodelle ist die Gliederung, die eine Übersicht über das Feld erleichtert. Jedoch variieren die Reihenfolge und Anzahl der Phasen zwischen den Modellen stark, ebenso wie die Zuordnung der Symptome zu den Phasen. Litzke und Schuh 2007 zufolge sollte daher die Beurteilung Betroffener auf Basis eines Phasenmodells oder deren Einordnung in ein derartiges Modell vermieden werden. Für die Messung von Burnout kann zum Beispiel das Maslach Burnout Inventory von Maslach und Jackson 1996 Abschnitt 12.5 Umgang mit Belastungen und Stress am Arbeitsplatz Ressourcen Für den erfolgreichen Umgang mit Belastungen am Arbeitsplatz, das heißt Reduktion oder Vermeidung von Stress, sind die Ressourcen einer Person entscheidend. Ressourcen sind Faktoren, die den Umgang mit einer Stresssituation erleichtern können. Je nach Stärke der vorhandenen Ressourcen kann das Stressempfinden einer Person verschieden ausgeprägt sein. Wichtige innere, also personale und äußere, zum Beispiel organisationale und soziale Ressourcen sind im gedruckten Buch in Tabelle 12.4 in Anlehnung an Richter und Hacker 1998 sowie Semmer und Udris 2007 aufgeführt. Ressourcen können auf drei unterschiedliche Arten wirken. Sie können einen direkten, positiven Effekt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person haben. Das bedeutet, dass die entsprechende Ressource unabhängig von gleichzeitig vorhandenen Belastungen zu einer positiven gesundheitlichen Wirkung führt. In Fällen, in denen die Ressource dem Entstehen von Belastungen entgegenwirkt oder sie dem Belastungsabbau dient, spricht man von einer indirekten Wirkung auf das Wohlbefinden. Eine weitere Möglichkeit ist die Pufferfunktion einer Ressource. Sind ausreichend Ressourcen vorhanden, so können sie der Bewältigung bestehender Belastungen dienen und schädliche Folgen abschwächen. Bei einer geringen Ausprägung dieser Ressourcen würde sich hingegen die Fehlbeanspruchung erhöhen. Siehe dazu Ulig und Wülser 2012. Eine wichtige personelle Ressource, die auch im transaktionalen Stressmodell integriert ist, ist das Coping-Verhalten einer Person. Menschen gehen auf unterschiedliche Art und Weise mit Stress um. Die Bewältigung von internen und externen Anforderungen, zum Beispiel Stress, welche die eigenen Ressourcen übersteigen, wird nach Lazarus und Folkman 1984 als Coping bezeichnet. Es können verschiedene Coping-Arten unterschieden werden, wobei die beiden wichtigsten Bewältigungsarten das problembezogene und das emotionsbezogene palliative Coping sind. Beim problembezogenen Coping werden konkrete Aktionen gewählt, um eine mögliche Bedrohung durch Belastungen abzuwenden. So kommt es zum Beispiel zu einer Veränderung der bisherigen Arbeitsstrategie, dem bewussten Aneignen neuer Kompetenzen oder einem offenen Ansprechen von Konflikten. Das emotionsbezogene Coping ist durch Ablenkungs- oder Konsumverhalten gekennzeichnet, zum Beispiel ins Kino gehen, rauchen oder essen. Es handelt sich also eher um eine Emotionsregulation als um direkte Handlungen zur Problembewältigung. Diese Handlungen bringen zwar eine vorübergehende Entlastung mit sich, verändern jedoch nicht die Ursache der Stressempfindung. Modell der Ressourcenkonservierung Das Modell der Ressourcenkonservierung von Hopfoll 1989 erweitert die Ergebnisse der Stressforschung um den Aspekt des Ressourcenverlusts und um den der Ressourcenstärkung. Die zentrale Annahme des Modells ist, dass Menschen danach streben, von ihnen wertgeschätzte Ressourcen aufzubauen und zu erhalten. Dabei geht der Ressourcenaufbau mit Wohlbefinden und Gesundheit einher. Ein potenzieller und aktueller Verlust vorhandener Ressourcen wird als bedrohend empfunden. In dem Modell wird Stress definiert als Reaktion auf die Umwelt, in der ein Ressourcenverlust droht, ein aktueller Ressourcenverlust auftritt oder auf die Investition von Ressourcen kein angemessener Ressourcengewinn erfolgt. Ressourcen können Materielles, zum Beispiel wertgeschätzte Objekte, Lebensumstände, zum Beispiel Partnerschaft, Status, persönliche Merkmale, zum Beispiel Optimismus und Energien, zum Beispiel Wissen, Geld, sein. Zusätzlich können Ressourcen auch Mittel sein, mit denen die für die Person wertvollen Ressourcen erreicht werden können. Nach Annahme des Modells streben Menschen danach, den befürchteten oder tatsächlichen Verlust zur Verfügung stehender Ressourcen auszugleichen, d.h. verlorene Ressourcen nach Möglichkeit direkt zu ersetzen oder durch andere zu kompensieren. Ist dies nicht erfolgreich, d.h. fehlende Ressourcen können nicht ersetzt werden, kann es zu Verlustspiralen kommen. Genauso können Gewinnspiralen entstehen, wenn Ressourcen erfolgreich zum Aufbau weiterer Ressourcen eingesetzt werden. Vorteilhaft an diesem Modell ist, dass es sich mit Situationsmerkmalen beschäftigt, die Ressourcenverlust und somit Stress zur Folge haben. Damit bietet es Ansatzpunkte für Interventionen, wie z.B. das Anknüpfen an die Ressourcen der betreffenden Person. Das Modell lenkt den Blick eher auf Ressourcen statt auf Belastungen. Die Ressourcenorientierung findet sich auch bei aktuellen Personalentwicklungskonzepten und Beratungseinsätzen, wie z.B. dem Coaching wieder. Interventions- und Präventionsformen Zur Verhinderung bzw. Reduktion von Stress am Arbeitsplatz und von individuellen Folgen, wie z.B. psychosomatischen Erkrankungen infolge von starken Arbeitsbelastungen, wird eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen diskutiert. Siehe z.B. Bamberg und andere 1998 oder Schaper 2008. Die Verhinderung negativer Folgen, Krankheitsprävention, die Gesundheitsförderung wie auch andere Maßnahmen, z.B. Stressbewältigung, beschreiben verschiedene Formen der Intervention. Es handelt sich dabei um ein gezieltes Eingreifen, um bei Einzelnen oder auch bei ganzen Gruppen das Auftreten negativer Folgen von Stress zu beheben oder zu beeinflussen. Siehe dazu Hurlmann und andere 2007. Die Interventionsformen können z.B. nach dem Zeitpunkt des Eingreifens Primär, Sekundär oder Tertiärprävention oder auch nach ihrem Ansatzpunkt Verhaltens- oder Verhältnisprävention unterschieden werden. Siehe dazu auch Tabelle 12.5 des gedruckten Buches. Verhaltensprävention Maßnahmen der Verhaltensprävention, auch personenbezogene Interventionen, zielen vor allem darauf ab, eine Veränderung individueller gesundheitsgefährdender Verhaltensmuster, z.B. Rauchen, ineffektives Coping oder Einstellungen, z.B. Kontrollüberzeugung, herbeizuführen. Das Individuum als eigenverantwortliche Person steht im Mittelpunkt und soll befähigt werden, künftig erfolgreich mit belastenden Arbeitsbedingungen umzugehen. Beispiele für Maßnahmen der Verhaltensprävention sind Trainings zu Zeitmanagement, Kommunikation oder Stressmanagement, Entspannungsverfahren, Rückenschule, Gewichtsreduktion, Raucherentwöhnung sowie Ernährungsberatung. Die Maßnahmen wirken vor allem auf individueller Ebene. Dort sollen sie eine verbesserte Gesundheit oder Leistungsfähigkeit bewirken. Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Reduzierung krankheitsbedingter Fehltage erwünscht. Siehe dazu z.B. Lepin 2007, Schaper 2011 und Ulicht 2005. Verhältnisprävention Mit Maßnahmen der Verhältnisprävention, auch bedingungsbezogene Maßnahmen, soll durch eine Veränderung der Lebens- oder Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit Einzelner, von Personengruppen oder von Arbeitssystemen Einfluss genommen werden. Noch stärker als bei der Verhaltensprävention wird die langfristige bzw. dauerhafte Veränderung gesundheitsbeeinträchtigender Verhältnisse fokussiert. Beispiele für verhältnisbezogene Maßnahmen sind Gestaltung der Arbeitsplätze und oder oder Verbesserung von Arbeitsbedingungen, z.B. Ergonomie, Lärmreduktion, Gestaltung der Arbeitsabläufe und Aufgaben, z.B. selbstgewählte Pausen, ganzheitliche Tätigkeiten, Autonomie erhöhen und Unterstützung von gesundheitsförderlichem Verhalten der Mitarbeiter durch entsprechende Angebote, z.B. vegetarische Kost oder Vollwertkost in der Kantine, Fitnessstudio im Unternehmen. Die Maßnahmen wirken auf organisationaler, sozialer und individueller Ebene. Erwünschte wirtschaftliche Effekte sind hier neben geringeren Fehlzeiten auch Verbesserung der Produktivität und Qualität sowie geringere Mitarbeiterfluktuation. Eine verhältnispräventive Maßnahme, die vom einzelnen Mitarbeiter selbst initiiert werden kann, ist das sogenannte Jobcrafting. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz bzw. ihre Arbeitsaufgabe aktiv mit oder umgestalten. Tims und Kollegen 2013 konnten zeigen, dass Jobcrafting positive Effekte auf das Wohlbefinden von Mitarbeitern bei der Arbeit hat. Führungskräfte können diesen Effekt unterstützen, indem sie beispielsweise ihren Mitarbeitern Möglichkeiten aufzeigen, ihren Job in einzelnen Aspekten stärker an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Beurteilung stressbezogener Interventionen Viele Unternehmen haben sich für die Durchführung stressbezogener Interventionen entschieden, um das Stresslevel ihrer Mitarbeiterschaft zu reduzieren. Siehe dazu Richardson und Rothstein 2008. Im Zuge dessen wurde auch der Evaluation stressbezogener Interventionen in den letzten Jahren relativ viel Beachtung geschenkt. Die Messung der Effektivität dieser Maßnahmen kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Manche Forscher konzentrieren sich auf die Auswirkungen auf den organisationalen Erfolg, zum Beispiel durch die Erfassung der Produktivität, andere wiederum auf individuelle Auswirkungen auf dem psychologischen oder physiologischen Level. Die Ergebnisse jüngerer Meta-Analysen zur Überprüfung stressbezogener Interventionen kommen zu heterogenen Ergebnissen, siehe zum Beispiel Bamberg und Busch 2006. Stress-Management-Trainings erweisen sich als besonders effektiv in Bezug auf die Reduktion von Stresssymptomen, Befindlichkeitsbeeinträchtigungen und Förderung der Ressourcen. Weniger effektiv zeigten sie sich unter anderem hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit und Leistung. Entspannungstrainings erwiesen sich gegenüber kognitiv-behavioralen Programmen im Hinblick auf physiologische Variablen und auf zeitliche Stabilität der Erfolge als effektiver. In einer Meta-Analyse von Richardson und Rothstein 2008 erzielten kognitiv-behaviorale Programme zusammen mit alternativen Ansätzen die höchsten Effekt stärken, während Entspannungs- und Meditationstechniken hier nur mittlere Erfolge verzeichneten. Studien zu Gesundheitszirkeln, einem Instrument zur Sicherung der Partizipation der Beteiligten berichten positive Effekte hinsichtlich der Förderung von Ressourcen, der Verbesserung der Gesundheit und der Reduktion von Absentismus. Im Pflegebereich wurden Gesundheitszirkel erfolgreich eingesetzt, um den Umgang mit Multitasking-Situationen zu verbessern. Siehe dazu Bethke und Rigotti 2013. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs. Exkurs Gesundheitszirkel In einem Gesundheitszirkel arbeiten Mitarbeiter verschiedener Abteilungen und oder oder Bereiche eines Unternehmens in Form einer Projektgruppe über einen bestimmten Zeitraum zusammen. Ziele des Gesundheitszirkels sind laut Slesina 1994 die Feststellung von Belastungen am Arbeitsplatz, die Identifikation von Ansatzpunkten zum Belastungsabbau und die Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen zwecks Belastungsoptimierung und Ressourcenstärkung. Basis der Arbeit in Gesundheitszirkeln ist zum Beispiel der Gesundheitsbericht der Krankenkasse, das heißt Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten eines Unternehmens, andere betriebliche Analysen oder auch persönliche Erfahrungen der beteiligten Personen. Ein Gesundheitszirkel kann sich zum Beispiel aus Mitarbeitern des Betriebsrats, dem Betriebsarzt, einem Arbeitspsychologen, Führungskräften und weiteren Beschäftigten zusammensetzen. Siehe dazu Ulich und Wülser 2012. Exkursende. Gesundheitscoaching Ein interessanter Ansatz, der den Gedanken der frühen Prävention, Primärprävention, mit dem der Selbststeuerung und Eigenverantwortung von Menschen verbindet, ist das Gesundheitscoaching. Coaching als mittlerweile etablierte Methode der Personalentwicklung fokussiert die individuelle Weiterentwicklung persönlich und beruflich von Personen unter Nutzung verschiedener Gesprächstechniken und selbstreflexiver Methoden. Ziel des Gesundheitscoachings ist die Unterstützung im souveränen und gesunden Umgang mit privaten und oder oder beruflichen Herausforderungen. Der Gecoachte, auch Coachie oder Klient genannt, soll im Verlauf des Prozesses dazu befähigt werden, mit Belastungen in einer gesunden und für ihn zufriedenstellenden Weise umzugehen. Wichtig ist die Selbststeuerung. Der Gecoachte lernt sich selbst zu steuern, das heißt aktiv daran zu arbeiten, die eigene Gesundheit in die gewünschte Richtung zu bringen. Zentrale Aspekte sind die Definition eigener Gesundheitsbedürfnisse, ein selbstbestimmter Lebensstil, Gesundheitsbewusstsein sowie die eigene Stärkung und Aktivierung. Thematische Schwerpunkte im Gesundheitscoaching sind die Analyse persönlicher Ressourcen und Ziele, die Reflexion des individuellen Wertesystems sowie Fragestellungen zu Arbeitsbelastungen und Umgang mit Stress. Siehe dazu Ostermann 2010. Zunehmend taucht das Gesundheitscoaching auch im Rahmen von Konzepten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement auf. Näheres dazu finden Sie im Webex-Kurs Betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliches Gesundheitsmanagement auf www.lehrbuch-psychologie.de Gesundheitscoaching wird im Einzelsetting aber auch für kleinere Teams angeboten. Je nach Verankerung, zum Beispiel freiberuflich im Unternehmen oder im ambulanten Rehabilitationszentrum, kann das Gesundheitscoaching durch weitere Angebote wie zum Beispiel medizinische Versorgung oder spezifische Trainings ergänzt werden. Erholung und Work-Life-Balance Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, sind Ressourcen für den Umgang mit oder die Bewältigung von Stress wesentlich. Hält Stress länger an, können sich Ressourcen mit der Zeit erschöpfen. Daher ist es wichtig, Ressourcen wieder aufzufüllen, das heißt gewissermaßen den eigenen Akku aufzuladen. Dies kann über Prozesse der Erholung geschehen. Erholung wird von Wieland Eckelmann und Baggen 1994 als ein dem Prozess der Beanspruchung entgegengesetzter Prozess verstanden, wobei Erholung mehr ist als die bloße Unterbrechung der Arbeitstätigkeit. Erholung kann im Rahmen von Arbeitspausen und außerhalb der Arbeit, also am Feierabend, Wochenende oder im Urlaub stattfinden. Siehe dazu Sonnentag und Fritz 2010. Mit Bezug zum Modell der Ressourcenkonservierung wird zum Beispiel Urlaub als eine Möglichkeit beschrieben, um verlorene Ressourcen wieder zu gewinnen und auf diese Weise Verlustspiralen zu durchbrechen. Siehe dazu Westmann 1999. Mehr zu Urlaub und Erholung finden Sie auch im WebExkurs Urlaub und Erholung auf www.lehrbuch-psychologie.de Nach Angaben von Kalus und Ulich 2001 sind Kennzeichen von Erholungsprozessen beispielsweise Erholung ist an die Belastungsverringerung einen Belastungswechsel oder eine Belastungspause gebunden. Erholung ist abhängig von Art und Dauer der Beanspruchung. Erholung kann passiv zum Beispiel durch Ausruhen und aktiv zum Beispiel durch Sport erfolgen. Erholung ist personenspezifisch und abhängig von individueller Bewertung. Erholung endet mit dem Erreichen eines Zustands von wiederhergestellter Leistungsfähigkeit. Ziel homöostatische Ausgeglichenheit Idealerweise sind Erholungs- und Arbeitsphasen so gestaltet, dass diese im individuellen Fall als ausgeglichen erlebt werden. Der Aspekt der Balance zwischen Arbeit und Erholung findet sich auch im Feld der sogenannten Work-Life-Balance wieder. Work-Life-Balance ist ein populärer, wenn auch nicht klar abgegrenzter Begriff, mit dem nach Sonnentag und Fritz 2010 im Wesentlichen das mehr oder weniger ausgeglichene Verhältnis von Arbeits- und Privatleben bezeichnet wird. Das Thema Work-Life-Balance ist nicht nur für Beschäftigte, sondern auch für Organisationen von hoher Bedeutung. Vergleiche Byron 2005. Kommt die Erholung von der Arbeit in der Freizeit zu kurz, können laut Sonnentag 2003 arbeitsbezogenes Wohlbefinden und Verhalten negativ beeinflusst werden. In Unternehmen wird daher zunehmend auf Programme und Strategien zur Verbesserung des Verhältnisses von Arbeits- und Privatleben, zum Beispiel Sportangebote oder flexible Arbeitszeitgestaltung, gesetzt, um berufliche und private Aufgaben miteinander zu vereinbaren. Siehe dazu Resch und Bamberg 2005. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zu Work-Life-Balance diskutiert. Zu den bekanntesten gehören die Kompensationshypothese, die Spill-Over-Hypothese, die Konflikthypothese, die Bereicherungshypothese und die Segmentierungshypothese, die im gedruckten Buch in Tabelle 12.6 zusammengefasst dargestellt sind. Betrachtet man die Forschung zu Work-Life-Balance insgesamt, lässt sich feststellen, dass Arbeits- und Privatleben nicht unabhängig voneinander sind. Die beiden Bereiche stehen in der Wahrnehmung von Beschäftigten jedoch nicht nur in Konflikt zueinander, sondern bereichern sich auch gegenseitig. Erschwerend bei der Beantwortung der Frage, in welchem Verhältnis die beiden Lebensbereiche zueinander stehen, ist die Tatsache, dass eine klare konzeptionelle Trennung schwierig ist. Dies liegt darin begründet, dass es bedingt durch Arbeitsformen wie Telearbeit, das heißt die Arbeitstätigkeit findet nicht am eigentlichen Arbeitsplatz statt, zum Beispiel Heimarbeit, oder auch durch die ständige Erreichbarkeit von Beschäftigten, per Handy oder E-Mail, zunehmend zu einer, zumindest teilweise, Vermischung beider Bereiche kommt, siehe dazu Sonnentag und Fritz 2010. Hier schließt sich der Kreis zu den schon beschriebenen Bestrebungen von Unternehmen, auch diese Thematik, zum Beispiel im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, zu berücksichtigen. Auf individueller Ebene kann die Auseinandersetzung mit der Work-Life-Balance, zum Beispiel innerhalb eines Gesundheitscoachings, eine wichtige Rolle spielen. Gezielte Maßnahmen, die den Kompetenzaufbau in den Bereichen Erziehung, Stressbewältigung und Zeitmanagement fördern, können erwerbstätigen Eltern helfen, Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren. Ein Beispiel hierfür ist das Gruppentraining Workplace Triple P, das Arbeitsplatz integriert angeboten werden kann und zudem positive Effekte in Bezug auf Arbeitszufriedenheit und Stressreduktion erzielt, siehe zum Beispiel Holstein 2009. Auf diese Weise kann auch auf organisationaler Ebene ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Work-Life-Balance geleistet werden. Neuere Überlegungen beziehen einen weiteren Faktor in die Diskussion um Work-Life-Balance ein, Personal Time oder Me-Time. Hierbei handelt es sich um die Zeit, in der man sich ganz sich selbst seinen Gedanken oder dem Ausbau von persönlichen Fähigkeiten widmet. Eine ausgewogene Balance der drei Faktoren Arbeitszeit, Sozialleben, also Zeit mit anderen Menschen im Privatleben und persönliche Zeit steht im Zusammenhang mit der Wahrnehmung persönlicher Ressourcen und gesundheitsbezogenen Variablen. In ersten Untersuchungen erwies sich der dreidimensionale Life-Ansatz als guter Prädiktor für Gesundheit. Siehe dazu Christlich und andere 2012.